Der Reporter von John Katzenbach Gelesen von Uwe Teschner Das erste Opfer fand ein Jogger in der Nähe des 13. Lohrs. Der unauffällige Mann mittleren Alters, der sich um sein Herz und seinen Bauchspeck sorgte, war Börsenmakler von Beruf, und während er seine Runden rings um den Golfplatz drehte, kreisten seine Gedanken um Aktienoptionen. Der private Club lag in einer exklusiven Gegend mit manikürten Rasenflächen, hohen Pinien und ausladenden Palmen. Trotz der frühen Morgenstunde stiegen die Temperaturen rasch und unerbittlich. Dreimal hatte der Frühsportler bereits den Platz umrundet und dabei mehr an den Dau, seine Arbeit und seine Pläne für den freien Tag gedacht, als auf seine Schritte oder das vertraute Terrain zu achten. Als er jedoch im vollen Lauf die Hand hob, um sich den Schweiß aus den Augen zu wischen, bemerkte er im Halbschatten des Farns und Gestrüpps am Seitenstreifen etwas Buntes. Und dann eine Gestalt. Zunächst lief der Börsenmakler auf dem kurzgeschnittenen Rasen weiter, doch bei seiner nächsten Runde um den Platz ließ ihm die Frage keine Ruhe, was er im Gebüsch erspäht haben mochte. Als er nun bei seiner vierten und letzten Runde erneut dem dreizehnten Loch näher kam, drosselte er sein Tempo, um sich dieses etwas genauer anzusehen, und erst jetzt spürte er die Hitze und die Sonne, die wie eine Lampe über dem Golfplatz hing. Diesmal erhaschte er einen Blick auf Haut und blondes Haar. Er blieb stehen, holte tief Luft und arbeitete sich durch das dichte Gebüsch zu der Leiche vor. »Oh mein Gott«, entfuhl es ihm, auch wenn ihn niemand hören konnte. Als er erkannte, was er vor sich hatte, so erzählte er mir später, habe er einen Moment lang keine Luft bekommen und sich starr vor Schreck nicht rühren können. In seinem ganzen Leben habe er noch kein Mordopfer gesehen, fügte er hinzu. Ein, zwei Minuten lang habe er in einer Mischung aus Entsetzen und Faszination verharrt, bevor er sich losriss und so schnell er konnte mit rasendem Puls zum nächsten Haus gelaufen sei, um seinen grausigen Fund der Polizei zu melden. Das Opfer war ein junges Mädchen. Es sollte eine Weile dauern, bis ich begriff, dass aus diesem Leichenfund auf dem Golfplatz die größte Story meines Lebens werden würde. An diesem Morgen jedenfalls sagte mir kein sechster Sinn, wie unentrinnbar ich in diese Geschichte hineingezogen würde, bis von meiner professionellen Distanz nichts mehr übrig blieb. Die Ereignisse nahmen während der alljährlichen Hurricane-Saison ihren Lauf, genauer gesagt im Juli, die Zeit der ersten heftigen Sommergewitter, in Miami die unerträglichste Wetterlage überhaupt. Die Straßen der Stadt glühten unter der tropen Sonne wie unter einem Scheinwerferlicht, es fand sich kein schattiger Winkel, nur reglose, drückend heiße Luft. So wie Sturm und Wolken über dem Meer, gewann auch diese Story unaufhaltsam an Fahrt. Ich weiß noch genau, dass sich in der Karibik ein mächtiges Sturmtief zusammenbraute. Entstanden über den Gewässern vor Afrika, war es mit den Luftströmungen über die Weite des Ozeans getrieben und versetzte als eine Urgewalt aus Wind und Regen die Küste des Sonnenstaats in höchster Alarmbereitschaft. Der Wetterdienst hatte das Sturmtief Amy getauft. Wie sich bald zeigen sollte, auch der Name des Opfers. An der Rückwand der Redaktion hing eine große Wetterkarte, auf der während der Hurricane-Saison der jeweilige Verlauf sämtlicher Stürme markiert wurde. Es gehörte zum täglichen Brot der Lokalreporter, diese Entwicklungen zu verfolgen. Routiniert überprüften wir Richtung und Geschwindigkeit, taxierten die Gefahrenstufe, analysierten die neuesten Satellitenfotos. Die Aufnahme jenes Sturmtiefs, so erinnere ich mich, zeigte eine diffuse graue Wolkenmasse über der Karibik, und die Halbinsel Florida schien den Sturm wie ein langer Zeigefinger herzulocken. Wie gebannt suchten wir auf den Bildern nach den kleinsten Hinweisen auf einen handfesten Hurricane, der mit zerstörerischer Wucht über die Stadt hereinzubrechen drohte. An der Wand neben der Wetterkarte hing, als Mahnung an die Belegschaft des Journals zu steter Wachsamkeit, ein vergilbtes, ausgefranstes Foto vom Hurricane des Jahres 1939, Kategorie 3, mit einer Windstärke um 125 Meilen. Auf dem Bild war eine riesige Palme zu sehen, deren Stamm sich unter dem Orkan flach zur Erde bog. Im Hintergrund sah man eine fast vier Meter hohe Wasserwand, die über Miami Beach und die Bucht hereingebrochen und erst auf dem Biscayne Boulevard im Zentrum veräppt war. Zwischen der Naturgewalt eines solchen Hurricanes und den Morden, um die sich meine Reportage drehte, gab es durchaus Vergleichsmomente. Denn was sich an einem entlegenen Ort zusammengebraut hatte, brach in diesem denkwürdigen Sommer mit unerwarteter Wucht über die Stadt herein. Ich werde nie vergessen, wie wir am Tag des ersten Mordes, dem Unabhängigkeitstag, ein Jahr vor der 200-Jahr-Feier, ein Jahr nach der Abdankung von Präsident Nixon, nichts anderes als diesen ersten gewaltigen Orkan im Sinn hatten, der aus den warmen karibischen Gewässern stündlich mehr Kraft zu saugen schien. In der Redaktion jedenfalls gab es kein anderes Thema. Ein Jahrhundert-Hurrikan der mörderischen Kategorie 5 schien auf die Metropole zuzurasen, und so wurden die Schlagzeilen von Spekulationen über das mögliche Ausmaß der Verwüstung beherrscht. Sie sei schon lange überfällig, eine solche Jahrhundertkatastrophe, bunkten die alten Hasen in der Redaktion, und die düstere Gewissheit machte sich breit, dass diese graue Masse aus Wind und Regen 2000 Meilen vor der Küste unser Schicksal war. Wir sollten uns irren, denn der Orkan kam nie bis Miami, sondern drehte ab und fegte stattdessen über die Küste Mittelamerikas hinweg, wo er viele Todesopfer forderte und ganze Landstriche verwüstete. Doch das zeigte sich erst einige Wochen später. Anfang Juli jedenfalls toste der Jahrhundert Orkan noch so heftig in unseren Köpfen, dass wir etwas begriffsstutzig waren, als der eigentliche Sturm dieser Saison Miami mit aller Härte traf. Am jenem 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag, ging ich schon früh ins Büro. Es war mein erster Arbeitstag nach der Beerdigung meines Onkels. Natürlich hätte ich am Feiertag zu Hause bleiben können, doch ich wollte die Bilder der Trauerfeier aus dem Kopf verbannen. In meiner Erinnerung fließen die beiden Ereignisse, der Mädchenmord und der Selbstmord meines Onkels, längst wie Szenen aus ein und demselben Drama ineinander, obwohl sie mehrere Tage und mehrere hundert Meilen auseinanderlagen. So früh morgens, noch dazu am Nationalfeiertag, war die Redaktion nur spärlich besetzt. Ich schaute in mein Postfach, es war leer, und überflog die Morgenausgabe der Miami Post. An meinem Schreibtisch überlegte ich, ob ich Christine anrufen und ihr Bescheid geben sollte, dass ich wieder zu Hause sei. Doch wahrscheinlich war sie schon im OP und reichte den Ärzten Tupfer, Klemmen und Skalpells, während sie ein weiteres Krebsgeschwür entfernten. Der Anruf musste warten. Wir konnten am Abend zusammen essen gehen. Ich schlug die Sportseite mit den Baseballergebnissen auf, doch in diesem Moment fiel mein Blick auf Nolan, den Lokalredakteur. Nolan war ein kräftiger Mann, gut 1,85 groß, der mit seiner charakteristischen gebeugten Haltung breiter und behäbiger wirkte, als er war. Die Aussicht auf eine große Story allerdings richtete ihn jedes Mal sichtlich auf, dann wirkte er drahtig, dynamisch und hochkonzentriert. Seine joviale Umgänglichkeit wich generalstabmäßiger Kürze. Die Redakteure liebten und schätzten ihn für seine Fähigkeit, im fließenden Übergang zwischen launiger Witzelei und straffer Organisation zu wechseln. Gegenwärtig saß er an einem Tisch im Großraumbüro und sprach lebhaft ins Telefon. Er machte sich ein paar Notizen, legte mit einer schwungvollen, zufriedenen Geste den Hörer auf und ließ im selben Moment den Blick über die Tischreihen schweifen, um zu sehen, wer schon da war. Unsere Blicke trafen sich. Er stand auf, kam herüber und zog sich einen Stuhl heran. Ab heute gar nicht mit ihnen gerechnet, sagte er. Wie war's? Seine dunkle Mähne fiel ihm in einer Schmachtlocke in die Stirn und wippte nachdrücklich bei jedem Wort. Erwartungsgemäß. Tränen, viel Gerede über ein zu früh geendetes Leben, Gottes unergründlichen Ratschluss. Ein Ort, an dem er es besser hat. Muss hart gewesen sein. Kann man so sagen. Und? Kommen Sie klar? Ich bin hier. Ich verzog das Gesicht zu einem wehmütigen Lächeln. Journalist, Baujahr 1950, einige Meilen auf dem Tacho, aber läuft wie geschmiert. Schon verstanden, erwiderte er. In Stimmung für eine gute Story oder lassen Sie es die ersten Tage lieber langsam angehen? Eine Story. Für eine Story würde ich alles geben. Wie wär's mit einem Mord? Ich hab eine Tötungshemmung. Sehr witzig. Tut mir leid, beeilte ich mich zu sagen, Galgenhumor. Nolan runzelte die Stirn und sah mich eindringlich an. Also meinetwegen, sagte er schließlich. Ich kann Sie verstehen. Zum Feierabend auf ein Bier, falls Sie drüber reden wollen. Oder auch, wenn Sie nicht drüber reden wollen. Ich musste lachen und er verzog das Gesicht zu einem Grinsen. Aber zuerst mal ein Mord, kam er wieder zur Sache. Ein sauberer, grausamer Mord, der die Polizei auf Trab bringt und in der Säurengurkenzeit für Schlagzeilen sorgt. Was haben wir? Junges Mädchen, wahrscheinlich aus wohlhabendem Hause. Ihre Leiche wurde eben erst drüben auf dem Gelände des Riviera Golf Club gefunden. So weit, so gut, erwiderte ich. Was noch? Nichts weiter. Sie erinnern sich an diesen Lieutenant bei der Mordkommission? Bei dem ich was gut habe, weil wir bei dem Entführungsfall damals dicht gehalten haben. Also der rief eben an. Hat gerade erst seine Leute rausgeschickt. Im Moment wissen die auch nur den Leichenfundort und dass es sich bei der Toten um ein junges Mädchen handelt. Könnte sich lohnen. Jedenfalls darf sich unser Lieutenant getrost noch eine Weile revanchieren. Wurde sie vergewaltigt? Keine Ahnung. Am besten schnappen Sie sich einen Fotografen, fahren da raus und machen sich selbst ein Bild. Melden Sie sich über Funk, sobald Sie Näheres wissen. Geht klar, sagte ich, nahm ein Notizbuch von dem Stapel auf meinem Schreibtisch und war schon auf dem Weg zur Bildredaktion. Sagen Sie, rief mir Nolan hinterher, haben Sie Ihrem Onkel nahe gestanden? Als ich klein war, erwiderte ich. Ein bisschen. Andrew Porter liebte es, seinen großen Wagen mit einer Hand um die Ecken zu manövrieren. Mit der anderen deutete er auf den frühmorgendlichen Verkehr. Größtenteils junge Leute, die zu den Stränden wollten, nicht wenige mit einem Boot auf dem Anhänger. Kein Wunder, dass es Richtung Autobahnkreuz, MacArthur Corsway und K. Biscayne nur stockend voranging. Wir fuhren so zügig in die entgegengesetzte Richtung, dass die Gesichter in den wartenden Autos an mir vorüberflogen. Dabei erging sich der Fotograf neben mir endlos in der Schilderung eines früheren Mordfalls aus seinem reichen beruflichen Erfahrungsschatz. Seine monotone Stimme vermischte sich mit dem Motorengeräusch und dem Gebläse der Klimaanlage. Auf halber Fahrt registrierte ich, wie er sich, eine Hand locker am Lenkrad, mit der anderen die Kamera auf dem Schoß platzierte und einen Film einlegte. »Habe ich mal mit über 90 Meilen auf der Route 441 gemacht. Wilde Verfolgung sagt, paar Jungs in einem gestohlenen Fahrzeug. Hatte gar keine Zeit, mir in die Hosen zu machen.« Er lachte. »Ich musste unwillkürlich daran denken, wie lange die Wagenkolonne von der Kirche zum Friedhof gebraucht hatte.« Ich sah den Leichenwagen vor mir, wie er langsam um meine Ecke bog, und dicht dahinter den schwarzen Cadillac mit meinem Vater und seiner Schwägerin. Den ganzen Morgen hatte es geregnet, und die Scheibenwischer spielten einen gedämpften Trauermarsch. Mir dröhnten noch die Orgelklänge der Marine-Core-Hymnen in den Ohren, die Kadenz übermächtig und erdrückend, wenn sie zum Gedenken an die Toten in feierlich getragenem Tempo angestimmt wird. Mit der Fahne auf dem Sarg hatte ich nicht gerechnet. Die Farben erschienen mir unangemessen schrill an diesem grauen Tag im Dämmerlicht der Kirche. »Erhöre unsere Gebete, o Herr,« sprach der Priester, »für unseren geliebten Mitbruder Louis Anderson, und gewähre seiner Seele den Frieden im Himmel, den er sich auf Erden ersehnte.« Frieden war der einzige Gedanke, den ich fassen konnte. Das Gegenteil von Krieg. Mein Onkel, ein Hühne von einem Mann, muskelbepackte Arme, einen Brustkorb wie ein Ritterschild. Seit ich denken konnte, hatte er mit ungewöhnlich tiefer Stimme und diesem etwas bedrohlich angespannten Unterton gesprochen, und wenn er mich mit seinem gesunden Auge ins Visier nahm, lief es mir kalt den Rücken herunter. Sein rechtes Auge hatte er auf Iwo Jima auf halbem Weg nach Suribachi eingebüßt, kurz bevor sie die Fahne hissten. Unter dem Schock und einer hohen Dosis Morphium hatte er einen Moment zu spät begriffen, was vor sich ging. Einmal erzählte er mir, was für ein seltsames Gefühl das sei, ein Auge zu verlieren. Zuerst habe er geglaubt zu sterben. Dann sei ihm der absurde Gedanke gekommen, das passiere nicht etwa ihm, sondern einem anderen. Obwohl er merkte, dass er blutete und der Schmerz ihn wie eine Explosion traf, hielt er unbeirrbar daran fest. Nicht er. Nicht in diesem Moment. Jemand anderen hatte es erwischt. Als Junge bekam ich von ihm Geschenke. Bücher über das Marine Corps, die Nachbildung eines Ordens, ein Purple Heart, eine japanische Flagge mit der aufgehenden Sonne, Kriegsbeutestück von Tarawa. Einmal schenkte er mir zu Weihnachten ein langes, gekrümmtes Jagdmesser in einer teuren Lederscheide. Das wird sich mal als nützlich erweisen, sagte er. Jahrelang sollte es meine Kommode ziehen. Wenn du mal was brauchst, egal was, weißt du hoffentlich, an wen du dich wenden kannst. Ich bin nie auf sein Angebot zurückgekommen. Danach las der Pastor aus Ekklesiastes die bekannte Stelle an jegliches hat seine Zeit. Feierlich halte es vom Deckengewölbe der Kirche wieder. Er und seine Frau waren in meiner Kindheit und Jugend aus den üblichen Feiertagen nicht wegzudenken. Thanksgiving-Weihnachten, manchmal zu einem Geburtstag. Immer, wenn besonders viel los war. Sie hatten keine eigenen Kinder. Ich habe nie erfahren, wieso. Und wenn der Tag zur Neige ging, trank er zu viel. Ich konnte zusehen, wie er sich im Lauf der Stunden immer wieder das Glas auffüllte und es in kleinen Schlucken leerte, den ganzen Abend lang. Und wie er immer weniger mitbekam, während er den Trauermarsch des Marine Corps leise vor sich hinsummte, wie sich sein gesundes Auge trübte, während sein Künstliches weit geöffnet war. Nachts schrie er manchmal im Schlaf. Nach der Lesung herrschte eine Weile Schweigen. Dann trat mein Vater an den Altar. »1941 zog mein Bruder in den Krieg«, sagte er. Ich hörte aufmerksam zu. »Ich frage mich, ob er je zurückgekehrt ist.« »Wir schieben es auf den Krieg«, dachte ich. »Auf Iwo Jima, wo er mehr als sein Auge verloren hat.« Ich hob die Hand und hielt mir die Augen zu, während ich die Stimme meines Vaters mal lauter, mal leiser durch das Kirchenschiff fallen hörte. Am Telefon hatte er sich an die nüchternen Fakten gehalten. »Dein Onkel hat sich das Leben genommen. Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss.« Wie kam es dazu, wollte ich wissen, typisch Journalist. Es war nichts Besonderes vorgefallen. Tatsächlich hatte er sogar gerade ein Stellenangebot von einer Universität im Süden auf dem Tisch. »Fundraising, organisatorische Leitung des Lehrangebots. Wie für ihn geschaffen.« »Hatte er getrunken?« »Deine Tante sagt nein. Offenbar war er nüchtern, aber er hatte mal wieder die alten Tagebücher aus seiner Zeit bei den Marines herausgekramt. Ohne ein Wort ist er dann wohl nach oben gegangen und hat eine Pistole aus seinem Arbeitszimmer geholt. Eine Sportpistole Kaliber 22, die er in der Schublade hatte. Damit ist er ins Badezimmer gegangen, hat die Tür zugemacht und sich erschossen. »Keinen Abschiedsbrief oder irgendwas in der Art? Nein, nichts.« »Tut mir wirklich leid für dich.« Ich suchte nach Worten. »Irgendwie ist es auch eine Erleichterung. Er war schon so lange ein kreuzunlücklicher Mensch.« »Wieso?« »Wer weiß?« »Natürlich weißt du, weshalb«, dachte ich. »Wer sollte es wissen, wenn nicht du?« Mein Vater endete, und der Organist schlug die ersten Akkorde der Hymne der Marines an. Von den Hallen Montezumas. Wohin? Hierher. In eine Kirche. Ins Grab. Eine Ehrengarde trug den Sarg nach draußen, wo der Leichenwagen wartete. Semper Fidelis. Ich folgte ihnen nach draußen. Sie schoben den Sarg hinein und traten zurück. Ihre Bewegungen waren zackig und geübt. Militärischer Drill, übertriebener Pomp. Meine Tante weinte. Die Augen meines Vaters blieben trocken. Vor der Kirche regelte er den Verkehr, sodass wir alle in unserer Wagenkolonne zum Friedhof fahren konnten. Die Andacht auf dem Friedhof war schneller vorbei, als ich vermutet hätte. Wieder las der Geistliche, das Übliche, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ich hörte nicht zu, sondern beobachtete die Gesichter der Leute, die gekommen waren. Ich spähte zu meinem Bruder hinüber. Wie würde ich mich wohl fühlen, überlegte ich, wenn er so plötzlich stürbe. Der Regen prasselte auf die Plane über der offenen Gruft. Ein wenig abseits warteten geduldig die Totengräber. Wer auf einem Friedhof arbeitete, lernte gewiss, sich in Geduld zu fassen. Und dann war das Begräbnis vorbei. Wir schüttelten Hände und murmelten Beileid. Ich fand meinen Vater. Ich muss nach Hause, sagte ich. Bei deiner Tante gibt es noch zu essen und zu trinken. Es wäre schön, wenn du dabei sein könntest. Ich kann wirklich nicht bleiben, bekräftigte ich. Ich will den Flieger heute Nachmittag erwischen. Ich nehme ein Taxi. Na gut, sagte er und drehte sich um. Ich dachte an den Hurricane vor Venezuela und stellte mir vor, wie der Wind mit zunehmender Geschwindigkeit um die eigene Achse wirbelte, in immer engeren, konzentrischen Kreisen. Ich wollte nichts verpassen. Da ist es, rief Porter aufgeregt. Durch die Windschutzscheibe sah ich am Straßenrand ein halbes Dutzend Streifenwagen, deren Blaulichter in der Sonne blitzten. Nicht weit davon drängte sich eine Traube Schaulustiger auf dem Rasen einer großen, hochherrschaftlichen Villa. Ich entdeckte das gelbe Fahrzeug des Gerichtsmediziners und einen grün-weißen Kombi der Spurensicherung. Wir parkten hinter dem ersten Streifenwagen. Wer sagt's denn, wir sind die Ersten. Weit und breit keine Fernsehkamera in Sicht. Porter hatte schon eine Kamera umgehängt und hantierte mit der zweiten. Auf geht's, drängte er. Bevor sie uns die Sicht versperren. Damit sprang er aus dem Auto und sprintete auf dem kurz geschworenen Rasenstreifen davon. In einigem Abstand kam ich im Laufschritt hinterher. Am 13. Loch schnauzte uns ein uniformierter Polizist an. Halt! Nicht weiter! Er kam auf uns zu. Das ist nah genug. Von hier aus kriege ich nichts scharf genug vor die Linse, protestierte Porter. Nur ein bisschen näher. Keine Sorge, ich fotografiere nichts, das Sie nicht fotografiert haben wollen. Der Polizist schüttelte den Kopf. Ich schaltete mich ein. Wer leitet die Untersuchung? Detective Martinez, antwortete er. Und Detective Wilson. Reden Sie mit denen, sobald Sie fertig sind. Bis dahin warten Sie hier. Er kehrte uns den Rücken. Ich lauf mal darüber, sagte Porter und deutete auf das Gestrüpp. Da hab ich bessere Sicht. Möglichst unauffällig schließ ich Porter davon. Als ich sah, wie einer der Detektives in meine Richtung blickte, winkte ich ihm zu und er kam herüber. Wie geht's, Martinez? Fragte ich. Womit haben wir's zu tun? Ganze Weile her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, begrüßte mich der Mann vom Morddezernat. Dieser Prozess im März, stimmt's? Mir fiel wieder ein, dass er bei dem Mordprozess gegen einen Teenager als Kronzeuge ausgesagt hatte. Dem Jungen wurde zur Last gelegt, einen Touristen getötet zu haben, der ihn nach dem Weg gefragt hatte. Der Fall hatte großes Aufsehen erregt, und als der Verteidiger geltend machte, an der Unzurechnungsfähigkeit seines Mandanten sei das Leben im Ghetto schuld, kochten die Emotionen über. Das war mal eine originelle Verteidigungsstrategie. Die Geschworenen hatten zwei Stunden beraten, bevor sie das Argument abschmetterten. In der Redaktion fanden sie es alle ziemlich gewitzt. Gab einfach keine hochkarätigen Verbrechen? Martinez lachte müde. Klar, nur die üblichen Morde, Vergewaltigungen und Raubüberfälle, nicht die Druckerschwärze wert, wie? Wie könnte ich Ihnen da widersprechen? Aber sagen Sie's mir, fällt das hier aus der Reihe? Er sah mich an. Scheußlich, sagte er. Junges Mädchen, wahrscheinlich 16 oder 17, bis jetzt haben wir sie nur von hinten gesehen. Dr. Smith ist da, aber er hat sie noch nicht umgedreht. Wie's aussieht, wurde sie mit einer großkalibrigen Handfeuerwaffe in den Hinterkopf getroffen. Einer Magnum-Spezial vielleicht. Auf jeden Fall mit einer üblen Kanone. Er hat ihr den halben Hinterkopf weggerissen. Ich hatte mein Notizbuch zur Hand und schrieb mit. Der Detective sah mich einen Moment schweigend an, bevor er fortfuhr. Oh, verflucht, wieso fühlt man sich so mies, wenn es so ein junges Ding erwischt? Diese Bemerkung hielt ich im Wortlaut fest. Das ist übrigens eine merkwürdige Sache, aber das dürft ihr vorläufig noch nicht bringen. Was wäre? Vertraulich, klar? Erhob das Kinn. Schon gut, schon gut. Also, was ist merkwürdig? Ihr waren die Hände auf dem Rücken gefesselt. So einen Mord habe ich zuletzt. Er überlegte einen Moment. Bei diesem Gangster gesehen, diesem Spieler, den wir draußen in den Glades gefunden haben. Erinnern Sie sich? Sie meinen einen sogenannten Hinrichtungsmord? Er lachte trocken. Richtig. Und jetzt frage ich Sie, aus welchem Grund sollte ein Teenager hingerichtet werden? Wurde sie vergewaltigt? Können wir noch nicht sagen, aber sie hat noch alle Kleider am Leib vollständig. Nichts zerrissen. Also wohl eher nicht, sagte er. Was hat sie an? Jeans, T-Shirts und da an. Was ein Teenager ebenso trägt. Er sah auf und stöhnte. Ach, gütiger Himmel, sagte er. Da kommt Ihre ganze Meute angelaufen. Ich blickte über die Schulter. Die Fernsehcrews waren eingetroffen, jede mit Tontechniker, Reporter und Kameramann. Hören Sie, sagte Martinez. Melden Sie sich nachher nochmal bei mir. Bis dahin quetschen Sie den Arzt aus und reden Sie mit dem Burschen da drüben, der in den Shorts. Der hat die Leiche gefunden. Reden Sie mit ihm. Ach, noch etwas. Ja? Sprechen Sie möglichst mit mir. Ja, Wilson hat selbst eine Tochter in dem Alter, dem liegen jetzt schon die Nerven blank. Geht in Ordnung. Ach, äh, hatte sie Papiere dabei? Später, erwiderte der Detektiv und eilte über den Golfplatz zurück. Als die Fernsehleute in Scharen einfielen, kamen eine Reihe Polizisten, die bis jetzt dem Unterholz und Gestrüpp herumgestochert hatten, um sie auf Abstand zu halten. Sie gaben sich damit zufrieden, die Szene aus einiger Entfernung zu filmen, während die Beamten wie eine Schar Statisten erneut den Tatort weiträumig absuchten. Unterdessen kehrte ich zu unserem Wagen zurück und rief über Funk in der Lokalredaktion an. Zuerst meldete sich eine Sekretärin, doch Sekunden später schnarrte Naulins Stimme aus dem Lautsprecher. Und? Was haben Sie für mich? Verspricht interessant zu werden, antwortete ich. Möglicherweise eine Entführung, vielleicht. Jedenfalls ziemlich bizarr. Dem Mädchen waren die Hände im Rücken gefesselt. Sie wurde wie bei einer Hinrichtung erschossen. Aber das dürfen wir noch nicht bringen, vorerst jedenfalls. Gute Bilder? Denke schon. Porter ist mit einem ansinnlichen Teleobjektiv im Gebüsch. Hier laufen jede Menge Kops rum, die das Gelände durchkämmen. Lässt sich hören. Besser als ein Foto von der Nationalfeiertagsparade, das wir auf der Titelseite bringen wollten. Hören Sie, könnte wohl jemand was für mich erledigen. Was denn? Alles, was in unserer Macht steht. Jemand soll bei der zentralen Meldestelle für vermisste Personen anrufen und bei den örtlichen Polizeidienststellen. Ich möchte wissen, ob gestern Abend oder Nacht jemand aus Coral Gables ein junges Mädchen als vermisst gemeldet hat. Nur sein Gedanke. Guter Gedanke. Ich setze jemanden dran, bevor die Kops auf die gleiche zündende Idee kommen. Bis später. Ich hängte das Funkgerät ein und stieg wieder aus. Der Schweiß klebte mir in den Achseln und über mir nicht der Hauch einer schattenverheißenden Wolke. Nur Sonne, blauer Himmel und sängende Hitze. Ich machte mich auf die Suche nach dem Mann, der die Leiche gefunden hatte. Er wartete neben einem der Streifenwagen. Ich stellte mich vor und er bekannte sich als treuer Leser des Journal. Der Mann war klein und gedrungen, mit republikanisch kurzgeschnittenem Haar. Sowas passiert mir zum ersten Mal. Selbst bei der Armee, damals 1954, ist mir sowas erspart geblieben. Wie genau kam es dazu, dass Sie die Tote gefunden haben? fragte ich und schrieb seine Aussage mit. Der Mann war aufgewühlt und doch artikuliert. Ideal, um die Story mit Details zu unterfüttern. Ihre Arme werde ich nie vergessen. Sie waren so dünn, kinderarm und auf dem Rücken gefesselt, aber nicht straff, als ob der Mörder ihr nicht wehtun wollte. Ich meine, man würde doch erwarten, dass er sie ihr brutal verrenkt. Unwillkürlich riss er die Schultern zurück und presste die Arme eng an den Rücken. Sehen Sie, aber so war es nicht. Ich hielt alles fest. Ich habe sie mir genau angesehen. Es hatte fast den Anschein, als ruhte sie sich nur aus, auch wenn ihr natürlich der halbe Schädel fehlte. Er schluckte. Das klingt gefühllos, oder? Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Ich stand da, starrte sie an und registrierte im Kopf sämtliche Details, wie sie lag, wie ihr Kopf auf dem Boden ruhte. Das blutverklebte Haar. Blondes Haar. Ich habe das alles schon den Detektives erzählt, kurz und bündig, die nüchternen Fakten. Wissen Sie was? Auf einmal musste ich mich da hinten im Gebüsch übergeben. Sie kriegen vermutlich jede Menge Leichen zu Gesicht, jede Menge Morde. Einige, ja. Sagen Sie, was sind Sie von Beruf? Als er mir seine Lebensgeschichte erzählte, hörte ich nur mit halbem Ohr zu. Er sprach vom Joggen, seiner gewohnten Strecke, der morgendlichen Hitze und merkte an, dass er mindestens dreimal an ihr vorbeigelaufen sein musste. Meine eigenen Kinder sind jünger. Können wir ein Foto von Ihnen machen? Besser nicht, sagte er nach kurzem Zögern. Und müssen Sie mich unbedingt namentlich erwähnen? Ja, auf jeden Fall, bestätigte ich. Keine Frage. Also, mir ist nicht wohl dabei. Schätze, ich kann erst wieder ruhig schlafen, wenn Sie den Kerl geschnappt haben. Oh, da würde ich mir keine Sorgen machen, sagte ich. Und wieso? Na ja, ich nehme mal an, ein Bursche, dem es seinen Kick verschafft, junge Mädchen zu fesseln und zu töten, hat es kaum auf einen erwachsenen Mann abgesehen. Er nickte. Eins würde ich Ihnen allerdings raten, fügte ich hinzu. Ich an Ihrer Stelle würde einen großen Bogen um die Fernsehcruise machen, sonst sind Sie nämlich ab sofort auf sämtlichen Kanälen. Oh, danke, sagte er. Werde mich dran halten. Als ich ging, sah ich noch, wie er neben der Straße im Gebüsch verschwand. Ich gesellte mich zu Porter, der bei unserem Wagen stand und über Funk mit der Fotoredaktion sprach. Ich habe den Burschen, mit dem du eben gesprochen hast, im Kasten, sagte er, als er mich sah. Ist zwar mit Teleobjektiv, müsste aber ganz gut rauskommen. Meinst du, ich kriege noch eine Nahaufnahme von ihm? Hm, vergiss es. Abgesehen davon, dass du ihm damit die Fernseherher auf den Leib hetzen würdest. Na, meinetwegen, lenkte er ein. Warten wir wenigstens noch, bis Sie die Tote abtransportieren. Den Leichensack auf der Trage, sowas lieben Sie in der Redaktion. Wie in Vietnam, ein schwarzer Sack mit Reißverschluss. Was wären wir ohne die Technik? Du bist ein Zyniker. Wer ist das nicht in unserem Metier? Wir warteten im Schatten der Bäume am Straßenrand und sahen der Polizei bei der Arbeit zu. Nicht lange, und sie rollten die Tragbare heran. Da kommt mein Schnappschuss. Im selben Moment geriet die Meute der Fernsehteams in Bewegung. Kaum taten die Leute vom Rettungsdienst mit der Leiche aus dem Gebüsch, liefen sie in einem hektischen Gedränge neben ihnen her. Ich beobachtete, wie der Sack ins Heck des Krankenwagens geschoben wurde und registrierte Porter in der Traube der TV-Kollegen, wo er im Schnellfeuer Fotos schoss. Als sich unsere Blicke trafen, deutete er grinsend auf sein Sujet. Ich sah, wie der Gerichtsmediziner über den Fairway kam und trat in die Sonne, um ihn abzufangen. Er zündete sich gerade eine Pfeife an, als ich ihn erreichte. »Wer ist der Stand der Dinge?« fragte ich ihn. »Bevor ich Sie auf dem Tisch habe, wissen wir herzlich wenig. Sieht nach einer großkalibrigen Handfeuerwaffe aus. Wahrscheinlich nur ein einziger Schuss aus nächster Nähe, vielleicht 30, 40 Zentimeter. »Woraus schließen Sie das?« »Aus den Einblutungen und Pulverrückständen um die Wunde. Unter dem Mikroskop kann ich es besser einschätzen, vorerst kann ich nur raten. Darin bin ich allerdings recht gut.« »Hinweise auf sexuellen Missbrauch?« »Erstaunlicherweise nicht. Schon seltsam, nicht wahr? Ich meine, äh, genau bei einem jungen Mädchen. »Können Sie mir sagen, womit Ihre Hände gefesselt waren?« »Nein, eigentlich nicht. Die Jungs von der Spurensicherung haben den Strick mitgenommen.« »Sind Sie sicher, dass sie hier erschossen und nicht erst hinterher hier entsorgt wurde?« »Allerdings. Ich habe auf Palmwedeln in der Nähe Blut- und Gewebespritzer gefunden.« »Schon irgendwelche Theorien? Ein paar gute Vermutungen?« Der Doktor lachte. »Bestimmt entweder ein eifersichtiger Freund oder ein sexbesessener Stiefvater. Für euch in beiden Fällen ein gefundenes Fressen.« Ich ignorierte den Sarkasmus. Der Arzt paffte an seiner Pfeife und das Tabakaroma vermischte sich mit dem Duft nach frisch gemähtem Gras. »Schon eine Ahnung, wer das Mädchen ist?« »Das müssen Sie die Detektives fragen,« antwortete er. »Rufen Sie mich an, wenn ich mit der Obduktion fertig bin. Sie hat höchste Priorität. Schätze, ich werde am frühen Nachmittag soweit sein.« »In Ordnung. Ich melde mich dann.« Neben ihrem nicht gekennzeichneten Fahrzeug standen unterdessen Martinez und sein Partner Wilson und hielten die Fernsehreporter in Schach. Ich ging hinüber, um mir anzuhören, was sie den Kollegen zu sagen hatten. Martinez wirkte genervt. Offenbar hatten sich die gefesselten Hände herumgesprochen. So viel also zur Vertraulichkeit. Wilson hatte das Wort ergriffen. Für die Arbeit im Morddezernat war er mit seinen schätzungsweise fünfzig Jahren schon ein älteres Semester. Er hatte dichtes, schwarz-grau-meliertes Haar und ein energisches Kinn, das er in trotziger Abwehr in die Höhe reckte. Er trug einen konservativen blauen Anzug mit einer kleinen amerikanischen Flagge am Revere. In der sengenden Sonne und der Hitze des Gefechts hatte er ein rotes Gesicht. Als ich in Hörweite war, sagte er, Noch einmal, ich gebe keine Einzelheiten bekannt. Es ist einfach unfassbar. Ich meine... Er verstummte einen Moment und blickte in die Kameras. Was kann denn ein solches Kind schon getan haben? So ein Teenager hat doch dasselbe Recht wie jeder andere auch, erwachsen und irgendwann alt zu werden. Ich hasse es einfach, wenn ich so etwas sehe. Das geht einem an den Nieren. Und mit funkelndem Blick fügte er hinzu. Nur euch lässt das offenbar kalt. An diesem Punkt schritt Martinez ein. »Komm, Phil, lass gut sein. Gehen wir.« Er musterte mich mit einem grimmigen, fragenden Blick am See geplaudert. Ich schüttelte den Kopf, während ich Wilsons Worte festhielt. Auch für die beiden ist das hier ein Job. Genauso wie für uns, dachte ich. Wo ist der Unterschied? »Wir kaufen uns diesen Burschen«, sagte Wilson. »Damit er in seiner Zelle verreckt! Ich wünschte, wir hätten noch den Stuhl.« »Phil, komm schon, es reicht.« Martinez saß bereits hinterm Lenkrad und warf den Motor an. »Fahren wir!« »Na schön!« lenkte Wilson ein und über die Schulter rief er den Medienleuten zu. »Es gibt heute noch eine Presseerklärung!« Dann setzte er sich neben Martinez und knallte die Tür zu. Es klang wie der Startschuss zu einem Rennen. So hektisch, wie sie auf den Plan getreten waren, packten die Fernsehteams ihre Sachen und rauschten wieder ab. Porter wartete bereits im Wagen auf mich. Er hatte die Klimaanlage an. »Es ist der Tag für einen Mord«, sagte er. »Ach ja, ich würde gerne einen kleinen Umweg zur Parade machen, bevor wir zur Redaktion fahren. Einverstanden?« »Sicher.« »Warum nicht?« Mit quietschenden Reifen kehrte er auf die Straße zurück. »Der glorreiche 4. Juli«, sagte er. »Letztes Jahr hatten wir Watergate, das Jahr davor war Kriegsende, nächstes Jahr ist 200-Jahr-Feier, jede Menge George Washingtons vermutlich mal und Transvestiten,« lachte er. »Aber wen juckt das schon?« Er überlegte einen Moment und setzte nach. »Die Pfadfinder wahrscheinlich. Als Kind bin ich bei der Parade mitmarschiert, eigentlich nicht übel. Verbinde ich seitdem immer damit, dass richtig Sommer ist. Das hat doch was.« Ich dachte an meinen Onkel in seiner Uniform. Er sah darin so jung und stark aus. Mein Vater hatte ein gerahmtes Foto auf dem Schreibtisch stehen, die rot-blaue Gala-Uniform war so steif wie imposant, nicht nur ein Kleidungsstück, sondern ein Statement. Als Junge erfüllte mich der Anblick beinahe mit Ehrfurcht, als verliehe die Uniform dem Träger Tapferkeit, Männlichkeit und Stärke. Die Farben auf dem Bild lösten jedes Mal lebhafte Gefühle bei mir aus. Im Geist hörte ich wieder die Musik zur Trauerfeier. Bis ich begriff, dass die Scheibe heruntergekurbelt war und ich in Wirklichkeit die Marschkapelle mit den Trommeln und den Gleichschritt der Parade nur wenige Blocks entfernt hörte. Wir parkten den Wagen. Wenn wir versuchen, noch näher ranzufahren, stecken wir hinterher fest, sagte Porter. Los, komm, nur drei Blocks weiter geht eine bescheidene Parade die Main Street runter. Die größere kommt später, aber ich knipse lieber die Highschool-Kids. Sind irgendwie frischer als so eine erstklassige College-Marschkapelle. Einen Augenblick lang kam mir das Mädchen am 13. Loch in den Sinn. Höchstwahrscheinlich hätte sie jetzt auf dem Bürgersteig gestanden und zugeschaut. Vielleicht wäre sie auch mit jugendlichem Eifer mitmarschiert. Ich folgte Porter und den anschwellenden Klängen von Stars and Stripes forever. Keine Parade ohne Sosa. Die Zahl der Zuschauer am Straßenrand war eher spärlich, spendete aber umso enthusiastischer Applaus. Es waren jede Menge kleine Kinder mit Ballons und Babys im Buggy dabei. Inzwischen spielte die Kapelle einen Hit, der in der Orchesterfassung kaum wieder zu erkennen war. Die Blasinstrumente blitzten in der Sonne, die Stiefelabsätze der Musikanten klackten im Takt auf dem Pflaster. Porter schlängelte sich durch die Zuschauereien auf die Straße. Ich beobachtete, wie er den Marschierenden geschickt auswich, mal zur Seite sprang, mal vorauseilte und unablässig Fotos schoss. Unter dem Anschwellen und Abeppen der Melodien heftete sich mein Blick an eine Gruppe von Tamburmajorinnen in der Mitte der Straße. Ihre Silberstäbe prasselten so rasant auf ihre Instrumente nieder, dass sie in der Sonne Lichtfunken sprühten. Auch die goldenen Uniformen der Mädchen blitzten in der Sonne. Ich beobachtete ein Mädchen, das um Rand lief. Ihr Stab schien sich wie von selbst zu bewegen, und die Menge folgte ihrer Vorführung wie verzaubert. Sie brachte es fertig, einen Moment zurückzutreten und den Stab hoch in die Luft zu werfen, sodass er im Takt zum Marschmusik in den Himmel wirbelte und tanzte. Dann ging er nieder und trudelte dem Mädchen entgegen. Genau im richtigen Moment streckte sie die Hand danach aus. Es schien, als hätte sie ihn gepackt, doch eigenwillig entwischte er ihr und wirbelte zu Boden. Für einen kurzen Moment fiel das Mädchen aus dem Takt, um ihn aufzuheben, und als wäre nichts geschehen, tanzte er eine Sekunde später wieder in ihrer Hand. Doch die kleine Künstlerin hielt mit zusammengepressten Lippen die Tränen zurück. Als sie sich in die andere Richtung wandte, verlor ich sie aus dem Blick. Ich dachte wieder an das Mädchen am 13. Grün. In dem Alter war alles anders. Ein heruntergefallener Stab rührte zu Tränen. Was noch? Ein verpatztes Date, ein unfreundliches Wort, eine nicht bestandene Prüfung. Keine Zeit für den Tod. Ich lauschte den Trommeln, bis ich Portas Hand auf der Schulter spürte. Hallo, jemand zu Hause? fragte er schmunzelt. Als wir in die Redaktion zurückkehrten, war es Nachmittag. Porter begab sich unverzüglich ins Labor, um seine Aufnahmen zu entwickeln, während ich ohne Eile zu meinem Schreibtisch ging. Kaum sah mich Nolan aus der Nische der Lokalredaktion, kam er mit beschwingten, tänzelnden Schritten und einem strahlenden Grinsen auf mich zu. Volltreffer, verkündete er. Was? Bei der Polizei in Coral Gables sind gestern im Laufe der Nacht mindestens sechs, sieben Anrufe von einem Mr. Jerry Hooks und seiner Frau eingegangen. Er arbeitet in der Chefetage der Eastern Airlines, großes stattliches Haus in bester Lage, und sie haben eine 16-jährige Tochter namens Amy. Sie ist gestern Abend mit Freunden auf eine Party gegangen und nicht nach Hause gekommen. Volltreffer. Sind Sie sicher, dass sie unsere Tote ist? Mein Lieutenant bei der Polizei hat es mir gerade bevor sie reinkamen bestätigt. Er hat die beiden Detekters schon zu den Eltern rausgeschickt. Ich schlage vor, sie fahren hinterher. Bei jedem Verbrechen, besonders aber beim Mord, wird dies die unangenehmste Pflicht von allen. Im Vergleich dazu nahm sich der Anblick einer verstümmelten Leiche, das distanzierte Augenmerk auf bedeutsame Details, beinahe harmlos aus. Ich wusste nicht, was mich erwartete. Bei ähnlichen Gelegenheiten hatte ich die ganze Bandbreite der Gefühle hautnah miterlebt. Die fassungslosen Angehörigen hatten mich bedroht oder umarmt, sich an meiner Schulter ausgeheult oder mich angebrüllt. Zum zweiten Mal an diesem Tag hudde ich Porter ab. Er hatte gerade mit den Abzügen begonnen und fuhr mit ihm durch die Stadt zur Familie des toten Mädchens. Als wir eintrafen, standen Martinez und Wilson draußen vor der Haustür. Martinez trug eine Sonnenbrille mit Spiegelglas, sodass man bei einem Blick in sein Gesicht statt seiner Augen nur sich selbst sah. Wilson wischte sich mit einem weißen Taschentuch über die Stirn, doch irgendwie schien das weiße Leinen die Hitze einzufangen und ihn noch mehr ins Schwitzen zu bringen. Stellen wir uns der traurigen Realität, murmelte Porter auf dem Weg zu den beiden Detektives. Immer, ihr Burschen, habt ihr heilig, begrüßte uns Wilson. Immer auf dem Sprung, um ja nichts zu verpassen, was? Ich verkniff mir eine Antwort und fragte Martinez, was erwartet uns da drin? Die Eltern stehen unter Schock. Ich musste ihnen sagen, dass einer von ihnen die Leiche identifizieren soll. Jetzt warten wir auf den Vater. Wie haben sie auf die Nachricht reagiert? Sie haben kein Wort gesagt. Als die Kleine gestern Nacht nicht heimkam, hatten sie wohl schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Offenbar war sie der zuverlässige Typ, hat ihre Eltern nie im Ungewissen gelassen, ist kein einziges Mal zu spät nach Hause gekommen. Hatte sie einen Freund? Gibt es schon Verdächtige? Keinen Festen und soweit die Eltern wissen, hegte niemand einen Groll gegen das Mädchen. Ich meine, sie hatte nicht gerade mit jemandem Schluss gemacht oder dergleichen. Wilson fiel ihm ins Wort. Sie war einfach nur ein anständiges, liebes Mädchen. Keine Drogen, kein Sex, war Cheerleader an der Sunset High Gurt, brachte nur eins und zwei in Heim, wollte aufs College, träumte davon, und Tierärztin zu werden. Gütiger Gott, bei dem schieren Gedanken wird einem übel. Immer noch das Taschentuch an der Stirn sah er mich eindringlich an. Wie werden Sie Ihre Geschichte bringen, he? Eins kann ich Ihnen sagen, wenn Sie dieser Familie noch mehr Kummer bereiten, als sie ohnehin schon hat, dann, dann was? fragte ich scharf zurück. Wofür halten Sie uns? Und dann Martinez gewandt. Und was haben Sie jetzt vor? Naja, wir nehmen uns die Leute vor, die auf derselben Party waren wie das Opfer, aber nach allem, was die Eltern gesagt haben, verspreche ich mir nicht viel davon. Nur Highschool-Kids. Dann warten wir auf den Autopsiebericht, durchforsten die Verbrecherkarteien nach Sexualstraftätern. Auch kein besonders vielversprechender Ansatz. Sieht ja nicht nach einem Sexualdelikt aus. Ich wandte mich an Wilson. Was meinen Sie? Während er sich mit der Antwort Zeit ließ, vervollständigte ich meine Notizen zu Martinez. Ich schätze, wir haben es mit einem Psychopathen zu tun, auch wenn es noch keinerlei Anhaltspunkte gibt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, verlassen Sie sich drauf. Mir entging nicht, wie sich Martinez bei dieser vollmundigen Ankündigung seines Partners ein wenig genervt zur Seite wandte. Wissen Sie, sagte der jüngere Ermittler, wenn wir an einen Tatort gerufen werden, steht meistens von Anfang an fest, wer der Mörder ist. Das Opfer liegt am Boden, der Täter steht mit rauchendem Kolz sozusagen daneben und heult. Oder die Ehefrau sagt sich eines Tages, dass sie ihr Angetrauter nach einem schwierigen Tag bei der Arbeit einmal zu oft verprügelt hat und knallt ihn ab. Oder der Vater vergisst, die Waffe wegzuschließen, die er sich zugelegt hat, um die Familie zu beschützen und sieht, dass sich sein Fünfjähriger damit erschossen hat. Dann die andere Kategorie, wo es den Mann an der Kasse in der Imbissbude im Ghetto erwischt. Auch da werden wir meistens sehr schnell fündig, weil jemand das Mal aufreißt. Oder Drogen. Jemand setzt sich einen Schuss, jemand anderes wird umgebracht. Das eine gehört zum anderen, so läuft das in der Szene. Das organisierte Verbrechen ist ein heißes Pflaster. Profikiller sind natürlich ganz gut darin, ihre Spuren zu verwischen, aber zumindest wissen wir von Anfang an, womit wir es zu tun haben und in welche Richtung wir ermitteln müssen. Und außerdem, wen kümmert's schon. Die Morde, bei denen sich Täter und Opfer nicht kennen, bei denen es mehr oder weniger zufällig einen bestimmten Menschen trifft, kommen am seltensten vor. Möglicherweise kräuten sich ihre Wege nur dieses eine Mal, für diesen einen verhängnisvollen Augenblick. Keine Indizien, keine Zeugen, keine Spur. Bei diesen Fällen sehen wir ganz schön alt aus und ich denke, mit so einem Fall haben wir es hier zu tun. Die Frage, ob es eine Sexualkomponente gibt oder nicht, macht es nur noch schwerer. Wie erklären Sie sich die gefesselten Hände? fragte ich. Was weiß ich? Martinez zuckte die Achseln. Ich sah die beiden stirnrunzelnd an. Sie halten mit etwas zurück, sagte ich ihnen auf den Kopf zu. Sie beteuern, dass Sie absolut im Dunkeln tappen und morgen früh warten Sie mit einer Verhaftung auf, richtig? Pünktlich, wenn die Post rauskommt. Hören Sie, ich erwarte ja gar nicht, dass Sie mir verraten, was Sie haben, nur die ungefähre Richtung. Martinez schien verärgert. Wilson wandte sich ab. Ein Teufel werde ich tun, sagte Martinez. Was wir haben? Eine Leiche mit gefesselten Händen im Gebüsch, das ist es auch schon. Ich wünschte, es wäre anders, aber leider hat der Mörder keine Visitenkarte mit Namen und Adresse und Fingerabdrücken am Tatort hinterlassen. Sie wollen eine schnelle Verhaftung? Bitte, dann schnappen Sie den Kerl doch selbst. Lassen Sie sich nicht aufhalten, verdammt! Ich musste ihm die Antwort schuldig bleiben, denn in diesem Moment ging die Haustür auf. Ich ließ mir die Empörung nicht anmerken und biss mir auf die Lippen. Wenn ich hier etwas in Erfahrung bringen wollte, dann nur mit Anteilnahme und Takt. Bei jeder Familie, die einen engen Angehörigen verloren hat, ob durch ein Verbrechen, einen Unfall oder höhere Gewalt, versuche ich zu zeigen, dass ich in ihrer Tragödie mit ihnen fühle, auch wenn ich alles daran setze, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und so stellte ich mich zuerst dem Mann vor, der in der Tür erschien und dann der Frau, die dicht hinter ihm aus dem Haus trat. Ihre Augen waren gerötet und verquollen. Mir ist bewusst, sagte ich in ernstem, gedämpftem Ton, was sie gerade durchmachen, aber es wäre sehr hilfreich, wenn sie sich einen Moment Zeit nehmen und mir ein wenig über ihre Tochter erzählen könnten, über ihre Hoffnungen, ihre Träume. Der Vater nickte. Ganz offensichtlich stand er unter Schock und registrierte meine Worte kaum. Er warf den Detektiv seinen fragenden Blick zu, auf den die beiden jedoch nicht reagierten. Sie ist ein wunderbares Mädchen, sagte der Vater dann im Präsens. Ich meine, man kann sich kein liebenswürdigeres Kind wünschen. Alle lieben sie. Wir machen uns die größten Sorgen. Martinez nahm ihn am Arm. Das wird ein schwerer Gang für sie, redete er dem Vater gut zu. Am besten bringen sie es so schnell wie möglich hinter sich. Der Mann nickte und die beiden Polizisten geleiteten ihn zu ihrem Wagen. Ich sah ihnen hinterher. Jeder Schritt schien eine Qual. Hinter mir hörte ich das Klicken und Sirren der Kamera. Ich drehte mich zur Mutter um. »Vielleicht können wir uns einen Moment zusammensetzen und reden?« sagte ich zu ihr. »Es wird eine Weile dauern, bis jemand zurückkommt.« Sie nickte. Ich trat möglichst unaufdringlich hinter ihr ins Haus und ließ die Tür angelehnt, damit Porter mir folgen konnte. Durch die Eingangsdiele begab sich die Mutter mit schweren Schritten in ein geräumiges Wohnzimmer. Ich ließ den Blick schweifen und prägte mir sämtliche Einzelheiten ein. »Ob ich wohl ein Glas Wasser haben könnte?« fragte ich sie. »Draußen ist es schrecklich heiß.« Für eine Sekunde sah sie mich verständnislos an. Dann faßte sie sich. »Natürlich.« »Natürlich.« »Ich bringe Ihnen ein Glas.« Sie verschwand durch eine Tür, vermutlich in die angrenzende Küche. Ich nutzte den Moment, um mich zu sammeln und meine Gedanken zu ordnen. Eine Wand mit Familienfotos erregte mein Interesse. Mir fiel die wohl durchdachte Einrichtung auf. Moderne, niedrige Möbel. Teuer, fügte ich in Gedanken hinzu. In einer Ecke stand ein Flügel. Dazu merkte ich eine Frage vor. Neben der großen Stereoanlage waren ein paar Schallplatten verstreut, einige mit Rock, andere mit Classic. Kein Fernseher im Raum. Ich ging zur Rückseite und spähte durch die Glasschiebetüren auf die Gartenterrasse, den Swimmingpool, die schattenspendenden Bäume, den saftig grünen Rasen. In Florida zeugte ein grüner Rasen von der Entschlossenheit der Hauseigentümer, der Sonne den Kampf anzusagen. Als ich hinter mir die Mutter zurückkehren hörte, drehte ich mich zu ihr um. Ich bewundere gerade ihren Rasen. Erinnert mich an den Norden. Sie lächelte zaghaft, während sie mir das Glas Wasser mit Eiswürfeln reichte und spähte zu Porter hinüber, der sich im Hintergrund hielt und möglichst unauffällig fotografierte. Achselzuckend fügte sie sich in seine Anwesenheit und sank in einen Sessel. Einen Augenblick lang legte sie das Gesicht in die Hände. Dann sah sie mich an. Sie können sich nicht vorstellen, was für eine Höllenangst ich habe. Auch wenn sie mit fester Stimme sprach, trabten ihr die Tränen in die Augen. Sie legte eine bemerkenswerte Selbstbeherrschung an den Tag. Ich habe letzte Nacht kein Auge zugetan. Auch Jerry nicht. Einmal ist er aus dem Haus gegangen und hat einfach nur das Viertel abgefahren. Er wusste, dass er sie so nicht finden würde, aber er hielt das Wacken nicht mehr aus. Wissen Sie, das ist das erste Mal. Sie bleibt sonst nie über Nacht weg. Haben die Jungs auch nie gemacht. Wie ihr Mann im Präsenz, dachte ich. Sie hat es noch nicht begriffen. Wie viele Kinder haben sie? fragte ich und machte unentwegt Notizen. Sorge einfach dafür, dass sie weiterredet. Die Story schreibt sich dann von selbst. Drei, sagte sie. Amy ist unsere Jüngste. Jerry Junior hat gerade an der Stanford University mit dem Studium begonnen und sein älterer Bruder Steven studiert in Boston Medizin. Harbert? Sie lächelte scheu. Sicher wünschte er sich, es wäre so. Nein, an der Tafts. Trotzdem, sagte ich, kann sich doch wohl sehen lassen. Sie nickte. Wissen Sie, er war in Vietnam als Sanitäter. Da hat er wohl schreckliches Leid gesehen. Wahrscheinlich ist dort sein Entschluss gereift. Als er zurückkam, hat er sich in Summerschool-Kurse gestürzt, in Chemie und Gott weiß was noch und er wurde zugelassen. Jetzt ist er im zweiten Jahr. Erzählen Sie mir von Ihrer Tochter, ermunterte ich sie. Sie hielt die Luft an, als hätte sie die Bitte kalt erwischt. Alle drei sind, liebe Kinder. Sie haben kaum Probleme gemacht. Gut, Steven ist gegen unseren Willen in den Krieg gegangen, weil er gerade mit der Highschool fertig war und es für seine Pflicht hielt. Jerry Junior, na ja, in seiner Schulzeit hat er es uns nicht immer ganz leicht gemacht, mit seinen Demos, den langen Haaren und so. Aber das war eine Phase. Es ging vorüber. Die größten Sorgen haben wir uns wegen Drogen gemacht, weil offenbar fast jeder an seiner Schule welche nahm. Aber er war ein sehr guter Schüler, von Anfang an wie sein Bruder. Manchmal denke ich, für Amy ist es nicht leicht. Die Messlatte liegt ziemlich hoch. Sie eifert immer ihren Brüdern nach. Sie waren ihr immer sehr wichtig. Sie hat immer versucht, so zu sein wie sie, dieselben Dinge zu tun. Sicher ist es manchmal verwirrend, für sie ein Mädchen und eben anders zu sein. Als Kind tollte sie lieber draußen herum, als mit Puppen zu spielen oder was kleine Mädchen sonst zu machen. Während Jerry bei den Northwest Airlines arbeitete, lebten wir in Minneapolis. Wir sind erst, warten Sie, im Oktober vor zwei Jahren näherher gezogen. Ich war froh, weil sie hier wie früher viel Zeit im Freien verbringen kann. Wären wir nach New York oder sonst wo in die Großstadt gezogen, dann fährst er mit vorbei gewesen. Da lebt man ständig in Sorge. Und sie ist so ein verständiges Mädchen. Cheerleader? Ja, stimmt. Die Mutter stieß ein kurzes Lachen aus. Und stellvertretende Klassensprecherin. Sie möchte mal Tierärztin werden, vermutlich, um es ihrem älteren Bruder gleich zu tun, ohne in direkte Konkurrenz mit ihm zu treten. Wie es aussieht, wird sie jedenfalls auch mal Medizin studieren. Und dann hielt sie erschrocken inne wie ein Fallschirmspringer mitten im freien Fall. Das heißt, ich weiß nicht, mein Gott, was ist nur passiert? Nachdem sie sich so lange tapfer zusammengerissen hatte, brach sie in Tränen aus und sackte in ihrem Sessel zusammen. Mit einem Schlag hatte sie die Realität eingeholt und sie wirkte wieder hilflos und verloren. Diesen Ausdruck sah ich nicht zum ersten Mal. In der Stille sirrte nur die Kamera. Die Mutter hielt sich die Hände vors Gesicht und wippte wie unter unerträglichen physischen Schmerzen vor uns zurück. Mein Gott, sagte sie. Mein Kind. Madam, bitte, sagte ich. Nur noch eine Minute. Haben Sie vielleicht ein Foto von Amy, das Sie mir mitgeben können? Wir schicken es Ihnen natürlich gerne zurück. Eins aus jüngerer Zeit? Die Mutter nahm die Hände vom Gesicht und starrte mich an. Ein Foto? Ja, ein Klassenfoto vielleicht oder ein Familienschnappschuss. Ich hole Ihnen eins. Ihr Blick fiel auf Porter. Möchten Sie auch ein Glas Wasser? Ich hatte schon so manche Kämpfer Natur gesehen, Leute, die einen Magentiefschlag einstecken konnten, ohne ihre Geistesgegenwart zu verlieren. Doch diese Frau war bewundernswert. Als Porter nickte, stand sie auf, um erneut in die Küche zu gehen. Ich sah ihr hinterher. Sie war hochgewachsen, in einem farbenfrohen Kleid von schlichter Eleganz. Das hellbraune Haar hatte sie streng nach hinten frisiert. Sie trug kaum Make-up. Die Tränen hätten ihr nur das Gesicht verschmiert. Sie besaß eine selbstverständliche Anmut. Als sie aus dem Zimmer verschwand, drehte ich mich zu Porter um, doch der sah sich gerade die Fotos an der Wand an. Die sind gut, sagte er. Da hat jemand ein Händchen für die Kamera. Oder sie stammen von einem Profi. Gute Bildaufteilung, gekonnte Beleuchtung. Das stimmt einfach alles. Die Mutter kehrte mit einem Foto in der einen Hand und einem Glas in der anderen zurück. Die meisten hat Jerry Junior gemacht, sagte sie. Sie hatte seine Bemerkung gehört und reagierte wie jede stolze Mutter. Gut möglich, dass er sich nach dem Studium in ihrem Fach versucht. Dann sagen sie ihm, wenn sie es einrichten können, dass ich seine Bilder wirklich gut finde. Sie lächelte. Danke. Das wird ihn sehr freuen. Dann reichte sie mir das Foto. Geht das? Ich sah es mir genauer an. Ein hübsches, blondes Mädchen, fröhliches Lächeln, offener Gesichtsausdruck. Sie trug Jeans und stand am Pool. Zu ihren Füßen lag ein Collie. Das ist Lady. Leider mussten wir sie vor einigen Monaten einschläfern lassen. Amy war am Boden zerstört. Ich glaube, da hat sie beschlossen, Tierärztin zu werden. Das Bild hat auch Jerry Junior gemacht. Es ist perfekt, sagte ich. Es wird den Lesern das Herz brechen, fügte ich in Gedanken hinzu. Ich schicke es ihnen zurück, sobald wir es nicht mehr brauchen. Das wäre nett. Einen Moment lang standen wir einfach nur zu dritt im Raum. Was meinen Sie? Könnte sich die Polizei getäuscht haben? Ich sah, wie ihr die Tränen erneut in die Augen stiegen. So etwas ist, glaube ich, schon vorgekommen. Haben Sie, haben Sie mit eigenen Augen? Mehr bekam sie nicht heraus. Ich brachte die Wahrheit nicht über die Lippen. Solche Fehler passieren des Öfteren. Gewissheit bekommen sie erst von ihrem Mann. Ich habe zwar die sterblichen Überreste gesehen, aber ich deutete auf das Foto. Wirklich schwer zu sagen. Sie trug, als sie gestern Abend ausging, blaue Jeans und ein blau-rot gestreiftes T-Shirt. Ich sah Porter an. Wir hatten wohl beide dasselbe Bild vor Augen. Er wandte den Blick ab. Tut mir leid, aber so nah bin ich nicht herangekommen. Ich schon. Die Mutter setzte sich wieder hin. Das kommt mir alles so unwirklich vor. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nur, dass es wichtig ist. Aber als ob es jemand anderem passierte und nicht mir. Als wollten Sie beide zu jemand anderem und nicht zu mir. Das ist alles ein großes Missverständnis. Ist das real? Mein Gott, ich weiß einfach nicht, was ich denken, was ich davon halten soll. Sie sah mich an. Wie soll ich denn auch einen klaren Gedanken fassen, wenn plötzlich die ganze Welt aus den Fugen geraten ist? Ich wusste keine Antwort. Und dann klingelte das Telefon. Es war ein aufdringlicher, verstörender Laut. Die Mutter durchquerte das Zimmer und nahm ab. Ich blieb stehen und hörte zu. Ich wusste, was es war, auch wenn ich nur ihre Antworten mitbekam. Ja, Schatz, sagte sie. Geht schon. Plötzlich schien ihr Gesicht zu verkrampfen. Sag schon, schrie sie. Sag schon. Ich sah, wie sie die Augen schloss und die Zähne zusammenbiss. Sie setzte sich mit stocksteifem Rücken und vorgeneigtem Kopf langsam auf einen Stuhl. Ich setz mich schon. Sag's mir endlich, bitte. Und dann fuhr sie vor Entsetzen mit der Hand an den Mund. Oh mein Gott, brachte sie heraus. Mein kleiner Schatz. Behutsam, als sei es wichtig, dass alles an seinem Platz war, hängte sie den Hörer ein. Dann sah sie zu mir auf. Sie ist es, brachte sie mit ausdrucksloser Stimme heraus. Mein Kind, mein kleines Mädchen. Ma'am, sagte ich, können wir jemanden holen, damit sie nicht alleine sind. Ein Nachbarn vielleicht. Doch sie schien mich nicht zu hören. Ein kleines Mädchen, wiederholte sie. Porter machte mir mit dem Kopf Zeichen zu verschwinden. Ich nickte. Wir gehen jetzt, Ma'am, sagte ich. Es tut uns unendlich leid. Sie sprach immer noch mit dieser unbeteiligten, monotonen Stimme. Wer bringt so etwas fertig? fragte sie. Was für eine Bestie bringt so etwas fertig? Oh mein Gott, was ist nur passiert? Wer kann denn mein kleines Mädchen umbringen wollen? Meine Kleine? Nein. Oh Gott. An dieser Stelle versagten ihr die Worte, als setzten sie ihr wie Staub die Kehle zu. Sie stöhnte, krümmte sich und hielt sich den Bauch. Wieder klingelte das Telefon. Beharrlich. Doch sie machte keine Anstalten aufzustehen. Nach einer Weile ging ich hinüber und nahm ab. Es war noch einmal ihr Mann. Hallo! Hallo, Liebling! brüllte er. Nein, sagte ich. Hier spricht der Reporter vom Journal. Hören Sie, ich glaube, sie sollte jetzt nicht allein sein. Kann vielleicht ein Nachbar rüberkommen? Auch der Mann wirkte wie benommen. Er reagierte nicht. Schließlich antwortete er, Ja, nebenan, die Allens, rechts. Die Polizei braucht noch eine Aussage von mir. Sagen Sie ihr bitte, ich komme so schnell wie möglich nach Hause und danke für Ihre Hilfe. Wir kümmern uns um die Nachbarn, erwiderte ich und legte auf. Porter hatte ihr sein Glas mit dem Rest Wasser gereicht und sie leerte es in einem Schluck. Wir gehen jetzt, Ma'am. Wir schicken Ihnen jemanden. Doch sie schien mich nicht zu hören, sondern stöhnte nur weiter leise vor sich hin. Als wir vor die Tür traten, kam es mir, falls das überhaupt möglich war, noch heißer vor. Nebenan, sagte ich zu Porter, die Ernst. Porter nickte und rannte durch den Garten. Ich beobachtete, wie er eingelassen wurde und wenig später mit einem Mann und einer Frau herauskam, die er über den Rasen führte. Er ließ sie ins Haus und stieg zu mir ins Auto. Hast du sie vor den Leuten vom Fernsehen gewarnt? Die müssen jeden Moment hier einfallen. Ich hab's erwähnt, erwiderte er. Ob sie's richtig begriffen haben, weiß ich nicht. Wenn nicht jetzt, dann in den nächsten Minuten. Okay, fahren wir. Vielleicht erwischen wir den Vater noch im Polizeipräsidium. Uns läuft die Zeit davon. Porter murmelte etwas zur Antwort und fuhr los. Es geht ihm wohl doch unter die Haut, zumindest ein bisschen, dachte ich. und konnte mir ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. Er griff zum Funkgerät und gab in der Bildredaktion Bescheid, wohin wir noch wollten. Offenbar hatte Nolan mitgehört, denn er meldete sich, um mich zu sprechen. Und? fragte er. Wie sieht's aus? Nolan, sagte ich in selbstbewusstem Ton, nur so viel, ich habe eine Bombenstory. Von der Spiegelung der Sonne auf dem Asphalt flutete grelles Licht durch die Windschutzscheibe. Für den Rest der Fahrt ins Zentrum lauschten wir stumm dem Summen der Klimaanlage und dem Geräusch der Reifen auf der Straße. Am Präsidium sah ich den Vater in Begleitung der beiden Detektives aus einem Seiteneingang kommen. Wir bogen gerade auf den Parkplatz ein und so sprang ich aus dem Wagen, bevor er ganz zum Stehen kam. Als sie auf ein ziviles Polizeifahrzeug zugingen, verstellte ich ihnen den Weg. Hinter mir hörte ich Porters Schritte. Mr. Hooks, sagte ich, könnte ich nur einen Moment mit Ihnen sprechen. Die Polizisten machten grimmige Gesichter, schritten jedoch nicht ein. Als ich merkte, dass der Vater mich nicht auf Anhieb unterbringen konnte, fügte ich hinzu, vom Journal. Wir haben vor ein paar Minuten telefoniert. Die Nachbarn kümmern sich jetzt um ihre Frau. Es dämmerte in seinem Gesicht, dennoch zögerte er. Ich weiß wirklich nicht, was ich Ihnen sagen soll. Herzlichen Dank, dass Sie meiner Frau geholfen haben, aber mir steht wirklich nicht der Sinn, danach irgendwelche Erklärungen abzugeben. Ich hoffe einfach nur, dass Sie den Täter möglichst bald fassen, wie ein Mensch zu so etwas imstande ist. Aber ansonsten habe ich nichts zu sagen. Das verstehen Sie doch. Natürlich, erwiderte ich, ohne mich vom Fleck zu rühren. Haben Sie gestern Nacht schon etwas derartiges befürchtet? Wie sollte ich? Wer denkt denn gleich an so etwas? Ich habe mir Sorgen gemacht, wer hätte das nicht, habe bei sämtlichen Notaufnahmen in der Stadt angerufen und nach ihr gefragt. Ich hatte Angst, sie hätte einen Autounfall gehabt. Die Sorge trieb mich um. Aber wirklich, ich möchte jetzt nichts sagen, ja. Ich machte weiter meine Notizen. Würde es Ihnen Genugtuung bereiten, zu sehen, wie der Mann, der Ihre Tochter getötet hat, seiner gerechten Strafe zugeführt wird? Oh Gott, und ob es das täte? Er soll dafür büßen, was er getan hat, antwortete der Vater und ich blickte vom Notizbuch auf, weil ihm die Stimme versagte. Er soll am eigenen Leib spüren, was ich in diesem Augenblick durchmache, was er uns angetan hat. Der Vater verstummte abrupt und sah mir eindringlich ins Gesicht. Aber im Moment kann ich Ihnen wirklich nichts sagen. Natürlich, es ist nur allzu verständlich, antwortete ich und gab den Weg frei. Wilson ging mit finsterer Miene an mir vorbei zur Fahrertür und als sie vom Gelände rollten, hielt sich der Vater beide Hände vors Gesicht. Fast dieselbe Geste wie bei der Mutter, musste ich unwillkürlich denken, als versuchten sie, die Augen vor einer Schreckensvision in ihrem Kopf zu verschließen. Ich drehte mich zu Porta um. Na? Gute Story? Oh ja, Spitze. Titelseite? Was sonst? Was sonst? Stimmte ich zu. Inzwischen ging der Nachmittag zur Neige und die Hitze ließ ein wenig nach, als suchte sie sich für die Nacht ein stilles Plätzchen. Wir wendeten und fuhren zum Journal zurück. Nolan kam gerade aus der letzten Redaktionssitzung, als ich auf der Bildfläche erschien. Er winkte mich zu sich und mit einem Siegerlächeln setzte ich mich in Bewegung. Gute Story? fragte er. Denke schon, gab ich mich bescheiden. Dann lassen Sie mal hören, sagte er, während ich mir einen Kaffee hole. Auf dem Weg zum Getränkeautomaten in der Ecke der Redaktion fasste ich den Artikel, der in meinem Kopf Gestalt annahm, zusammen, in dem ich die Highlights umriss und einige Details überging. Ich erzählte ihm von der Leiche auf dem Golfplatz und von dem Jogger, der etwas Buntes im Gestrüpp erspäht hatte, von der Mutter und den Fotos an der Wand, dem Anruf und wie sie bei der schrecklichen Nachricht zusammengebrochen war. Dann kam ich zum Vater und den Detektives, las Nolan einige Äußerungen wörtlich aus meinen Notizen vor. Als ich geendet hatte, nahm er ein paar Schlucke von seinem Kaffee und überlegte einen Moment. Also gut, rückte er schließlich heraus. Ich habe mich für die Titelseite stark gemacht und sie bekommen. Sie haben einen anderen Beitrag weiter nach hinten geschoben. Folgendes will ich sehen. 75 Zeilen für den Hauptartikel und 30 für den Begleitbericht. Der Jogger gehört in den Leitartikel mit wörtlichen Zitaten und Details. Schreiben Sie einen gesonderten Beitrag über die Mutter und den Vater, aber sparen Sie sich ein, zwei Zitate für den Leitartikel auf. Fangen Sie mit der Leiche und dem Stand der polizeilichen Ermittlungen an, aber bringen Sie die anschaulichen Details und die Reaktion der Eltern dicht dahinter. Alles klar? Klingt gut, aber ich würde liebend gerne einen Begleitbericht über den Burschen bringen, der die Leiche entdeckt hat. Und bekomme ich ein bisschen mehr Platz? Ich sag Ihnen was, konntete er grinsend. Holen Sie meinetwegen ein bisschen aus, solange Sie dafür sorgen, dass es unter die Haut geht. Ich meine, die Leser müssen dieses Mädchen spüren, mit den Eltern leiden, aber nur ein Begleittext über die Mutter und den Vater. Dann fahren Sie in ein paar Tagen nochmal raus und sehen nach, ob der Kerl, der die Kleine gefunden hat, nach wie vor dieselbe Route läuft. Das wäre ein interessanter Folgeartikel. Ich nickte. Trotzdem baue ich ihn auch schon in den Hauptartikel ein. Selbstverständlich, bestätigte Naulen. Halten Sie mit nichts hinterm Berg. Das wird morgen mit Abstand der Knöller. Was ist mit dem Bildmaterial? Was Brauchbares dabei? Ich reichte ihm das Foto, das mir die Mutter gegeben hatte. Gütiger Himmel, sagte er. Was für ein hübsches Ding. Das ist wirklich gut. Ich rede nochmal mit der Redaktion und schlage ein bisschen mehr Platz raus. Fangen Sie mit dem Schreiben an, um alles Weitere kümmere ich mich persönlich. Mach ich. Verlieren Sie das Bild bitte nicht. Ich habe Ihnen versprochen, es zurückzuschicken. Wer hat das gemacht? fragte Naulen. Der Bruder, Jerry Hooks Jr. Dann wird er auch genannt, sagte Naulen. In Ordnung? Gute Idee. Ich rief Christine an und erreichte sie, als sie das Krankenhaus gerade verlassen wollte. Alles klar bei dir? fragte sie. Wie war es auf der Beerdigung? Ich habe es überlebt, antwortete ich. Alle haben es überlebt. Wann sehen wir uns? Es wird spät heute. Ich muss einen wichtigen Artikel schreiben. Du bist zur Arbeit gegangen? Sie klang überrascht. Ich hatte das Bedürfnis, statt rumzusitzen und zu grübeln, meine ich. Ich dachte, die Arbeit lenkt mich vielleicht ab, bringt mich auf andere Gedanken. Und es funktioniert. Du kannst die Finger nicht davon lassen. Es schwang ein leiser Vorwurf mit. Eifersüchtig? Ich lachte und sie fiel mit ein. Soll ich uns was zu essen besorgen? Wie wär's mit einem Steak? Dann bis später, sagte sie. Klingt, als hättest du was zu feiern. Nur eine gute Story, antwortete ich, legte auf und drehte mich zur Schreibmaschine um. In meiner Umgebung arbeiteten andere Reporter und das Hintergrundrauschen ihrer Stimmen mischte sich in das Staccato der elektrischen Schreibmaschinen. Durch die hohen Fenster an der Westseite fiel das milde Licht der letzten Sonne ein. Von meinem Arbeitsplatz aus hatte ich einen prächtigen Blick über das Zentrum. Die hohen Gebäude schienen sich dem kühlen, abendlichen Schatten entgegenzurecken. Ich wandte mich vom Fenster ab und betrachtete das alte Foto von der Palme, die sich unter dem Hurricane bog. Auf der Wetterkarte stellte ich fest, dass der nahende Wirbelsturm sich ein wenig nach Nord-Nord-Ost gedreht hatte und Miami voraussichtlich verschonen würde. Ich schloss einen Moment die Augen und beschwor Bilder und Fakten herauf. Ich sah die Leiche vor mir, das blonde Haar in der Sonne. Ich sah die Mutter, den Vater im Zustand absoluter Panik. Ich legte ein Blatt in die Maschine ein, tippte Buchstaben, Sätze, Absätze. Sobald ich in die Tasten hämmerte, wurde ich zum Virtuosen, die Schreibmaschine zu meinem Instrument. Ich schweb. Ein 16-jähriges Mädchen, Cheerleader an der Sunset High School, am frühen Morgen von einem Jogger entdeckt, die Hände im Rücken gefesselt, wie bei einer Hinrichtung erschossen. Das Gesicht ihrer Mutter von Angst und Entsetzen verzerrt, die Worte des Vaters voller Wut und Qual. Die Polizei sucht fieberhaft nach Anhaltspunkten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Tatverdächtigen. Während sich die Seiten füllten, trabten die Geräusche im Großraumbüro gänzlich in den Hintergrund. Ich arbeitete mit den Eindrücken und Gedanken des Tages und war in meinem Element. Kaum hatte ich den Hauptartikel fertig, wandte ich mich dem Begleitbericht über die Eltern zu. Nur am Rande registrierte ich, wie mir ein Assistent die Blätter vom Schreibtisch nahm und sie über den Scanner ins Computersystem einspeiste. Eine Viertelstunde vor Redaktionsschluss endete ich mit der Frage der Mutter, Wer bringt so etwas fertig? Bei diesem Satz blieb ich einen Moment hängen und mir stiegen wieder Bilder von meinem Onkel auf. Ich sah ihn vor mir, wie er die Waffe in der einen Hand, das Album in der anderen, in Erinnerungen an die Vergangenheit versank. Sah im Geiste, wie ihm die Lippen zu zittern begannen und die Tränen in das gesunde Auge stiegen. Dann, wie er mit einer zackigen Bewegung das Album zuklappte und seinem Leben ein Ende setzte. Mit gemessenen Schritten, wie bei den Sargträgern am Morgen, ging er die Treppe hinauf und mit der sorgfältig gereinigten und geölten Pistole ins Bad. Der Knall des Schusses muss ihm wie ein Zapfenstreich in den Ohren geklungen haben. Nolan beugte sich über mich. Das ist gut, sagte er. Fertig? Ich reichte ihm die letzte Seite und folgte seinem Blick, als er sie überflog. In Ordnung, sagte er. Kommen Sie rüber, ich zeige Ihnen, welche Änderungen ich vorgenommen habe. Er händigte das letzte Blatt einem Büroangestellten aus und ging mit mir zu seinem Platz mit dem Computer. Ein paar Tastenkombinationen und mein Artikel erschien auf dem Monitor. Lesen Sie es durch. Ich entdeckte die Veränderungen, ein paar Wörter und Abschnitte waren umgestellt, Kleinigkeiten. Als nächstes lasen wir den Begleitbericht zusammen. Wirklich nicht übel, er lächelte zufrieden. Ach ja, bevor ich es vergesse. Mit flinken Fingern tippte er von Malcolm Anderson. Dann las er beide Artikel noch einmal, bis er zum letzten Zitat der Mutter kam. Das ist ein guter Schlusssatz, sagte ich. Er war meiner Meinung. Damit ist irgendwie alles gesagt, nicht wahr? Ich nickte. Nur, dass wir beide damit gründlich daneben lagen. Am nächsten Morgen brauchte ich eine Weile, bis ich den ersten Blick auf die Titelseite werfen konnte. Christine stand vor mir auf und holte die Zeitung herein. Während ich duschte, machte sie Kaffee und Frühstück. Durch die Badezimmertür hörte ich von ihr dieselbe Frage wie von der Mutter des Mordopfers. Mein Gott, wer bringt so etwas fertig? Ich rief zurück, dass es wahrscheinlich der sprichwörtliche Typ von nebenan war, der Freund, dem sie den Laufpass gegeben hatte, jemand, von dem die Eltern vermutlich nichts wussten. Doch sie rief zurück, aber auch das würde es nicht erklären. Ohne zu antworten, spülte ich weiter den Seifenschaum von der Haut, genoss das lauwarme Wasser im Haar und im Gesicht. Das Badezimmerfenster war geöffnet und ein neuer Tag heizte sich auf wie ein warmlaufender Motor. Schon bei dem Gedanken daran wird einem schlecht, sagte sie, als ich rauskam. Gedanken woran? So ein Verbrechen. Ich meine, Gründe für einen Mord kann man sich viele denken. Eifersucht, irgendwelche perversen Neigungen, Habgier, was weiß ich. Aber das erklärt doch alles nicht, wieso jemand dieses arme Mädchen umbringt. Das ist einfach krank. Macht dir so etwas nichts aus? Das kommt auf dem Blickwinkel drauf an. Und? Der wäre? fragte Christine. Was hältst du von der Sache? Sie schmierte Butter und Marmelade auf ihren Muffin. Die Sonne schien zu den Küchenfenstern herein und blitzte in der Klinge ihres Messers auf, als sie es neben dem Teller ablegte. Ihr Haar rahmte ihr Gesicht und fiel ihr bis auf die Schultern. Das Kastanienrot fing das Licht im Zimmer ein und brachte es zum Leuchten. Ich höre, forderte sie mich auf. Es ist nur eine Reportage, erwiderte ich. Das ist nun mal mein Beruf. Zeitungen sind in erster Linie eine chronik tragischer Ereignisse. Gestern war es eben meine Aufgabe, einer dieser Tragödien nachzugehen und für alle anderen mehr oder weniger vom Schicksal geschlagenen Menschen, wenigstens im Verbreitungsgebiet unseres Journal, in einer Art und Weise darüber zu berichten, dass sie betroffen den Kopf schütteln können. So wie du reagieren wahrscheinlich heute die meisten Leute in Miami und Umgebung am Frühstückstisch. Und dabei denkt natürlich auch jeder, der den Artikel liest, wenigstens ist uns das nicht passiert. Und auch dazu dient mein Job. Ist das in deinem Beruf nicht ähnlich? Redest du dir bei einer OP nicht auch ein, das hätte schließlich nichts mit dir persönlich zu tun? Bist du nicht irgendwie froh, dass du nicht selbst auf dem Tisch liegst? Nein, widersprach sie. Nein, kann ich nicht sagen. Ich trank meinen Orangensaft und griff nach dem Sportteil. Mit einem haushohen Sieg über die Red Sox hatten die Yankees ihre Führung weiter ausgebaut und für eine Weile vergaß ich das tote Mädchen mit dem blonden Haar. Als ich in die Redaktion kam, standen die meisten Kollegen herum und überflogen die Morgenzeitung. Neben dem Eingang lag immer ein Stapel mit den Zeitungen des Tages. Ich nahm eine und warf einen Blick auf die Titelseite, ohne zu lesen. Ich wollte es mir an meinem Schreibtisch bequem machen und mir jedes Wort auf der Zunge zergehen lassen. Auch die Nachmittagsausgabe der Post nahm mich mit, um zu sehen, was die Konkurrenz aus der Geschichte machte. Zwar waren mir im Verlauf des gestrigen Tages keine Reporter der Post ins Auge gefallen, doch vielleicht hatte ich sie nur übersehen. Auf dem Weg zum Schreibtisch riefen mir ein paar Kollegen anerkennende Worte zu. Saubere Arbeit! Oder mit einem Grinsen. Zugabe! Zugabe! Der übliche Ansporn halt, wenn einer von uns seinen Knüller landete und es auf die Titelseite schaffte. Zum Spaß nickte ich ihnen, wie ein Schauspieler dem geneigten Publikum, dankend zu und richtete mich an meinem Arbeitsplatz ein. Als Aufmacher hatte es mein Artikel ganz nach oben über den Pfalz geschafft und damit den nationalen Leitartikel des Tages auf Platz zwei verdrängt. Junges Mädchen tot aufgefunden. Polizei sucht Hinrichtungsmörder. Die Schlagzeile reichte über alle sechs Spalten der ersten Seite. Ich sah mir das Bild des Mädchens darunter an. Selbst im körnigen Schwarz-Weiß war ihre jugendliche Schönheit noch mit Händen zu greifen. Sogar der Begleitbericht begann, in den Hauptartikel eingebettet und die Headline in kleinerem Druck, auf der ersten Seite. Ein Anruf und das Schicksal schlägt zu, las ich. Eine Spur zu reißerisch, dachte ich, andererseits machte man Auflage nicht mit Taktgefühl. Mit Befriedigung las ich die beiden vertrauten Texte und mit jeder Zeile wichen die Eindrücke vom Vortag dem gedruckten Wort, überlagerte die Beschreibung der betroffenen Personen die Menschen aus Fleisch und Blut. Während ich las, klingelte das Telefon auf meinem Tisch. Es war Christine. Ich wollte vorhin keinen Streit mit dir, sagte sie. Hatten wir denn einen, konterte ich lachend. Nein, erwiderte sie, ich wollte dir nicht einen Mangel an Mitgefühl unterstellen. Aber damit lägest du richtig, neckte ich sie. Nein, ich glaube nicht, sie klang gereizt. Wo steckst du gerade? Im Krankenhaus. Die Ärzte sind jeden Moment so weit und ich muss im OP noch nach dem Rechten sehen. Ich wollte nur kurz anrufen, weil dich das Ganze, weiß auch nicht, scheinbar kalt lässt. Es lässt mich wirklich einigermaßen kalt. Ich würde ja verrückt, wenn ich mir das alles hier zu Herzen nehme. Das würde jeder. Bei diesem ganzen Irrsinn muss man sich einen Panzer zulegen, sonst hält man das nicht lange durch. Ich weiß nicht, beharrte sie. Hör mal, erwiderte ich, wen habt ihr heute unter dem Messer? Ein Geschäftsmann. Oder Anwalt, bin mir nicht sicher, im mittleren Alter. Hat er Familie? Sicher? Überlebenschancen? Keine Ahnung. Es ist ein diagnostischer Eingriff in den Magen. Ich glaube, sie wissen nicht, was sie erwartet, aber bestimmt nichts Gutes. Hast du mal mit ihm gesprochen? War seine Familie im Krankenhaus? Ein bisschen und gestern habe ich ihn mit einer Frau und einem Jungen so um die 16 gesehen. Sie sahen alle ziemlich elend aus, besonders die beiden Gesunden. Und was ist dir dabei durch den Kopf gegangen? Naja, ich fand's traurig, deprimierend. Am liebsten wäre ich zu ihnen gegangen und hätte ihnen gesagt, es gäbe keinen Grund zur Sorge. Auf unsere Chirurgen sei absolut Verlass und das Schlimmste ist bereits überstanden. Kopf hoch, das wird schon, sowas in der Art. Und wieso hast du's nicht getan? Dann hätte ich gelogen. Sie verstummte. Im Hintergrund waren Stimmen zu hören. Ich muss Schluss machen, sagte sie. Naja, sagte ich zum Abschied. Genau darum geht's bei mir auch. Ob's mir passt oder nicht, muss ich mich an die Fakten halten. Ist das wirklich so einfach für dich? Ja, ich sehe genau hin und mache mir Notizen. Ich bin so etwas wie eine Kamera. Meine Augen sind die Linse, die Worte die Abzüge. Kannst du das nachvollziehen? Ich muss los. Bis heute Abend, sagte ich. Bis dann. Als ich auflegte, sah ich sie vor mir, in der unförmigen grünen OP-Kluft, dem streng zurückgekämmten Haar unter der Haube, dem Mundschutz, der ihr wie eine Kette um den Hals hing. Sie war zart gebaut, selbst in Schlupfhemd und überweiter Hose wirkte sie schlank. Wenn sie den Mundschutz hochzog, sah man nur noch ihre Augen. Sie war vielleicht nicht ausgesprochen hübsch, doch ihre Augen waren phänomenal. Quick lebendig und hellwach huschten sie hin und her und sie strahlten. Oft konnte ich darin ihre Gefühle und Stimmungsumschwünge ablesen, bevor sie ein Wort sagte. Wir waren schon eine ganze Weile zusammen, wir teilten Tisch und Bett, auch wenn sie ihre Studiowohnung in der Nähe des Krankenhauses behielt und dort blieb, wenn ich beruflich unterwegs war oder, wie vorgestern, zur Beerdigung meines Onkels aus einem anderen Grund verreist. Bei unserem Wiedersehen hatte sie mich danach ausgefragt. Ich wollte lieber über meinen Artikel reden, doch sie wollte hören, wie meine Familie mit dem Verlust umgegangen sei. Bemerkenswert fand ich eigentlich nur meinen Vater, sagte ich. Inwiefern? Er hat am meisten gelitten und es am wenigsten gezeigt. Wieso? Stand er seinem Bruder so nahe? Alle Brüder stehen einander nahe, erwiderte ich. Egal, wie unterschiedlich sie sich entwickeln mögen, selbst wenn sie sich nicht ausstehen können, schweißt sie die Abneigung zusammen. Zwischen Brüdern gibt es kein lauwarm, nur heiß oder kalt. Sie hatte genickt und keine weiteren Fragen gestellt. Christine und ich kannten uns seit einem Jahr. Ich hörte eines Abends für einen Kollegen, der im Urlaub war, den Polizeifunk ab und bekam auf diese Weise mit, wie einige Streifenwagen auf der Route 95 einen Pkw wegen Geschwindigkeitsübertretung quer durch das Stadtzentrum von Miami verfolgten. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, fuhr ich selber raus, um zuzusehen, wie sie den Raser schnappten. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um den 18-jährigen Sohn eines Landrats. Bis die Polizei der wilden Jagd durch den dichten Innenstadtverkehr ein Ende setzen konnte, hatte es der Bursche fertiggebracht, zwei Fahrzeuge von der Fahrbahn zu drängen, mehrere der etwa zehn Verfolgungswagen zu demolieren und sich anschließend um einen Telefonmast zu wickeln. Im städtischen Krankenhaus mischte ich mich unter die Schar der aufgebrachten Verletzten und ihrer Angehörigen. Einer der Streifenpolizisten hielt sich eine blutige Kompresse an die Stirn, als der Junge auf einer Trage an ihm vorbeigerollt wurde. »Hoffe, der kleine Scheißer kratzt ab«, stöhnte der Polizist. »Der Satz macht sich gut«, dachte ich und notierte seine Worte, als mich eine Krankenschwester beiseite schob. »Stehen Sie uns bitte nicht im Weg«, forderte sie mich auf. »Das ist mein Job«, gab ich zurück. Sie musterte mich, dann lachte sie kurz auf. »Sieht so aus«, sagte sie trocken. Ich warf einen verstohlenen Blick auf ihre schlanke Gestalt und bewunderte ihre unaufgeregte Haltung inmitten der angeschlagenen, verstört wirkenden Menschen, welche die Notaufnahme belagerten. Ich verfolgte, wie sie sich von der Bar mit dem Jungen zu einem anderen Verletzten umwandte, um ihm den Puls zu fühlen, und dann zum Nächsten weiterging. Zuerst bewunderte ich ihre Tatkraft, dann ihre Ruhe. Wie ein Fels in der Brandung, dachte ich, und schmunzelte innerlich über das Klischee. Sie fing meinen Blick auf und lächelte zurück. »Gibt's was zu lachen?« fragte sie. »Helfen Sie mir auf die Sprünge.« Es lag kein Vorwurf in der Frage. »Ich hab Ihnen nur zugesehen«, antwortete ich. »Ah«, sagte sie, und wieder huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. »Wie deplatziert angesichts des Schocks und der Schmerzen in diesem Raum, all dem Leid, dem es trotzte.« »Man sollte nie den Sinn für Humor verlieren.« »Finde ich auch.« Damit kehrte sie mir den Rücken und widmete sich wieder einem Patienten. Ich hatte einen Abgabetermin, ein Schreibtisch mit dem Telefon und der Schreibmaschine wartete, doch im Hinausgehen machte ich kurz am Schwesternzimmer Halt und fand ihren Namen auf dem Dienstplan am schwarzen Brett. Ich schieb ihn auf. Am nächsten Tag rief ich sie an. Ich wandte mich wieder meiner Zeitung zu, blätterte zur Fortsetzung des Artikels auf Seite zwei weiter und stellte fest, dass die Fotos dort sowohl den Mann zeigten, der die Leiche des Mädchens gefunden hatte, als auch die Eltern. Auf einem Bild stieg der Vater vor dem Präsidium mit starrer, gequälter Miene in eine Streife. Die Mutter war eingefangen, wie sie am Telefon saß und den Hörer auflegte, genau in dem Moment, als ihre Fassungslosigkeit in Verzweiflung umschlug. Es waren starke, bewegende Momentaufnahmen. Ich griff zum Telefon und rief in der Bildredaktion an. Ich fragte nach Porter und hatte ihn schon in der Leitung. Die Fotos sind wirklich gut geworden, beglückwünschte ich ihn. Ja, danke. Ich hatte eine Menge brauchbares Material. Mit der Bahre und dem Leichensack lag ich übrigens daneben, das haben sie nicht verwendet. Wollten sie ursprünglich, bis sie das Foto von der Kleinen sahen, das uns die Mutter gegeben hat. Egal, starke Motive für die Kamera und die Schreibmaschine. Und, wie sieht's mit einer Zugabe aus? Hast du schon einen Folgeartikel? Weiß ich noch nicht. Wird gleich mit Nolan reden. Naja, wenn du Nachschub an Fotos brauchst, ruf an. Ich wär gerne weiter mit von der Partie. Ich melde mich, antwortete ich und legte auf. Dann sah ich mir die Berichterstattung der Post an. Wie wir hatten auch sie mit der Story aufgemacht, konnten jedoch nicht annähernd mit so vielen Details aufwarten. Dafür hatten sie einen Jungen aus der Nachbarschaft aufgetrieben, der das Mädchen noch am Abend gesehen hatte. Der Junge hatte ausgesagt, sie sei alleine eine Straße im Viertel entlang gelaufen. An und für sich besagte das nicht viel, doch, so der nahegelegte Schluss der Zeitung, da dies der letzte Zeuge war, der sie lebend gesehen hatte, musste sie im Zuge dieses Abendspaziergangs entführt worden sein. Es war schon eine beachtliche journalistische Leistung, Durchblick zu suggerieren, wo man völlig im Dunkeln tappte. Außerdem hatten sie keine Fotos, weder vom Mädchen noch von den Angehörigen und folglich nur eine Aufnahme vom Abtransport ihrer Leiche gebracht. Für ein Interview hatten sie mit den Allens vorlieb nehmen müssen, den Nachbarn, die wir herübergebeten hatten. Zufrieden faltete ich das Blatt zusammen und legte es beiseite. Die Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen, bereitet einem in diesem Metier eine besondere Genugtuung, eine Mischung aus Stolz und Schadenfreude. Erfolg oder Niederlage stellen sich prompt und unverkennbar ein. Ich griff erneut zum Telefon und machte mich an die Arbeit. Es wäre immerhin einen Versuch wert, die Detektives nach dem neuesten Ermittlungsstand zu fragen, bevor ich Nolan um weitere Direktiven bat. Morddezernat, meldete sich eine Stimme am anderen Ende. Ich hätte gern Detective Martinez gesprochen, sagte ich. Mein Name ist Anderson, vom Journal. Ich hörte ein Klicken, dann hatte man mich durchgestellt. Bei Ihnen herrscht wohl Feierstimmung, meldete sich Martinez. Ich sehe schon die nächste Schlagzeile vor mir. Reporter vom Journal kommt groß raus, wechselt zu New York Times. Er lachte. Ich bleibe euch treu, Jungs, konterte ich. Wie käme ich ohne euch an meine Storys? Sie würden sich ausdenken. Tun Sie doch jetzt schon. Wieder lachte er. Durchschaut. Also, was kann ich für Sie tun? Unter uns gesagt. Ich finde, Sie haben das ganz ordentlich gemacht. Sieht selbst Wilson so, auch wenn er es nie zugeben würde. Der Fall macht ihm immer noch schwer zu schaffen. Was gibt's Neues? fragte ich unverblümt. Ich brauche Stoff für die nächste Nummer. Also, Martinez überlegte. Den vollständigen Autopsiebericht kriegen wir im Laufe des Vormittags rein. Auch von der Ballistik erwarten wir die ersten vorläufigen Erkenntnisse. Ansonsten steht heute die gründliche Befragung der Nachbarschaft auf dem Programm. Das Übliche. Sie wissen schon, ob irgendjemand gesehen hat, wie sie in ein fremdes Auto eingestiegen ist, ob eine verdächtige Person in der Gegend gesichtet wurde, sowas in der Art. Und dann nehmen wir uns ein paar von Ihren Freunden vor. Eine Menge Lauferei. Ob sich Ihre Leser davon Sensationen erhoffen dürfen, wage ich zu bezweifeln. Wie lange werden Sie wohl brauchen? Wahrscheinlich den ganzen Tag. Wilson und ich stehen mächtig unter Druck, den Kerl zu finden, aber ich bin skeptisch. Das bleibt natürlich unter uns. Wir haben ein paar Theorien. Wenn Sie mich fragen, haben wir es mit einem Irren zu tun, aber da halte ich mich vorerst lieber bedeckt. In Ordnung, sagte ich. Ist ja noch früher am Tag. Ich melde mich heute Nachmittag wieder, okay? Tun Sie das. Bis dahin wird der Gerichtsmediziner seinen Bericht vorlegen. Ich rechne nicht damit, dass wir irgendetwas vertraulich behandeln müssen. Ich hängte ein und ging meine Gesprächsnotizen durch. Ein Irrer, dachte ich. Vielleicht sollten wir da den Faden aufnehmen. Mit dem Stoß Zeitungen ging ich zur Lokalredaktion hinüber. Nolan war gerade am Telefon und stritt sich mit einem anderen Reporter über seine Berichterstattung zu einem Prozess. Nach ein paar Minuten drehte er sich zu mir um. Der Obergescheite meint, dieser Prozess gebe zu wenig her. Wahrscheinlich liegt er damit sogar richtig. Es schließt sich sein Metier. Also zu Ihnen, Anderson. Gute Arbeit. Aber das war gestern. Was haben Sie heute für mich im Ärmel? Ich grünste. Wir bekommen den Autopsie und den vorläufigen Ballistikbericht. Martinez sagt, dass Sie heute die Nachbarschaft fälzen. Verspricht sich allerdings nicht viel davon. Hm. Vielleicht sollten wir Ihrem Beispiel folgen. Ich verdrehte die Augen. Es ist heiß da draußen. Klinkenputzer stand damals nicht in der Stellenausschreibung. Nolan lachte. Ich habe zum Frühstück Agro-Pillen geschluckt, zu meiner üblichen Dose Sadismus und einer Injektion gallegiftiger Laune. Bevor ich mich also zu etwas hinreißen lasse, was ich später bereue, wie zum Beispiel Sie zum Klinkenputzen loszuschicken, schlagen Sie mir was Besseres vor. Naja. Ich schluckte den Köder. Martinez hat angedeutet, wir hätten es möglicherweise mit einem Irren zu tun. Sexualstraftäter vermute ich mal. Ich könnte zum Gericht rüberfahren und mich mit dem einen oder anderen Gerichtspsychiater unterhalten. Die Meinung eines Fachmanns einholen. Gute Idee. Aber im Moment können wir denen noch nicht genug Informationen liefern. Vielleicht rufen Sie ein paar von den Leuten an und versuchen für morgen oder irgendwann im Laufe der Woche einen Termin abzumachen, wenn wir schon etwas mehr in der Hand haben und in etwas ruhigerem Fahrwasser schwimmen. Bis dahin nehmen Sie sich die Nachbarschaft vor und finden raus, wie die Leute auf den Fall reagieren. Ob Sie sich Kampfhunde zulegen, sowas in der Art. Ob die Angst umgeht, fasste ich seinen Ansatz zusammen. Nolan grinste. Exakt. Friedliches Wohnviertel nach Mädchenmord in Angst und Schrecken. Sicher, ziemlich fadenscheinig und abgedroschen, aber immer wieder für einen Artikel gut. Und die Story hält sich noch einen Tag auf der Titelseite. Nehmen Sie einen Fotografen mit. Ich wartete draußen auf Porter mit dem Wagen. Das Gebäude des Journal stand direkt an der Bucht. Eine laue Brise sorgte für leichten Wellengang. Das Meer hatte genau dieselbe Farbe wie der blassblaue Himmel. Und für ein paar Sekunden fühlte ich mich, als schwebte ich irgendwo dazwischen, während mich die Hitze wie ein Dampfstrahl traf. Hinter mir hupte jemand. Ich drehte mich um. Auf in den Kampf, Amigo, rief mir Porter durchs Fenster zu. Stöhnend plumpste ich auf den Beifahrersitz und wischte mir den ersten Schweißfilm von der Stirn. Wir fuhren am Haus des ermordeten Mädchens vorbei. An den Fenstern waren die Gardinen zugezogen, die Haustür war verschlossen, es rührte sich nichts. Andererseits parkten mehrere Autos in der Einfahrt, Freunde der Familie, vielleicht die Brüder und wen der Schock über den Tod des Mädchens noch auf den Plan gerufen hatte. In gebührender Entfernung stellten wir den Wagen ab und stiegen aus. Als wir auf dem Bürgersteig zwei junge Mädchen entdeckten, rannten wir hinüber. »Sind Sie wirklich von der Zeitung?« fragte eine. Ich zückte meinen Presseausweis. Sie legte das Papier mit meinem Gesicht ab. »Das ist aber kein gutes Foto,« bemängelte sie. Jetzt beugte sich ihre Freundin wortlos über das Bild. »Habt ihr das Opfer gekannt?«, fragte ich. »Klar,« bestätigte das erste Mädchen und ihre Freundin nickte. »Alle hier haben sie gekannt. Alle mochten sie.« »Wart ihr Klassenkameradin?« »Nein, sie war eine Klasse über uns.« Zum ersten Mal machte das andere Mädchen den Mund auf. »Aber wir haben oft was zusammen gemacht.« »Sag mal, habt ihr keine Angst? Ich meine, ihr spaziert hier draußen herum, als wäre nichts. Fühlt ihr euch sicher?« Die beiden Mädchen tauschten einen vielsagenden Blick. In ihren Cut-off-Jeans und T-Shirts sowie dem schulterlangen Haar wären sie als Zwillinge durchgegangen. Beide unterstrichen jedes Wort mit denselben Gesten, schürzten die Lippen oder brachen in ein verlegenes Grinsen aus. »Ich darf abends nicht mehr rausgehen, bis sie den Mörder geschnappt haben.« »Und du?« fragte ich die Freundin. »Meine Mom hat mir eine Standpauke gehalten,« sagte sie. »Alleine darf ich praktisch nirgends mehr hin, nicht mal ins Schwimmbad. Nur noch mit einer Freundin oder Freunden. Und wenn ich abends weg will, wollen sie genau wissen, wohin. Das kann ich knicken.« »Wann haben sie denn mit ihr geredet?« »Heute Morgen, direkt nachdem es in der Zeitung stand. Aber wir haben natürlich schon gestern Abend davon gehört. Hier reden sie alle von nichts anderem mehr. Ich kann's immer noch nicht glauben.« Das zweite Mädchen schüttelte betretend den Kopf. »Wer denkt denn auch an sowas? Und ich frag mich, wer jetzt, wo sie tot ist, Cheerleader wird.« »Bingo«, dachte ich. Genauso wie ein Teenager tickt. »Glaubt ihr, alle hier haben jetzt Angst?«, fragte ich. »Klar«, antworteten beide wie aus einem Mund. »Alle Erwachsenen«, fügte die Freundin hinzu. »Du demnach nicht?« »Doch, schon«, räumte sie ein. »Jedenfalls ein bisschen. Jetzt am Tage eigentlich nicht, aber heute Abend vielleicht schon.« Ich schrieb ihre Worte mit und machte mir ein paar Notizen zu ihrer Mimik. Inzwischen hatten sich andere Kinder, die meisten wohl zwischen neun und vierzehn, in einigem Abstand genähert. Die Faszination der Kamera dachte ich zufrieden. Ich winkte ein paar von ihnen herüber und war im Nu von etwa zehn Kindern aus dem Viertel umringt. Während ich ihnen meine Fragen stellte, umkreiste Porter die Schar und knipste wild drauf los. »Ich habe Angst, ich will nicht, dass mir sowas passiert«, antwortete ein Junge. »Der Kerl bekäme mein Knie zu spüren, da, wo es wehtut«, drohte eins der älteren Mädchen und erntete damit verlegenes Kichern von der Gruppe. »Ich glaube nicht, dass der Mörder sich noch mal hierher traut«, meinte ein kleinerer Junge von vielleicht neun Jahren aufgeregt. »Die kommen nie an den Ort des Verbrechens zurück. Hab ich wo gelesen?« Ich schrieb unablässig mit und vergaß nicht, mir ihre Namen und Adressen zu notieren. So füllte sich mein Notizbuch mit Hieroglyphen, die nur ich entziffern konnte. Die Kinder überschlugen sich. Wahrscheinlich hatten sie zum ersten Mal seit der schockierenden Nachricht Gelegenheit, ihre Gefühle und Gedanken zu äußern. Hier in der Sonne mit einem Reporter vor der Kamera zu reden, war ein Abenteuer. Doch heute Abend, in ihren dunklen Zimmern, wälzten sich wahrscheinlich die meisten von ihnen im Bett hin und her und fanden keinen Schlaf. Und malten sich in ihrer kindlichen Fantasie alle möglichen Schrecken aus. Plötzlich verstummten sie, und als ich aufsah, blickte ich in das Gesicht einer Frau, die wenige Meter entfernt in ihrem Vorgarten stand. »Wer sind Sie?« »Anderson, vom Journal«, sagte ich. »Ich stelle den Kindern nur ein paar Fragen.« »Joey«, sagte sie. »Komm her!« Der Neunjährige, der Ängstliche, verdrückte sich aus der Gruppe. »Geh bitte ins Haus!« Er stapfte über den Rasen. »Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun«, sagte die Frau zu mir. »Ich verstehe nicht ganz.« »Sie jagen diesen Kindern wahrscheinlich eine Mordsangst ein.« Erst jetzt hörte ich den scharfen Unterton und das Zittern in ihrer Stimme. »Ich glaube, ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Ma'am«, sagte ich und trat an den Zaun. »Dieser Mord«, erwiderte sie. »Als ob wir nicht auch schon so genug Angst hätten, pflanzen Sie sich hier auf und stochern in den Gefühlen unserer Kinder herum.« »Oh Gott, Sie haben doch wohl nicht etwa vor, Ihren Namen zu bringen?« »Wahrscheinlich nur die Vornamen, Ma'am«, log ich. »Damit kann niemand etwas anfangen.« Sie schüttelte so heftig den Kopf, als hoffte sie, einen furchterregenden Gedanken loszuwerden. »Wir sind doch keine Zirkusnummer! Woher nehmen Sie das Recht, hier ungebeten herzukommen und herumzuschnüffeln?« »Regen Sie sich bitte nicht auf«, versuchte ich, sie zu beschwichtigen. »Sie haben gut reden!« Ihre Stimme klang jetzt zum Zerreißen angespannt. »Ich habe kaum ein Auge zugemacht, nachdem ich es gestern gehört hatte, und dann die Zeitungen heute früh. Ich will Ihnen was sagen. Da draußen läuft ein Monster frei herum, ein Irrer. Ich will nicht, dass er wiederkommt!« Dann drehte sie sich zum Haus um und schrie, »Joey! Habe ich dir nicht gesagt, du sollst drinnen bleiben!« Unterdessen schrieb ich weiter in mein Notizbuch. »Tut mir leid«, lenkte die Frau plötzlich in ruhigerem Ton ein. »Was der kleinen Hooks zugestoßen ist, hat uns alle bis ins Mark getroffen. Heute Morgen haben einige Eltern angerufen, um sich zusammenzutun und die Straßen zu überwachen. Hat nicht funktioniert, aber die Leute sind erschüttert. Ich jedenfalls bin erschüttert.« Dann verstummte die Frau und sah mir eindringlich in die Augen, als erhoffte sie sich eine Antwort von mir. »Ich denke, wir haben es hier mit einem absoluten Einzelfall zu tun. Meinen Sie nicht auch?«, fragte ich die Frau. »Sicher«, erwiderte sie. »Wahrscheinlich haben Sie recht. Mein Mann sagt das auch, aber ich kann mir nicht helfen. Was da passiert ist, zeigt irgendwie, dass wir alle so einem Wahnsinn hilflos ausgeliefert sind, und deshalb habe ich Angst. Für mich fühlt es sich wie die Invasion eines unsichtbaren Feindes an. Man weiß, dass er irgendwo da draußen lauert, aber man kann ihn nicht sehen und sich nicht wehren. Das macht mir solche Angst.« »Ich sollte Joey nicht anschreien, das weiß ich selber. Der Junge ist auch so schon nervös genug. Mein Mann auch. Und das macht es nur noch schlimmer. Aber wie kommt man gegen seine Gefühle an? Und wieso sollte man auch? Ich habe ihn lieber sicher im Haus, bis das hier vorbei ist. »Ich meine, wo sind wir denn hier? In einem friedlichen Vorort. Das ist kein Brennpunkt, kein Problemviertel in der Innenstadt. Einbrüche, Raub, Überfälle sicher, aber nicht so was.« Sie sprach den Satz nicht zu Ende. Ihr kam ein Gedanke, und sie stellte nun ihrerseits mir eine Frage. »Sagen Sie es mir,« fing sie an. »So was ist hier täglich Brot, hm? Ich wette, Sie sehen das nicht zum ersten Mal. Wie geht's jetzt weiter? Wann fassen Sie den Kerl?« Die Frage erwischte mich kalt. Ich kämpfte mit mir, ob ich die Frau beruhigen oder ihr noch mehr Angst einflößen sollte. Ich fühlte mich in die Ecke gedrängt, denn die Antwort, die ich ihr gab, wäre zugleich das Fazit meines heutigen Artikels. »Ich glaube, Ihre Sorge ist berechtigt,« rückte ich schließlich heraus. »Aber es scheint mir völlig unmöglich, vorherzusagen, wie sich ein Täter dieses Typs weiter verhalten wird. Es hat keinen Sinn, darüber zu spekulieren.« Ihr Gesicht verdüsterte sich. »Sie rechnen also mit der Möglichkeit, dass er wiederkommt?« Eine Frage und Feststellung zugleich, in einem Ton, in dem neben der Angst Resignation mitschwang. Ich zuckte ratlos die Achseln. »Dann ist hier keiner mehr sicher, wirklich sicher.« »Mein Gott, ist das gehauenvoll!« Ich nickte. Mir blies der heiße Wind in den Rücken, das Hemd klebte mir an der Haut. »Mein Gott,« wiederholte sie, »was kommt da noch auf uns zu?« Auf der Fahrt zur Redaktion sagte Porter, »Diese Frau war spitze, oder? Die richtige Mischung aus Pathos und Angst, Vernunft und Emotionalität. Sie wusste nicht, ob sie ihrer Panik nachgeben oder versuchen sollte, ihre Fünfte beisammen zu halten.« »Ja,« bestätigte ich. So diskutierten wir weiter. Zwei junge Männer, die das Erlebte unter dem Vorwand der Professionalität an sich abperlen ließen. Die Scheiben waren zu, Hitze und Verkehrslärm hielt die Klimaanlage mit ihrem Surren draußen, in das ich das Knistern und Plärren aus dem Funkgerät mischte. In der Redaktion begab ich mich unverzüglich zu meinem Schreibtisch und rief bei der Mordkommission an. Nicht lange, und Martinez meldete sich. Ich hörte ein leises Klicken in der Leitung und vermutete, dass ich Wilson zugeschaltet hatte. »Also,« sagte ich, »wie sieht's aus? Was hat die Autopsie erbracht?« »Rufen Sie am besten selbst beim Gerichtsmediziner an,« schlug der Detektiv vor. »Merkwürdige Sache. Aber so viel vorweg. Sie wurde mit einem einzigen Schuss aus einer 45er Automatik erschossen. Sie wurde nicht sexuell missbraucht. Das bestätigt nur unsere Vermutungen.« »Und der merkwürdige Teil?« Martinez zögerte. »Na schön, wieso sollten Sie's nicht erfahren?« »Sie wurde erst am frühen Morgen getötet,« sagte Doktor, »der Körpertemperatur nach etwa um halb fünf.« »Schon interessant.« »Inwiefern ist das interessant?«, hakte ich nach. »Weil sie,« funkte Wilson ungeduldig dazwischen, »etwa um zehn Uhr am Abend davor in die Hände des Täters gefallen sein muss. Stellt sich also die Frage, wo sie in der Zwischenzeit war, und warum es keine Vergewaltigung gab, wenn er sie die ganze Nacht über in seiner Gewalt hatte. Ob es sich um eine Entführung handelt, die außer Kontrolle geraten ist. Irgendwo muss sie über Nacht gewesen sein, und es wird nicht gerade leicht sein, herauszufinden, wo.« »Wo wurde sie erschossen?«, fragte ich. »Wieso fragen Sie?«, sagte Martinez. »Am Leichenfundort. Haben Sie doch selbst geschrieben.« »Gütiger Himmel!«, fuhr Wilson dazwischen. »Vielleicht lesen Sie mal nach, was Sie schreiben.« Es war mir tatsächlich entfallen. Manchmal stellte ich Fragen, auf die ich schon die Antwort wusste, um Zeit zu schinden und mir eine neue Frage zu überlegen, doch nicht in diesem Fall. »Was ist mit der Mordwaffe?« »Aus nächster Nähe, sollte man meinen, hätte er ihr mit einer Fünfundvierziger den ganzen Kopf weggepustet.« »Der Schuss wurde in einem schrägen Winkel abgegeben,« klärte mich Martinez auf. »Ich gehe jede Wette ein,« meldete sich Wilson erneut, »dass sich das Arschloch mit Waffen auskennt. Das riecht man förmlich.« »Dann hätten wir es mit einem Profi zu tun? Einem gewieften Kidnapper?«, überlegte ich. »Sagen wir einfach mal, wir ermitteln in allen Richtungen.« Für einen Moment herrschte Schweigen. »Hören Sie,« fuhr Martinez fort, »wir versuchen, Ihnen weiterzuhelfen. Dasselbe erwarten wir von Ihnen. Schreiben Sie mit Augenmaß und gesundem Urteilsvermögen. Auf jeden Fall drehen wir da draußen jeden Stein um, bis wir die Waffe finden. Wir schicken morgen Taucher zum Wasserhindernis auf dem Golfplatz und zu sämtlichen Gewässern in der Umgebung. Wir können an diesem Punkt noch nicht sagen, was hinter diesem Verbrechen steht, aber irgendetwas finden wir. Verlassen Sie sich drauf. Es ist immer so. Selbst wenn wir im Moment noch nicht viel in der Hand haben, irgendetwas wird sich ergeben.« »Ja, sicher,« schnaubte Wilson. »Irgendwas.« Da ich den Gerichtsmediziner nicht erreichen konnte, sprach ich ihm eine Nachricht mit der Bitte um Rückruf auf Band und stimmte anschließend den Folgeartikel mit Naulen ab. Ich sollte die Befragung der Kinder auf der Straße und das Einschreiten der Mutter mit dem neuesten Stand der polizeilichen Ermittlungen verbinden. Einen Moment saß ich an meinem Platz und starrte auf das leere Blatt in der Schreibmaschine. Selbst unter größtem Zeitdruck versuchte ich, mich erst einmal zu sammeln, um mir die Eindrücke möglichst lebhaft vor Augen zu führen. Wie im Zeitraffer sah ich das verschlossene Haus, die Kinder auf der Straße. Ich hörte ihre Stimmen, sah ihre angespannten Gesichter, ihre aufgeregte Mimik. Dann das Erscheinen der Mutter, die sich vergeblich bemühte, ihre Panik und Verwirrung zu verbergen. Ich schrieb, das Haus an der 62. Straße wirkt abweisend. Mit den geschlossenen Gardinen lässt es die Tragödie, die über seine Bewohner hereingebrochen ist, nur ahnen. Doch auch auf den sonnendurchfluteten Straßen des exklusiven Wohnviertels ist nichts mehr, wie es war. Wo noch einen Tag zuvor die wohlbehüteten Kinder der Vorstadt spielten, herrscht jetzt lähmende Stille. Die Menschen haben Angst. Mit dem Mord an der 16-jährigen Amy Hooks am frühen Donnerstagmorgen ist alles anders geworden. Während die Polizei bei diesem immer noch rätselhaften Verbrechen fieberhaft nach einer Spur sucht, rücken die Nachbarn in ihrer Sorge enger zusammen. Nolan kam kurz vorbei und sah mir beim Tippen zu. Ich hielt einen Moment inne und erlas stumm, was ich zu Papier gebracht hatte. Gut, sehr schön. Bauen Sie an der Stelle ein paar Zitate ein und gehen Sie zu den Ermittlungen und dem Autopsiebericht über. Halten Sie die Leute auf dem neuesten Stand und kehren Sie am Ende zu der Szene auf der Straße zurück. Er ging weiter, um mit anderen Reportern über ihre Arbeit zu sprechen, doch ich drehte mich zu ihm um. Hey, Nolan, rief ich. Wohnen Sie nicht auch in dieser Gegend? Nein, stellte er klar. Weiter draußen in Kärndl. In unseren Straßen geht nicht die Angst um. Er lachte. Bis jetzt. Ich wandte mich wieder meinem Artikel zu und sah mir meine Notizen zu dem Telefonat mit Martinez an. Die Ohnmacht der Polizei, sich auf diesen Mord einen Reim zu machen, würde ich herunterspielen und stattdessen betonen, dass sie mehreren Möglichkeiten nachgingen. Dann würde ich einige Spekulationen über die besonderen Schwierigkeiten, diesen Fall zu lösen, einfließen lassen. Balsam auf die Seelen der beiden Ermittler. Den Täter würde es beruhigen und vielleicht seiner Unvorsichtigkeit verleiten, zumindest aber den Druck der Öffentlichkeit auf Martinez und Wilson ein wenig dämpfen. Und wenn sie den Kerl dann fassten, stünden sie umso besser da. Die Frau vor dem Haus sah ich deutlich vor mir. Die Angst in ihrem flackernden Blick, das Zittern in ihrer Stimme, die Mischung aus diffuser Sorge und Resignation. Ich fragte mich, wie viele Menschen in ihrer Gegend so wie sie empfanden. Ich blickte auf das Blatt in der Maschine und tippte drauflos. Die Schilderung der Eindrücke aus den Interviews ging mir leicht von der Hand und binnen Sekunden ließ ich mich vom Rhythmus der Geschichte tragen. Nach Redaktionsschluss wollte Nolan noch auf einen Drink in unser Stammlokal und ich rief Christine an, um ihr Bescheid zu geben, dass es später würde. Sie hatte sich an diese Art von Überstunden bei mir gewöhnt und sagte wenig. Ich bin zu Hause und lese ein Buch. Was denn? Camus, die Pest. Ein paar von den Ärzten haben sich heute unterhalten. Einer meinte, ziemlich frustriert, bei allem medizinischen und technologischen Fortschritt käme er sich manchmal so hilflos vor wie die Quacksalber im 14. Jahrhundert, als die Pest über die Städte hereinbrach. Er schlug vor, sich auf die Jahrtausende alten Traditionen der Naturheilkunde zurückzubesinnen. Als ich heimkam, fiel mein Blick im Bücherregal zufällig auf das Buch. Keine Ahnung, vielleicht noch aus meiner Schulzeit. Erinnerst du dich an den Anfang? Der Arzt bemerkt im Flur des Hauses, in dem er wohnt, eine tote Ratte und mit einem Mal klagen die Nachbarn, die Ratten kämen aus sämtlichen dunklen Löchern gekrochen, um in der Sonne zu verenden. Diese Stadt, wie er sie beschreibt, erinnert mich irgendwie an Miami. Und dann sterben die Menschen wie die Fliegen. Was hat die Arzte denn so frustriert? Das, was wir gefunden haben, als wir diesen Geschäftsmann, du weißt schon, den Mann von heute Morgen, aufgeschnitten haben. Seine Eingeweide waren vom Krebs völlig zerfressen. Sie haben versucht, das kranke Gewebe zu entfernen, aber es war überall, schwarz und rot und hässlich. Ihre Stimme klang belegt. Und wie ist es ausgegangen, fiel ich ihr ins Wort. Wir haben ihn verloren. Verstehe, tut mir leid. Schon gut, antwortete sie. Ich hatte mich schon ausgeflämmt, bevor sie es den Angehörigen gesagt haben. Keine Ahnung, wieso, aber manchmal geht's mir an die Nieren und ich habe das Bedürfnis, allein zu sein. Hab mich in einen Medikamentenraum verkrochen und mir ein paar Tränen verdrückt. Danach ging's mir schon besser. Als ich auflegte, hatte ich einen Anflug von Schuldgefühlen wegen der Erleichterung, darüber sie nicht trösten zu müssen. Manchmal, dachte ich, lässt sie das alles zu sehr an sich ran. Wobei mir klar war, dass sie ohne dieses Mitgefühl wahrscheinlich keine gute Krankenschwester wäre. Das und ihr fachliches Können. Als ich aufsah, stand Nolan an der Tür, winkte mir zu und leerte ein imaginäres Glas. Ich schnappte mir mein Jackett und eilte hinüber. Unsere Bar, der traditionelle Treffpunkt der städtischen Reporter und Presseleute, lag am Biscayne Boulevard. Kaum hatten Nolan und ich mit unseren Gläsern eine ruhige Sitzecke gefunden und es uns auf den roten Vinylpolstern bequem gemacht, erschien Porter und setzte sich dazu. »Also, lassen Sie hören«, sagte Nolan. »Wie soll's weitergehen?« Porter zuckte mit den Achseln. »Vielleicht mit einer Verhaftung?« »Für morgen konnte ich die Vorortreportage und das Fotomaterial nochmal auf die Titelseite kriegen«, erklärte Nolan. »Aber danach rutscht die Sache unter Garantie in den Lokalteil ab, von da auf die Innenseiten, und das war's dann auch. Es sei denn, wir warten nochmal mit einem Knüller auf.« »Was meinen Sie?« Ich überlegte einen Moment. »Wäre vielleicht das Beste«, sagte ich und warf Porter einen fragenden Blick zu, doch der nahm gerade einen kräftigen Schluck Bier. »Klar, die Geschichte hat die Leute ganz schön gebeutelt, aber das gilt ja wohl für alle Gewaltverbrechen, erst recht, wenn sie hier um die Ecke passieren. Vielleicht müssen wir einfach akzeptieren, dass das Interesse nachlässt, solange die Polizei keinen Verdächtigen präsentiert.« »Na gut, möglich«, räumte Nolan ein. »Trotzdem, ich denke, es ist noch zu früh, zur Tagesordnung überzugehen. Wie wäre es, wenn Sie morgen mit ein paar Psychiatern reden würden, um Ihnen ein paar erste Spekulationen zum Täterprofil zu entlocken?« »Ich weiß nicht. Die Cops schienen sich heute mit dieser Psychoschiene nicht mehr so sicher zu sein. Vielleicht haben wir es ja mit einem fehlgeschlagenen Kidnapping zu tun.« »Na, glaube ich nicht«, sagte Porter. »Ich mag mich ja irren, aber das ergibt für mich keinen Sinn. In dem Fall hätte es sich der Entführer einfach machen und die Leiche irgendwo in den Everglades verschwinden lassen können, dann hätte es Wochen gedauert, sie zu finden. Oder er hätte irgendwann die Segel gestrichen und Amy wäre als jugendliche Ausreißerin zu den Akten gekommen. »Spurlos verschwunden, aber nie vergessen. Und selbst wenn sie längst im Sumpf verrotten würde, könnte der Kerl, oder auch die Kerle je nachdem, noch Geld von den Eltern erpressen, hätte er nichts zu verlieren.« »Das leuchtet ein«, erwiderte Nolan. »Halten wir uns lieber an die Psychoschiene, damit gewinnen wir noch einen Tag, wenn auch nicht mehr ganz vorne. Füllen Sie Martinez und Wilson noch mal auf den Zahn, ich kenne die Burschen. Wetten, die halten etwas unter dem Deckel?« Porter stand auf, um noch eine Runde Bier zu besorgen. Ich drehte mich um und beobachtete, wie er sich im Dämmerlicht der Bar zwischen den Tischen hindurchschlängelte. Ich lauschte dem vertrauten Hintergrundrauschen, dem Murmeln der anderen Gäste, dem Klingeln der Kasse, gelegentlich im Gelächter. »Und wie läuft's sonst bei Ihnen?«, fragte Nolan. »Oh, ganz gut so«, antwortete ich. »Ach ja, Christine lässt grüßen.« »Grüßen Sie zurück.« »Ich meinte eigentlich das mit der Beerdigung. Wie sich Ihre Familie fühlt, diese Geschichte.« Nolan beugte sich über den Tisch und sah mir so eindringlich in die Augen, als stünde darin die Antwort geschrieben. »Danke, dass Sie fragen, aber eigentlich gibt's dazu nicht viel zu sagen.« »Geht in Ordnung, wenn Sie nicht darüber sprechen wollen«, erwiderte er. »Man macht sich nur so seine Gedanken. Sie wirkten ein bisschen in sich gekehrt, als Sie zurückkamen, und ich war erstaunt, Sie so schnell wieder in der Redaktion zu sehen.« »Hat mir eine gute Story eingebracht, nicht wahr?« »Kann Sie laut sagen. Eine gute Story hilft einem über vieles hinweg.« Er lachte. »Eine gute Story kann so einiges kurieren.« »Ja, so manchen persönlichen Kummer«, bekräftigte ich und hob mein Glas. Porter war zurückgekehrt und machte es sich gemütlich. »Auf den Kummer«, sagte er und stieß mit uns an. »Auf all das Leid und die Missstände in der Welt, mit denen wir unsere Brötchen verdienen,« setzte ich noch einen drauf. »Auf die gute Story«, behielt Nolan das letzte Wort. Lachend hoben wir unser Bier an die Lippen. Als ich später neben Christine im Bett lag, sagte sie, »Ach ja, hätte ich fast vergessen. Dein Vater hat angerufen. Er versucht's morgen nochmal vielleicht bei dir im Büro. Ich habe ihm erzählt, dass du an einer großen Reportage arbeitest, aber er könne es ja versuchen.« Wir lagen nackt in der Dunkelheit. Die Fenster standen offen und ich hörte das Summen der Insekten. Irgendwo heulte eine Sirene. Sie schien so weit weg, als hätte sie nichts mit der Nacht zu tun, die uns einhüllte. Christine hatte das Laken abgestreift, sodass ich im blassen Mondlicht ihre Brüste und ihr Schamhaar erkennen konnte. Ich drehte mich zu ihr um und streichelte sie zärtlich. Sie schmiegte sich an mich. Ich weiß immer nicht, was ich sagen soll, wenn er anruft, gestand sie. Er ist nett, aber er hat so was Einschüchterndes. Ich spürte ihre Hand auf der Schulter und ihren Atem im Gesicht. Typisch Anwalt, sagte ich. Ich habe schon manches Mal gedacht, dass er wie Athene fix und fertig als Erwachsener der Stirn seines Vaters entsprungen ist, um statt zu schreien, sofort mit Schriftsätzen, Paragrafen, Präzedenzfällen und juristischen Spitzfindigkeiten um sich geworfen hat. Christine lachte. Der Advokat liegt ihm im Blut auf der Zunge, juckt ihm in den Fingern. Anders kannten wir ihn gar nicht. Was er sagte, war Gesetz. Ich schilderte ihr meinen Vater, wie er selbst am Sonntag im Arbeitszimmer an seinem Schreibtisch zwischen aufgeschlagenen Wälzern saß und einen Schreibblock nach dem anderen mit Notizen füllte. Dieses Bild zog sich unverändert durch meine Kindheit und Jugend. Bis zu diesem Tag hatte sich daran nichts geändert. Und wieso hast du nicht Jura studiert? Fragte sie. Das war meinem Bruder vorbehalten. Auch wenn wir nie darüber gesprochen haben, er war der Älteste. Alle gingen wie selbstverständlich davon aus. Und der hat sich gut geschlagen. Und was schwebte deinem Vater für dich vor? Nichts. Wie soll ich das denn verstehen? Für ihn gab es nichts anderes als Jura, erklärte ich ihr. Alles andere zählte nicht. Ich war kein Anwalt, mein Bruder ja. Andere Berufe hatte er einfach nicht auf dem Radarschirm. Ich meine, er hat schon Respekt vor dem Journalismus. Er rangiert nur eben unter ferner Liefen. Das muss deprimierend für dich sein. Sie massierte mir die Schulter und ich legte den Arm um sie. Das habe ich abgehakt, log ich. Und dann zog sie mich an sich. Sie strich mir mit den Fingern über den Rücken und als ich einen wohligen Laut von mir gab, flüsterte sie. Siehst du, wie gut sich Krankenschwestern mit dem menschlichen Körper auskennen? Am Morgen war Christine verschwunden. Ein früher Anruf hatte sie mit Lippenstift auf den Spiegel geschrieben. In Ruhe brühte ich mir einen Kaffee auf und bereitete mir ein Frühstück aus gebratenem Speck mit Toast, bevor ich die Zeitung aufschlug. Die Red Sox hatten am Abend gegen die Yankees einen Doppelsieg eingefahren. In meiner Schreibmaschine in der Redaktion steckten zwei Zettel. Der Gerichtsmediziner habe versucht, mich zu erreichen, und mein Vater habe angerufen. Ich legte beide Nachrichten zur Seite, griff zum Telefon und rief den Psychiater an. Der Mann, eine Korrifäe aus New York, die es hierher verschlagen hatte, stand bei den Gerichten hoch im Kurs. Ich hatte schon bei mehreren Fällen auf seine Expertise zurückgegriffen und hoffte darauf, dass es ihm Vergnügen bereiten würde, bei diesem Verbrechen ein wenig über den Täter zu spekulieren. Da er jedoch gerade einen Patienten hatte, hinterließ ich bei seiner Sprechstundenhilfe eine Nachricht. Dann lehnte ich mich erst einmal zurück und las die Post, bevor ich mich in das gewohnte Schlachtgetümmel um Informationen stürzte. Die Konkurrenz brachte die Geschichte nur noch auf einer Innenseite und wartete mit dürftigen Neuigkeiten auf. Nachdem sie bei dieser Story von Anfang an den Kürzeren gezogen hatten, gaben sie sich offenbar geschlagen. Kann mir nur recht sein, dachte ich. Ich hatte noch nicht fertig gelesen, als das Telefon auf meinem Schreibtisch klingelte. Ich weiß noch genau, wie ich zögerte, abzunehmen, weil ich mit meinem Vater rechnete. Ich war auf einen Blick auf die Uhr. Es war zehn Uhr vormittags. Dann bohrte sich mein Blick in die Hurricane-Karte an der Rückwand des Büros. Ich sah, dass der Wirbelsturm erneut die Richtung geändert hatte und sich nunmehr Mittelamerika näherte. Und daneben das Foto der windgepeitschten Palme. Ich nahm den Hörer ab. »Anderson, Journal?« »Hallo«, sagte eine Stimme in der Leitung. »Ich wollte nur sagen, dass ich ihre Artikel über den Mord gelesen habe.« Ich fand sie packend. »Danke«, antwortete ich höflich. Der Anrufer klang jung und wirkte nicht gehetzt. »Im Geiste hatte ich jemanden unter dreißig etwa in meinem Alter vor Augen.« »Ich meine«, fuhr er fort, »Sie sind sehr präzise und anschaulich geschrieben.« »Ja, sehr freundlich.« »Zeit, zum Ende zu kommen.« »Hören Sie, ich weiß Ihren Zuspruch zu schätzen, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt.« Ich hatte den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, als er mir, ohne die Stimme zu heben oder sich zu verhaspeln, ins Wort fiel. »Wissen Sie«, nahm er seinen Faden wieder auf, »Ihre Reportage ist für mich von persönlichem Interesse.« Mir fiel der gelassene, freundliche Ton auf. Gewöhnlich erkannte man Gratulationsanrufe daran, dass die Leute entweder aufgeregt oder verlegen klangen. Der Anrufer ließ zwar nicht locker, hatte jedoch die Ruhe weg. »Inwiefern?«, gab ich nach. »In der Leitung war es sekundenlang still.« »Ich bin der Mann, der Sie getötet hat.« Mir brach der Schweiß aus, als hätte die zunehmende Glut des Tages die Mauern des Gebäudes gesprengt und das Büro wie ein heißer Hurricane erfasst. Reflexartig griff ich nach Papier und Bleistift. Der Mann am anderen Ende schwieg. Ich rang um Fassung und brachte die Notiz zu Papier. Die Reportage ist für mich von persönlichem Interesse, weil ich das Mädchen getötet habe. Während ich auf das Blatt Papier starrte, war ich mir der Stille in der Leitung bewusst. Für einen Moment hatte ich Angst, keinen Ton herauszubringen. Ich zermartete mir das Hirn nach der nächstliegenden Frage. Wenn ich daran zurückdenke, erinnere ich mich, dass ich keinen klaren Gedanken fassen konnte und meine gewohnte Professionalität dem Bach unterging. Es schien eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis mir die einfachsten Fragen einfielen und sich die gebotene Skepsis einstellte. Mit wem spreche ich, brachte ich schließlich heraus. Er stieß ein trockenes Lachen aus. Darauf erwarten sie nicht wirklich eine Antwort. Nein, aber ich würde mir trotzdem gerne einen Eindruck davon verschaffen, mit wem ich es zu tun habe. Gut, sagte er, das leuchtet ein. Er zögerte einen Moment, als legte er sich seine Antwort erst einmal zurecht. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch und stamme aus ganz gewöhnlichen Verhältnissen. Bodenständige Eltern, ich falle nicht weiter auf, füge mich ein, habe eine gute Anpassungsfähigkeit, wie ein Chamäleon auf einem Zweig. Ganz normaler Durchschnitt. Durchschnittsmenschen, entgegnete ich, bringen keine jungen Mädchen um. Ach, was sie nicht sagen. Abermals trat Stille ein. Wieso haben sie es getan, nahm ich schließlich das Gespräch wieder auf. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wieder schien er seine Worte abzuwägen. Ich hatte es mit einem vorsichtigen Mann zu tun. Trotz der tiefen Stimme war er deutlich zu verstehen. Ich stellte ihn mir in einem Zimmer mit kahlen Wänden vor, Fenster und Tür gegen die Hitze fest verschlossen, während die Klimaanlage alle Mühe hatte, die Raumtemperatur runterzukühlen. Die bedächtige Sprechweise des Anrufers ließ darauf schließen, dass er gegen jede Form von Stress und andere Emotionen immun war und dieses Telefonat für die normalste Sache der Welt hielt. Seine Ausdrucksweise sprach für einen gewissen Bildung. Die Erklärung liefe auf den ersten Schritt in einer Versuchsreihe über Angst und Schrecken hinaus, sozusagen eine Neuauflage von Leopold und Löb. Auch das wäre nicht daneben gegriffen. Und wenn ich ihnen sagen würde, dass ich sie nach dem Zufallsprinzip ausgesucht und hingerichtet habe, hätte es seine Richtigkeit damit. Ich treffe aber nur einen Teil der Wahrheit. War sie das Opfer einer Rache? Einer persönlichen Vendetta? Wieder ein Aspekt, aber nicht mehr. Sie würden sich mit dem Widerspruch herumschlagen, dass ich bis zu diesem Abend weder sie noch ihre Familie kannte. Ich habe nicht das Geringste gegen die Leute, im Gegenteil. Wie sie die Trauer der Eltern beschrieben haben, ist mir aufrichtig nahe gegangen. Ich fühle mit ihnen. Alle Opfer haben mein Mitgefühl. Bliebe demnach nur noch die Erklärung, dass sie symbolisch für andere sterben musste, was ich wohl bejahen könnte, und wir hätten einen weiteren Tatbestand. Sehen Sie es mal so. All diese Motive könnte man als eine Art Wegweiser auf der Suche nach der Wahrheit begreifen. Wenn ich aber von vornherein ausplaudern würde, was ich noch alles vorhabe, wäre ja gleich die Luft raus. Außerdem könnte ich nachvollziehen, wenn Sie mir nicht glauben würden. Schließlich lernen wir uns ja gerade erst kennen. Wechselseitig. Ich meine, ich muss mir meinerseits erst einen Eindruck von Ihnen verschaffen. Vor allem aber rufe ich an, damit Sie wissen, dass es mich gibt, dass ich auf freiem Fuß bin und dass das hier erst der Anfang war. Ich notierte einzelne Phrasen seines Monologs, der mehr als deutlich machte, dass ihm die Tragweite seiner Tat nicht im Mindesten bewusst war. Er wirkte so abgehoben, als drehte sich das Gespräch um ein Buch oder um Politik und nicht um einen Mord. An diesem Punkt meldeten sich meine Zweifel. Wieso sollte ich Ihnen glauben? Fragte ich. Können Sie beweisen, dass Sie der Mörder sind? Beweisen? Ja, bekräftigte ich. Mal abgesehen davon, dass ich mich frage, wieso Sie mir das alles erzählen und wieso Sie das Mädchen umgebracht haben, falls Sie es wirklich waren. Ah, verstehe. Und da war es wieder, dieses kalte, verächtliche Lachen. Ganz recht, legte ich nach. Beweisen? Wie soll ich wissen, dass Sie nicht nur ein durchgeknallter Wichtigtuer sind? Unser täglich Brot. Leute, die sich zu Verbrechen bekennen, die sie nicht begangen haben. Irgendwelche Schuldkomplexe oder anderen psychischen Störungen. Ich bin nicht durchgeknallt, antwortete er schroff, um das von vornherein klarzustellen. Zum ersten Mal hörte ich einen deutlich gereizten Unterton heraus. Auch wie er jedes Wort einzeln betonte, verriet, dass ich ihn mit der Frage auf dem falschen Fuß erwischt hatte. Kapiert. Ich versuchte, ihn weiter zu provozieren. Sagen wir mal, ich stelle mein Urteil ein wenig zurück. Berätes Schweigen. Wie Sie meinen, sagte er in verändertem Ton. Der mühsam beherrschte Ärger wich jetzt wieder der Gleichgültigkeit. Auch auf diese Reaktion war ich eingestellt. Sagen wir fürs Erste, ich bin durchaus in der Lage zu beweisen, dass ich derjenige bin, für den ich mich ausgebe. Wir kommen noch darauf. Den Grund für meinen Anruf bei Ihnen und für die Hinrichtung werden Sie bald erfahren. Einige der Gründe habe ich Ihnen schon genannt, wenn auch recht abstrakt. Sie brauchen alles nur zu einem Bild zusammenzufügen. Dafür werden Sie schließlich bezahlt. Woher soll ich wissen, dass Sie die Wahrheit sagen? Fragte ich erneut. Inzwischen ging mir der Mann auf die Nerven und ich hatte keine Lust, meine Zeit an einen Spinner zu vergeuden. Einen artikulierten Spinner meinetwegen, aber immer noch ein Spinner. Falls seine Behauptung stimmte, wäre das hier die Story meines Lebens. Falls nicht, nun ja, sich mit Irren herumzuschlagen, gehörte zum Beruf. Also gut, sagte er, wenn mich der erste Eindruck nicht drückt, haben Sie einen guten Draht zu den Detektives bei der Polizei. Die Sache ist ziemlich einfach. Fragen Sie die Burschen, was sie in der rechten Gesäßtasche der Toten gefunden haben. Alles klar? Rechte Gesäßtasche. Worum geht's denn? Irgendeine Nachricht? Stellen Sie einfach diese Frage. Ich rufe in einer halben Stunde wieder an und wir setzen unsere kleine Unterhaltung fort. Aber halten Sie sich bereit. Falls jemand anderes abhebt, lege ich auf. Rechte Gesäßtasche, wiederholte ich. In einer halben Stunde. In Ordnung. Na also, erwiderte er. Geht doch. Ein leises Klicken, dann Stille. Wie in Zeitlupe legte ich auf, während ich mir das Bild des toten Mädchens im Gebüsch am Rande des Rasens ins Gedächtnis rief. Ich sah die Männer, die das Opfer umringten, führte mir genau vor Augen, wie die tote Beuchlings auf der Erde lag. Wie mit einem Kameraobjektiv zoomte ich ihre Beine, ihren Rücken heran. Ich sah die hellblau verwaschene Jeans und versuchte mich auf die Gesäßtaschen zu konzentrieren. Schließlich sah ich auf und starrte quer durchs Redaktionsbüro. Überall arbeiteten die Kollegen in ihren Nischen. Erst jetzt drang mir der Lärm der Schreibmaschinen und Telefone, die Wortwechsel quer durch den Raum, ins Bewusstsein. Mein Blick wanderte zu Nolan, der hinter Zeitungsbergen im grauen Licht der Bildschirme an seinem Schreibtisch saß. Ich spielte mit dem Gedanken, ihm von dem Anruf zu erzählen, verwarf ihn jedoch ebenso schnell. Die entscheidende Frage konnte nur ein Anruf bei Martinez und Wilson klären. Als ich erneut zum Hörer griff, erschien mir das Telefon wie eine Nabelschnur, die mich mit der Welt da draußen verbannt. Die Nummer des Morddezernats hatte ich im Kopf. Ungeduldig wartete ich auf Martinez und Wilson in der Nebenleitung. Im Moment haben wir nichts Neues zu berichten, kam Martinez meiner naheliegenden Frage zuvor. Ich wünschte, es wäre anders. Sobald wir den Burschen haben und er sein Geständnis unterschreibt, erfahren Sie es als Erster. Aber bis jetzt? Fehlanzeige. Ich denke, das dauert eine Weile. Vielleicht nehmen Sie sich bis dahin eine andere Story vor. Er lachte. Ich kam ohne Umschweife zur Sache. Sie haben mir Informationen vorenthalten, sagte ich. Was reden Sie da? fragte Wilson mit deutlich erhobener Stimme. Als da wären... Auch Martinez war das Lachen vergangen. Rechte Gesäßtasche. Es verschlug ihnen die Sprache. Ich sah sie vor mir, wie sie über den Schreibtisch hinweg stumme Blicke austauschten. Martinez reagierte zuerst. Er klang betont ruhig und sachlich. Was soll mit der rechten Gesäßtasche sein? Das wüsste ich gerne von Ihnen, kunterte ich gereizt. Woher haben Sie das? Es klang mühsam beherrscht, äußerst angespannt. Nach Ihnen, sagte ich frostig. Beantworten Sie meine Frage, dann werden Sie es erfahren. Mist, rutschte es Martinez heraus. Wer hat Ihnen davon erzählt? beharrte Wilson. Jetzt hören Sie mal gut zu, wir haben es hier mit einem Mord zu tun, einem kaltblütigen, vorsätzlichen Mord, und Sie versuchen, uns dumm zu kommen? Und jetzt noch mal, woher haben Sie das? Was war in der Tasche? Wiederholte ich scheinbar ungerührt. Verfluchte Kiste. Das war Martinez. Anderson, bitte, lassen Sie die Spielchen, wir sind hier nicht in der Stimmung, ja? Reden Sie Klartext, dann tun wir es auch, so läuft der Hase nun mal. Zum zweiten Mal fiel Wilson seinem Kollegen ins Wort und brüllte in den Hörer. Von wem haben Sie das? Wie kommen Sie an diese Information? Erst will ich wissen, was drin war, das ist der Deal. Sekunde, sagte Martinez. Es wurde still in der Leitung, vermutlich hielt er die Hand über die Sprechmuschel, während er sich mit Wilson beriet. Dann meldeten sich die beiden zurück. Also gut, sagte Martinez. Wir sind bereit, Informationen zu tauschen, allerdings streng vertraulich, okay? Das kann ich erst sagen, wenn ich weiß, was es ist. Verflucht noch mal, Wilson platzte der Kragen. Sind Sie schwer von Begriff? Wollen Sie die ganze Stadt in Panik versetzen? Ticken Sie nicht richtig, oder was, gütiger Himmel? Ich schwieg, auch wenn mir der Schweiß in die Achseln trat. Als sie sich erneut berieten, trommelte ich mit den Fingern auf dem Schreibtisch. Nach einer Weile hörte ich im Hintergrund, wie Wilson vor Wut nach Atem rang. Also gut, fing Martinez an. Wie Sie wissen, wird an einem Leichenfundort die Umgebung systematisch abgesucht und natürlich auch die Leiche selbst. Ich meine Kleidung, Körperöffnungen. Letzteres geschieht normalerweise im Zuge der Autopsie, im Leichenschauhaus, also unter Bedingungen, die eine gerichtsverwertbare Beweissicherung gewährleisten. Genauso sind wir auch bei dem Mädchenverfahren. Während der Doktor zum Skalpell griff, haben wir uns ihre Kleider vorgenommen. In ihrer rechten Gesäßtasche fanden wir einen Zettel, möglicherweise mit einer Botschaft, auch wenn wir noch nicht sagen können, was wir davon halten sollen. Was für eine Botschaft? Meine Nervosität wich atemloser Neugier, während ich bereits an den nächsten Anruf des Mörders denken musste. Ziemlich mager, antwortete Martinez widerstrebend. Vorerst wissen wir nicht, was wir davon halten sollen, auch wenn es zunächst mal nichts Gutes verheißt. Was hat er geschrieben? Ich konnte meine Ungeduld nicht verbergen. Es war ein kleines weißes Blatt Papier, fuhr Martinez umständlich fort, wie man es in jedem Laden um die Ecke bekommt. Es war mehrfach gefaltet, zu einem kleinen Quadrat. In Bleistift standen zwei Worte darauf, in handschriftlichen Blockbuchstaben, wobei jeder Buchstabe mehrmals dick nachgezogen war, was jede grafologische Zuordnung praktisch unmöglich macht. Herr im Himmel, Martinez, was stand drauf? Wieder trat eine Pause ein. Der Mann dachte wie ein Polizist. Wahrscheinlich führte er sich noch einmal in allen Einzelheiten vor Augen, wie er und Wilson unter dem grellen Neonlicht des Leichenschauhauses das Papier in der Jeanstasche fühlten, behutsam mit einer Pinzette herauszogen und auseinanderfalteten. Auf dem Zettel stand Nummer eins. Sonst nichts. Ausgeschrieben. Ja, und jetzt ziehen Sie um Gottes Willen keine voreiligen Schlüsse, schon gar nicht den offensichtlichsten. Mein Gott, brachte ich nur heraus. Hören Sie, Martinez war noch nicht fertig. Ich sah ihn vor mir, die hochgewachsene, kräftige Gestalt über den Schreibtisch gebeugt, das Telefon ans Ohr gepreist. Im Morddezernat herrschte ein grelles Licht, in dem die tristen Schreibtischreihen und Aktenschränke tiefe Schatten auf die Beamten an den Tischen und die Fotos der Toten an den Wänden warfen. Sehen Sie, fing er noch einmal an, bei einem Mord wie diesem kann die Botschaft alles Mögliche bedeuten. Der Zettel ist derzeit noch zur Auswertung im Labor. Der Gedanke an eine Nummer zwei wäre völlig verfrüht. Theoretisch kann es ebenso gut eine Finte sein, um uns auf eine falsche Fährte zu locken. Sind wir uns so weit einig? Haben Sie die Nachricht den Angehörigen gezeigt? Ich meine, für wie dämlich halten Sie uns? Das war Wilsen. Selbstverständlich. Und erwartungsgemäß haben Sie weder die Schrift erkannt, noch hatten Sie die leiseste Idee, wer ihr die Notiz in die Tasche gesteckt haben könnte. Das Gleiche gilt übrigens für Ihre Freunde. Folglich kann die Nachricht von niemand anderem stammen als vom Mörder. Wir werden den Teufel tun, das herumzuposaunen, also sagen Sie uns endlich, woher Sie davon wissen. Ich spielte mit dem Gedanken, mich herauszureden. Doch ich wusste, dass die Detektives zwei und zwei zusammenzählen würden und dass nach einem solchen Vertrauensbruch Funkstille zwischen uns herrschen würde. Nach fieberhafter Überlegung beschloss ich daher, den beiden die Wahrheit zu sagen, wenn auch nicht mehr als unbedingt nötig. Ich habe einen Anruf bekommen, sagte ich. Was für ein Anruf, hackte Wilson nach. Unter meiner Durchwahl. Eine Männerstimme, die ich nicht kannte. Was genau hat er gesagt? Also, log ich, es ging zu schnell, um mir Notizen zu machen. Was hat er gesagt? Wiederholte Wilson ungeduldig seine Frage. Er sagte, ich bin der Mann, der Sie getötet hat. Dann sagte er, ich solle Sie fragen, was Sie in Ihrer rechten Gesäßtasche gefunden hätten. Er sagte, er hätte die Reportage gelesen. Er hat noch ein wenig drauf los, schwadroniert und dann aufgelegt. Ich war mir unschlüssig, was ich davon halten sollte, und habe sie angerufen. Ruft er wieder an? Wilson gab sich keine Mühe, seinen Frust zu verbergen. Woher soll ich das wissen? Streng genommen war das nicht gelogen. Schwer zu sagen, ob der Mörder seine Ankündigung wahrmachen würde. Meine Güte, sagte Wilson. Irgendeine Idee? Nein, fiel ich ihm ins Wort. Keine Ahnung, wer der Bursche war oder von wo aus er anrief. Sein Ton war freundlich, ungezwungen. Gut möglich, dass er seine Stimme verstellt hat, damit ich ihn nicht wiedererkenne. Tut mir leid, ich weiß, das hilft Ihnen nicht sehr weiter. Was noch? Das war Martinez. Im Hintergrund hörte ich Wilson leise fluchen. Wie gesagt, er hat ein bisschen herumschwadroniert. Ich werde versuchen, mir alles ins Gedächtnis zu rufen. Wenn ich bitten darf, sagte Martinez. Irgendwas wird Ihnen doch wohl in Erinnerung sein. Vielleicht hilft es uns weiter. Sicher, ich verstehe Sie ja, beschwichtigte ich ihn. Ich werde das Gespräch so gut ich kann rekonstruieren. Ich rufe Sie wieder an. Himmel! Hörte ich noch von Wilson. Dann legte ich auf und sah auf die Uhr an der Wand. Die halbe Stunde, bis sich der Anrufer wieder melden wollte, war bis auf wenige Minuten verstrichen. Ich sprang auf und rannte quer durchs Großraumbüro zur Lokalredaktion. Nolan blickte von einem Stapel Fotokopien auf, die er gerade las. Für einen Moment starrte ich auf den Wust von beschriftetem Papier und hatte sekundenlang das Gefühl, als hätte ich das Lesen verlernt. Nolan! platzte ich heraus. Der Mörder hat mich angerufen! Ich grinste und fuchtelte so lebhaft mit den Händen, dass an den anderen Tischen einige Köpfe zu uns herumflogen und mich neugierig musterten. Er ruft in wenigen Minuten wieder an. Ich brauche ein Tonbandgerät. Sie wissen schon mit seiner Abhörvorrichtung, die man auf die Hörmuschel klemmt. Ich muss das, was mir der Bursche zu sagen hat, mitschneiden, ohne dass er es merkt. Nolan konnte sein Glück nicht fassen. Sind Sie sicher, dass es der Mörder ist? Ja, antwortete ich und versprach es ihm später zu erklären. Jetzt war dafür keine Zeit, der Moment rückte näher. Er nickte. In wenigen Sekunden waren wir in der Bibliothek, holten ein Tonbandgerät aus dem Schrank und eilten damit zurück zu meinem Schreibtisch. Während wir es aufstellten und die Abhörvorrichtung anbrachten, versuchte ich, Nolans Fragen zu beantworten. Er wollte sich davon überzeugen, dass wir es tatsächlich mit dem Mörder zu tun hatten. Ich fasste das erste Gespräch zusammen und zeigte ihm meine Notizen. Nachdem er sie überflogen hatte, sah er mit einem eindringlichen Blick zu mir auf. Er wollte wissen, was es mit der Gesäßtasche auf sich hatte und so erzählte ich ihm, ohne die Wandohr aus den Augen zu lassen, von meinem aufgeregten Schlagabtausch mit den Detektives. Nummer eins, murmelte Nolan vor sich hin und schüttelte den Kopf. Der große, schwarze Zeiger rückte vor, der rote Zeiger kreiste weiter. Zehn Sekunden über die Zeit. Zwanzig Sekunden. Es klingelte. Ich sah Nolan an und er nickte. Ich drückte die Aufnahmetaste und nahm ab. »Anderson«, meldete ich mich leise. »Hallo«, sagte der Mörder. »Ich schätze mal, Sie hatten Angst, ich würde mich nicht wieder melden.« »Ich war mir zumindest nicht sicher«, erwiderte ich. Er lachte. »Gewissheit ist nach meiner Erfahrung auf dieser Welt nur schwer zu erlangen.« Er schien zu überlegen. »Haben Sie mit der Polizei gesprochen?«, fragte er. »Ja, rechte Gesäßtasche.« »Und?« »Das würde ich gerne von Ihnen hören.« »Ah, immer noch misstrauisch«, antwortete er, und wieder hörte ich dieses eiskalte Lachen in der Leitung, ein abstoßender Laut. »Na schön«, fuhr er fort. »Eigentlich kann ich es Ihnen nicht verübeln, dass Sie auf Nummer sicher gehen wollen. Bei dem Gegenstand, den die Polizei in der rechten Gesäßtasche der jungen Dame fand, handelt es sich um ein weißes Blatt Papier, gewöhnliches Notizpapier. Es standen zwei Worte darauf. Nummer eins. Richtig? »Genau das haben Sie gesagt«, bescheinigte ich ihm. »Und? Habe ich Sie jetzt überzeugt?« »Ja.« »Freut mich. Dann sind wir ein gutes Stück weiter.« »Was wollen Sie?« fragte ich. Er stockte. Ich hörte nur seinen Atem, während er sich, wie mir schien, die Antwort genau überlegte. Ich warf Nolan einen Blick zu, doch der starrte nur auf das Tonbandgerät und mir wurde bewusst, dass er den Mörder nicht hören konnte. »Ich brauche Sie«, sagte er. »Ich brauche Ihre Zeitung.« »Ich kann Ihnen nicht folgen«, sagte ich. »Die Menschen sollen es begreifen.« »Was sollen Sie begreifen?« »Wieso es eine Nummer eins gab.« »Wieso es eine Nummer zwei geben wird.« »Wieso es eine Nummer drei geben wird.« »Eine vier, fünf, sechs.« Ich schnappte mir einen Zettel und schrieb, »Er plant weitere Morde.« Ich schob Nolan die Notiz hin. Er nahm einen Bleistift und schrieb, »Warum?« dreimal unterstrichen. »Verraten Sie mir, warum?« fragte ich. Er ließ sich mit der Antwort etwas Zeit. Als er sich wieder meldete, sprach er in ruhigem, gleichmütigem Ton. Als ich klein war, lebten wir in Ohio auf dem Land. So weit das Auge reichte grün und braun in allen Schattierungen. Bis heute sehe ich die Felder im Frühling vor mir, endlose Felder mit frisch umgepflügter brauner Erde, Furchen bis zum Horizont. Manchmal blieb ich auf dem Heimweg von der Schule stehen und sah den Fahrmann auf ihren Traktoren zu, mit denen sie die Ecke rauf- und runterfuhren. Ab und zu warfen sie einen Blick über die Schulter, als könnten sie in den Bahnen, die sie zogen, die Zukunft lesen. Das war eine schöne Jahreszeit, während er aussaat. Die Bäume schlugen aus, der graue Winter wich dem Grün, das Überall aus der Erde spross. Es herrschten milde Temperaturen, und ich konnte nicht genug davon bekommen. Bis heute höre ich das ferne Brummen der schweren Maschinen draußen auf den Feldern. Wir wohnten in einem kleinen Haus am Rande einer großen Farm. Ich fuhr mit dem Schulbus und musste das letzte Stück ungefähr eine Meile laufen. Wir waren zu dritt, meine Mutter, mein Vater und ich. Er war Lehrer und unterrichtete an der Schule, in die ich ging, wenn auch die höheren Klassen. Es gab nur zwei Schlafzimmer im Haus, und ich entsinne mich, wie ich im Bett lag und lauschte, wenn einer von ihnen Badewasser einlaufen ließ, und wie ich zu raten versuchte, wer. Von meinem Vater bekam ich meistens Prügel, für tatsächliche und eingebildete Verfehlungen. Er war klein, aber drahtig und kräftig, und hätte ihn eher für einen Landarbeiter als seinen Lehrer halten können. Abends saß er im Wohnzimmer neben der Lampe und las fast immer große Werke, Tolstoi, Dostoevsky, Dickens, Melville. Manchmal blickte er von seiner Lektüre auf und las seine Passage laut vor. Dann sah er mich jedes Mal eindringlich an und forderte mich auf, die Textstelle zu wiederholen, um mein Gedächtnis zu prüfen. Wenn er mich züchtigte, wollte er mich immer in die Küche. Er hatte einen Stock, genauer gesagt ein antikes, schmales Paddel, ein Relikt aus grauer Vorzeit. Meine Mutter stand daneben, rührte langsam im Essen und sah zu, ohne etwas zu sagen. Er verlangte, dass ich meine Verfehlung endlos wiederholte. Ich bin zu spät nach Hause gekommen, ich habe mit Freunden gespielt, mit denen er mir den Umgang untersagt hat. Ich habe irgendetwas angestellt, was kleine Jungen ebenso machen. Er hat mir jedes Mal vorher gesagt, wie viele Schläge er mir verabreichen würde. Ich lernte zum einen, wo meine Schmerzgrenze lag, und zum anderen abzuwägen, ob mir eine Übertretung für den Fall, dass er mich erwischte, die Strafe wert war. Mein Vater führte die Schläge stets mit der gleichen Kraft aus, mit der gleichen Präzision. Ich musste laut mitzählen, immer wenn mich der nächste Schlag traf. Er war ein harter Mann. Bis heute höre ich den missbilligenden Ton in seiner Stimme. Und während die Schläge niedergingen, blickte ich aus dem Küchenfenster in einen Baum und durch die Zweige in den Himmel. Immer wenn es mir gelang, mich in die Farbe des Himmels zu vertiefen, egal ob blau, grau oder schwarz, tat es nicht so weh. Am schlimmsten war es dann mit den Strafen in dem Sommer, als ich 13 wurde. Die Zahl der Schläge nahm zu, die Stimme in meinem Rücken wurde härter. Und ich wuchs in diesem Sommer. Mit einem Mal war ich größer und breitschultriger als er. Ich hatte eine tiefere Stimme als er. Als er wieder einmal zu seinem Paddel griff und sich unsere Blicke trafen, sagte ich, es reicht. Er legte das Paddel weg und nickte. Ich glaube, da hatte er das erste Mal Angst vor mir. Als ich mich zu meiner Mutter umsah, lächelte sie und sagte leise, gut. Nachdem ich zu Bett gegangen war, ruchte ich auf das Einlassen des Badewassers. Doch an diesem Abend blieb es still. Ich fiel in einen unruhigen Schlaf und erwachte kurz vor dem Morgengrauen aus einem Albtraum, den ich nie vergessen werde. Wieder einmal schlug mich mein Vater mit dem Paddel und mit jedem Schlag wurde er größer, stärker, unerbittlicher. Ich hatte panische Angst. Die Angst erdrückte mich. Jeder neue Schlag presste mir buchstäblich die Luft aus den Lungen. Ich glaubte zu ersticken. Und meine Mutter sah lächelnd zu. Am darauffolgenden Tag trödelte ich auf dem Heimweg von einem Freund und kam zu spät zum Essen. Mein Vater schrie, schimpfte und fluchte, doch zum Paddel griff er nicht. Mir wurde plötzlich bewusst, dass es mir fehlte. Als hätte ich fest mit der Strafe gerechnet und so seltsam es klingt, war ich irgendwie enttäuscht, dass es keine Schläge setzte. In den nächsten Tagen tat ich absichtlich Dinge, die ihn normalerweise herausgefordert hätten. Doch nichts verfing. Von einem Moment zum anderen war meine Kindheit unwiderruflich vorbei. Von da an schlief ich schlecht. Mit Einbruch der Dunkelheit suchten mich die Albträume heim, jede Nacht. Irgendwann wachte ich schweißgebadet auf und zitterte vor Kälte. Dann wieder lag ich hellwach da und horchte mit offenen Augen in die Nacht. Jedes noch so leise Geräusch klang mir wie ein Schrei in den Ohren. Die innere Unruhe blieb, auch nach dem Umzug in die Stadt. Manchmal glaubte ich, des Nachts zu hören, wie mein Körper wuchs und ich hielt mir die Ohren zu. Ich kniff die Augen zu. Doch gegen die Albträume war ich machtlos. Später wurde ich mit Vorliebe in den dunkelsten Stunden der Nacht als Horchposten eingeteilt, denn der Lieutenant wusste, dass ich ohnehin kaum schlief und dass mir nicht das kleinste Geräusch entging, von feindlichen Pionieren oder was da sonst durch den Stacheldraht gekrochen kam. Ich sorgte dafür, dass die anderen besser schlafen konnten. Ich lehnte im Graben, den Kopf nach hinten gelegt und die Füße über die Kante hinaus gestreckt und horchte. Meistens starrte ich in den Himmel. Ich weiß noch, wie seltsam ich es fand, dass der Himmel dort, in diesem fremden Land, genauso aussah wie seinerzeit, tausende Meilen entfernt in Ohio. Alle paar Minuten drehte ich mich in meinem Schützenloch um, wie damals in meinem Bett, und spähte zur unsichtbaren Verteidigungslinie hinüber. Für viele war der Dschungel immer unberechenbar und in Bewegung. Ich fand ihn beruhigend. Ich hatte keine Angst, die anderen schon, doch ich war in meinem Element. Manchmal streichelte ich, während ich Wache schob, die Mündung meines Gewehrs. Ich hatte meinen Frieden. Das war das Seltsame daran. Mich beruhigte, was den anderen Angst einjagte. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Und als der ganze Horror später erst richtig losging, kam ich mir vor wie in einem Theaterstück, in dem ich meine Rolle ausfüllte. Das Grauen, das sich vor meinen Augen abspielte, erschien mir nicht real. Doch dazu später. Jedenfalls bin ich damals zu dem Schluss gekommen, dass es nicht mehr so weitergehen konnte, dass ich etwas unternehmen musste. Sie haben mich nach dem Warum gefragt und hier ist meine Antwort. Es ist ein Schauspiel, ein Theaterstück, damit jeder hier im Scheinwerferlicht dieser Stadt am eigenen Leib erfahren kann, wie sich nächtliche Leere anfühlt. Der allnächtliche Albtraum. Sie wollen wissen, wer ich bin? Wie wär's damit? Ich bin das schlimmste Geschöpf auf Erden. Er verstummte. Ich hörte seinen gleichmäßigen Atem. Während des ganzen Monologs hatte er kaum einmal die Stimmlage gewechselt. Zuerst überlegte ich krampfhaft, ob ich antworten oder ihm eine Frage stellen sollte. Mir fiel auf Anhieb nichts ein und so starrte ich nur auf die Spulen des Tonbandgeräts, die sich leise drehten. Was bezwecken Sie mit Ihrem Anruf? fragte ich schließlich. Sie sind, sagte er in beinahe strengem, schneidendem Ton, Sie sind mein, sagen wir, mein Pressesprecher, meine Worte, Ihre Artikel, die Lokalzeitung. Willkommen, er legte eine Kunstpause ein, am Rande eines schrecklichen Albtraums. Eine ganze Weile schlug mir Schweigen aus der Leitung entgegen, doch ich hörte seinen Atem, er hatte noch nicht geendet. Versetzen Sie sich nur einen Moment in das erste Opfer. Stellen Sie sich vor, was dieses Mädchen in ihren letzten Stunden empfunden hat, wie aufgewühlt sie war. Wir haben miteinander geheidet. Einmal haben wir zusammen geweint. Es gab Momente, da hätte ich mir gewünscht, diese Nacht ginge nie zu Ende. Anfänglich hatte sie einfach Angst, aber sie war erstaunlich gefasst, fragte, wo er nicht mit ihr wollte, und als ich sagte, an einen ungestörten Ort, schnappte sie nach Luft. Höchstwahrscheinlich dachte sie, ich wollte sie vergewaltigen, daher habe ich ihr versichert, dass ich sie nicht anrühren würde, sondern einfach nur ein bisschen mit ihr reden wolle. Das schien sie zu beruhigen. Sie bat mich, die Fesseln an ihren Handgelenken zu lockern, aber das lehnte ich ab. Das sei eine Frage des Vertrauens, erklärte ich ihr. Später vielleicht. Dann wollte sie wissen, ob das eine Entführung sei, und ich sagte ja. Für den Augenblick entsprach es ja auch der Wahrheit. Außerdem erleichterte es die Situation, wenn sie sich an eine logische Erklärung und die Hoffnung auf einen guten Ausgang klammern konnte. So fuhren wir durch die Nacht. Ich hatte die Fenster geschlossen, obwohl der Wagen keine Klimaanlage hatte, und so drang die nächtliche Hitze herein. Die Straßenlaternen warfen groteske Schatten über die Fahrbahn, und mehr als ein Mal hätte ich um ein Haar das Lenkrad herumgerissen, um ihnen auszuweichen. Wir hielten, an einem einsamen Ort, nicht weit vom Wasser. Ich hoffte, es würde sie trösten, wenn sie das Meer riechen konnte. Und sie fragte mich, wieso ich das täte. Und ich verriet ihr, dies sei nur der erste Akt in einem langen Theaterstück. Sie verstand nicht recht. Wahrscheinlich drückte ich mich zu abstrakt aus, und in ihrer Panik war sie überfordert. Dennoch ließ sie nicht locker, stellte immer weiter Fragen, forderte mich heraus, Farbe zu bekennen. Gott, sie war schön, wie sie so seitlich am Wagen lehnte und den Kopf zu mir herüberreckte, um mich besser hören zu können, und das Meer zu riechen. Ich spürte diese unerbittliche Ruhe in mir, und zugleich kamen mir die Tränen. Ich fragte mich, ob alle Opfer eine solche Selbstbeherrschung aufbringen würden. Als sie mich weinen, hörte viel sie ein, vielleicht, um mich ein bisschen zu trösten. Als ich vom Krieg sprach, erzählte sie von ihrem Bruder, der ungefähr zur gleichen Zeit, wie ich in Vietnam gewesen sei. Ich kam, auf meine Jugend zu sprechen, und wir mussten lachen, denn sie meinte, selbst die besten Eltern gingen einem manchmal ganz schön auf die Nerven. Da hatte sie natürlich recht. Sie war eine erstaunliche junge Frau, und einen Moment lang habe ich ernsthaft überlegt, ob ich das Ganze ablasen sollte. Aber was man anfängt, das bringt man auch zu Ende. Es trat Stille ein, als lasse er die Eindrücke dieser Nacht langsam Revue passieren. Ich fragte mich, wo diese abgeschiedene dunkle Stelle dicht am Wasser, die er erwähnt hatte, liegen mochte. Doch davon gab es Tausende. Sehen Sie, die selben Gefühle, die mich zögern ließen, sagten mir, dass sie die perfekte Wahl für mein Vorhaben war. Als ich das begriff, fasste ich mir an den Kopf, dann ging ich zum Ufer hinunter und ließ die Hand durchs Wasser gleiten. Es war warm, wie ein mitternächtliches Bad. Ich hörte den leichten Wellengang in der Bucht, das leise Klatschen am Strand. Die Lichter der City, die Lichter am Himmel, Sterne und Mond spiegelten sich im Wasser. Ich ging zurück und setzte mich in einigem Abstand ihr gegenüber, um sie zu beobachten. Ich glaube kaum, dass sie mich im Dunkeln sehen konnte. Jedenfalls machte sie schwache Anstrengungen, sich aus den Fesseln zu winden. Ich wartete bis kurz vor Morgengrauen. In Vietnam hatten sie um diese Zeit alle die größte Angst. Als typische Tagmenschen sehnten sie das erste Licht dabei, eine trügerische Sicherheit. Die Orsis, wussten sie, dass die auch ein paar Truppenkontingente in Vietnam hatten? Jedenfalls waren die kurz vor Sonnenaufgang immer in höchster Alarmbereitschaft. Alle auf den Beinen, alle an den Waffen, alle Augen auf die Verteidigungslinie gerichtet. Die waren auf alles gefasst und wurden nie überrumpelt. Bei der Erinnerung legte er eine Pause ein. Kurz vor Morgengrauen fuhren wir dann zum Golfplatz. Das verwirrte sie wohl ein wenig, denn sie fragte, wozu. Vermutlich gab die Fahrt ihrer Angst vor einer Vergewaltigung neue Nahrung, doch ich redete ihr gut zu. Als wir in das Gebüsch kamen, wo später ihre Leiche gefunden wurde, ließ ich sie hinknien und forderte sie auf, nach Osten zu blicken. Sie sollte den Sonnenaufgang sehen. Im entscheidenden Moment ist es wie eine Lichtexplosion. Als sie so weit war, holte ich die 45er heraus und zielte mit einem schrägen Einschusswinkel von unten, um diesen Ausdruck in ihrem Gesicht zu erhalten. Ich sagte, »Da, die Sonne geht auf.« Sie reckte den Kopf, um besser sehen zu können. Und ich drückte ab. Sie hat nichts gespürt, da bin ich mir absolut sicher. Und am Ende hatte sie auch keine Angst. Er schwieg. Dann fügte er hinzu, »Vielleicht hätte sie mir sogar vergeben, wenn sie geahnt hätte, was kommt.« Stille. Als ich ihren Artikel las über das Mädchen und ihre Familie, wurde mir klar, dass ich von Glück sprechen kann, weil ich für das erste Opfer die perfekte Wahl getroffen hatte. Ich versuchte, eine Frage einzuwerfen. »Wie haben Sie...« »Ganz einfach«, fiel er mir ins Wort. Sie lief die Straße entlang. Ich hielt unter dem Vorwand, sie nach dem Weg zu fragen, Kinderspiel sie in den Wagen zu ziehen und zu fesseln. Plötzlich hatte ich nur noch Leere im Kopf. Die unerwartete Stille in der Leitung schluckte die Bilder, die der Mörder mit seinen Schilderungen heraufbeschworen hatte. Einige Sekunden vergingen, bevor ich den mageren Satz herausbrachte. »Ich begreife immer noch nicht.« »Wie denn auch?« Er schien zu überlegen. »Drüben in Vietnam. Da gab es einen Moment, mehrere Momente, in denen jede Vernunft außer Kraft gesetzt war. Situationen, in denen ich an grauenhaften Gemetzeln beteiligt war. Darüber kann ich noch nicht sprechen. Seit Jahren sind sie wie ein Krebsgeschwül in meinem Kopf. Man rechnet mit den normalen menschlichen Reaktionen, Schuldgefühlen und erschwelliger Angsttrauer, was weiß ich. Aber nichts dergleichen, rein gar nichts, konnte diese Bilder verbannen. Sie waren wie die Albträume aus meiner Kindheit, nur real. Und sie begleiteten mich auch, wenn ich wach war. Dann kam der Frühling, die Zeit der Aussaat, des Wachsens und des Spriesens. Und ich verfolgte im Fernsehen wieder drüben die Hölle erst richtig losging. Ich sah nur noch die strampelnden Beine von Männern und Frauen, die sich an die Landekufen der Helikopter klammerten, um sich aus dem Inferno zu retten. Ich sah, wie das Land die Hoffnung aufgegeben hatte. Mir kam das ganze Grauen wieder hoch. Als ich in den Reportagen die verängstigten Gesichter sah, dachte ich nur, die haben doch alle keine Ahnung. Wer nicht da war, weiß nicht, wie es wirklich ist. Für alle anderen ist es ein Fernsehbericht hier, eine Schlagzeile, ein unscharfes Schwarz-Weiß-Bild dort. Da kam mir die Idee, den Leuten hier meine eigene Hölle mitten in ihre heile Welt zu bringen. All den selbstgefälligen Mistkerln, die mir diese sinnlose Schlachten befohlen haben. Darum geht es hier. Er lachte. Genug für heute. Ich melde mich wieder nach Nummer zwei. Warten Sie, warf ich hastig ein. Doch er hatte eingehängt. Ich legte den Hörer auf die Gabel und schaltete das Tonbandgerät aus. Die meisten Reporter im Raum hatten ihre Arbeit unterbrochen und die Vorgänge stumm verfolgt. Ich rückte, wie um mir von der Ungeheuerlichkeit des mörderischen Monologs Abstand zu verschaffen, auf meinem Stuhl zurück. Ohne den Blick vom Tonbandgerät zu wenden, deutete Nolan auf ein Sitzungszimmer am rückwärtigen Ende der Redaktion. Auf unserem Weg dorthin sagte niemand ein Wort. Durch die Fenster erherschte ich einen Blick nach draußen, wo die tropische Sonne, die über der City lag, in den unzähligen Glasflächen zu explodieren schien. In meinem Rücken stellte sich das gewohnte, emsige Getriebe wieder ein. Stimmen gingen hin und her, Telefone klingelten, Schreibmaschinen klapperten. Ich hielt bewusst meine Emotionen nieder. Während Nolan das Band abhörte, lief ich in dem kleinen Zimmer hin und her und skizzierte in Gedanken schon den Artikel für die nächste Nummer. Nolan grub das Kinn in die Brust und zog sich, gänzlich in die Worte des Mörders vertieft, in sich selbst zurück, wie eine Schnecke ins Gehäuse. Gelegentlich machte er auf einem Schreibblock, der vor ihm lag, eine kurze Notiz. Ich dagegen bekam vor gespannte Erwartung auf Nolans Reaktion kaum noch etwas mit. Das Ende der Aufnahme markierte das Klicken in der Leitung, als der Mann aufgelegt hatte. Mit leisem Surren drehte sich die Spule weiter. Das, sagte Nolan und richtete sich langsam auf, ist ein irres Ding. Dann streckte er die Glieder, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und kippelte mit seinem Stuhl. Als er tief ausatmete, war es das einzige Geräusch im Raum. Dann zündete er sich einer Zigarette an und blickte den Rauchschwaden hinterher. Das will alles gut überlegt sein, sagte er schließlich. Überlegt? platzte ich heraus. Was gibt's da zu überlegen? Du meine Güte, das muss so schnell wie möglich raus. Ich meine, Sie haben den Burschen ja selbst gehört, gütiger Himmel. Was für eine Geschichte. Das haut die Leute um, wenn sie es lesen. Eben, erwiderte Nolan. Gott, Nolan! Sollen wir es vielleicht für uns behalten? Das habe ich nicht gesagt, erklang eine Spur gereizt. Zögern Sie nur für den Augenblick Ihren Enthusiasmus. Aber ich... Doch ich hielt den Mund. Wir warteten schweigend. Ich blickte in die Rauchwolken unter der Decke, holte tief Luft und bemühte mich um einen sachlichen, ruhigen Ton. Ich bin lediglich der Auffassung, dass wir diese Story bringen sollten. Nichts anderes habe ich vor, sagte Nolan. Da sind wir uns einig. Die Frage ist, wie? Nolan, versuchte ich es noch einmal. Es ist einfach nur eine gute Story. In der Tat, eine gute Story, nach der nichts mehr so sein wird, wie es jetzt ist. Er verfiel in Schweigen. Schließlich schüttelte er den Kopf. Also gut, an die Arbeit. Ich wünschte, es wäre so einfach, wie Sie offenbar denken. Doch bevor ich antworten konnte, klingelte im Konferenzraum das Telefon. Ich lief hin, doch Nolan war schneller und hatte es schon am Ohr. Er nickte ein paar Mal und drehte sich zu mir um. Ihre Freunde, Martinez und Wilson, sind da. Sie haben Verstärkung mitgebracht. Ihren Dezernatschef. Wer heißt er noch gleich? Und ins Telefon? Erhalten Sie ihn hin. Sagen Sie ihnen, wir wären noch in einer Konferenz. Sie müssten sich zehn bis 15 Minuten gedulden, bis wir mit Ihnen reden können. Bieten Sie einen Kaffee an. Seien Sie zuvorkommend. Betonen Sie, wir kämen auf jeden Fall. Sie müssten sich nur ein bisschen gedulden. Und an mich gewandt. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Das Band nehme ich mit, damit es sich die Chefetage anhören kann. Machen Sie sich unterdessen schon mal in die Rohfassung des Artikels. Tippen Sie Ihre Notizen vom ersten Anruf ab. Das hier lasse ich von einer Sekretärin transkribieren, damit wir alles schwarz auf Weis haben. Es ist wohl anzunehmen, dass wir das Band den Detektives aushändigen müssen. Ich war bereits mit der Zusammenfassung der ersten Unterhaltung fertig, als ich am anderen Ende der Redaktion die zwei Detektives zusammen mit einem untersetzten dritten Mann im Gänsemarsch herüberkommen sah. Martinez, der das Schlusslicht bildete, hob die Hand zum Gruß. Sie verschwanden im Büro des Chefredakteurs. Wenig später kam ein Mitarbeiter der Lokalredaktion, um mich dazu zu bitten. Der Chefredakteur und Nolan fingen mich auf dem Flur ab. Durch den Türspalt sah ich die angespannten Polizisten auf einem Ledersofa sitzen. Erlang, sagte Nolan, und wir folgten dem Chefredakteur in einen angrenzenden Raum. Er zog die Tür hinter uns zu. Der Chef war ein kleiner Mann mit grauem, glatt zurückgekämmten Haar. Da er, wenn er aufgeregt war, ein schweißnasses Gesicht bekam und ihm dann die Brille immer wieder auf die Nasenspitze herunterrutschte, blickte er einen über die Gläser hinweg an, sodass man selbst ins Schwitzen kam. Unter den Kollegen war er wegen seines strengen Qualitätsurteils gefürchtet und dank seiner väterlichen Zuneigung beliebt. In der Regel ließ er es sich nicht nehmen, einem Reporter zu einem gelungenen Artikel persönlich zu gratulieren, ein kurzer, fast schon peinlicher Moment, der jedem viel bedeutete. Er musterte mich freundlich. Wenn Sie mir das Klischee gestatten, haben wir einen ganz großen Fischermarken, aber noch lange nicht an Land gezogen. Norlen lachte und ich wagte ein scheues Grinsen. Also kam der Chefredakteur zur Sache. Ein paar wichtige Fragen. Haben Sie dem Mörder Anonymität zugesagt? Geheimhaltung gegenüber der Polizei? Dass Sie den Inhalt der Gespräche teilweise oder in Gänze vertraulich behandeln würden? Nein, beantwortete ich alle drei Fragen kurz und bündig. Der Chef wirkte erleichtert. Nur noch eine Hürde. Haben Sie ihm versprochen, die Geschichte auf eine bestimmte Weise oder in genauem Wortlaut zu schreiben? Nein, ich bekam mir kaum einmal einen Satz dazwischen. Allerdings ging er, wie mir schien, stillschweigend von einer exklusiven Berichterstattung durch das Journal aus. Nun, antwortete der Chefredakteur zufrieden, dagegen haben wir nichts einzuwenden. Norlen wandte sich an mich. Geht es für Sie klar, mit der Polizei zu kooperieren? Ja, sagte ich, wenn es im Rahmen bleibt. Norlen nickte. Da wären wir uns einig. Der Chefredakteur schüttelte den Kopf. Es stehen einige Entscheidungen an, wir benötigen mehr Zeit. Eins schon mal vorab, eine Kopie des Bandes rücken wir nur unter der Bedingung raus, dass es auf keinen Fall an die Konkurrenz gelangt. Und wir schreiben die Reportage. Er sah mich an. Wir brauchen diese Polizisten, stimmt's? Natürlich, Sie sitzen am längeren Hebel. Sollte der Mörder tatsächlich noch einmal zuschlagen, könnten Sie uns kaltstellen. Richtig, dachte ich mir. Also dann, wie ein Grundschullehrer klatschte er aufgeregt in die Hände, schlagen wir bei dem Kuhhandel das Beste für uns raus und machen Sie nur den Mund auf, wenn ich Ihnen ein Zeichen gebe. Gemeinsam gingen wir über den Flur nach nebenan. Ich nickte den beiden Detektives zu und schüttelte dem Dezernatsleiter die Hand. Nach einem Moment angespannten Schweigens fragte sie der Chefredakteur, was genau sie von uns wünschten. Wir wollen eine Zeugenaussage von Ihrem Mitarbeiter hier, sagte der Polizist. Außerdem vollständige Einsicht in seine Aufzeichnungen zu dem Fall. Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung. Schließlich ermitteln wir in einem Mordfall und ich darf wohl davon ausgehen, dass wir uns den Weg zum Staatsanwalt sparen können und ohne gerichtliche Vorladung auskommen. Der Chefredakteur richtete sich zu voller Größe auf und nickte. Ja, das geht in Ordnung. Allerdings können wir keine Aufzeichnungen aushändigen. Um Ihrem Ärger gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, wir konnten ein zweites Telefongespräch mit dem Mörder auf Band aufnehmen. Wir sind bereit, Ihnen für Ihre Ermittlungsarbeit eine Kopie davon zu überlassen, allerdings nur unter einer bestimmten Voraussetzung. Die da wäre? Lediglich das exklusive Publikationsrecht, antwortete der Redakteur. Also keine Weitergabe an die übrige Presse und das Fernsehen. Und weiterhin die stille Übereinkunft, dass wir von den neuen Erkenntnissen und Entwicklungen als erste erfahren, immerhin könnte sich der Mörder erneut bei uns melden. Der Dezernatsleiter überlegte nicht lange. Ich denke, das ist annehmbar, sagte er und lächelte erleichtert. Gut, der Chefredakteur erhob sich. Schließlich sitzen wir alle im selben Boot. Wie wahr, bestätigte der Chefredakteur. Zusammen mit dem Mörder, bemerkte Martinez sarkastisch. Auf dem Weg zurück zu meinem Schreibtisch hielt mich Wilson an, legte mir die Hand auf die Schulter, bis ich sie so lange angestarrt hatte, dass er sie irritiert wegnahm. Hören Sie, sagte er leise. Wir müssen nach wie vor wissen, was er bei seinem ersten Anruf gesagt hat. Das hier ist keine Einbahnstraße, klar? In Ordnung, beschwichtigte ich ihn. Sie hören von mir, sobald ich meine Notizen fertig habe. Ich spielte auf Zeit. Es ging mir gegen den journalistischen Instinkt, mit Informationen herauszurücken, egal welchen. Das Credo des Reporters lautete noch immer Informationen beschafft man sich, man gibt sie nicht preis, außer in einem Artikel. Schon kurze Zeit darauf kam eine Sekretärin mit der getippten Transkription des Turnbands. Bei der Lektüre der Niederschrift versuchte ich mich an die Stimme des Mörders zu erinnern und wie schon zuvor mir den Anrufer in seiner Umgebung auszumalen, das Zimmer, das Telefon, den Revolver auf dem Tisch. Nolan kam vorbei. Lassen Sie ja dieses Ding an Ihrem Telefon und sorgen Sie dafür, dass immer eine leere Kassette eingelegt ist. Einen Moment lang fragte ich mich, in was ich da hineingeraten war und wohin das Ganze führen würde. Dann schüttelte ich den Kopf, konzentrierte mich auf meine Notizen und die schreiben. Der Mörder der 16-jährigen Amy Hooks hat sich beim Miami Journal gemeldet und angekündigt, dem Tod des jungen Mädchens weitere Morde folgen zu lassen. Willkommen, sagte der Mörder am Telefon, am Rande eines schrecklichen Albtraums. Nachdem der Anfang stand, ging mir der übrige Text leicht von der Hand. Im Wesentlichen gab ich die Auskünfte und Überlegungen des Mörders mit seinen eigenen Worten wieder, streifte dabei jedoch die ausführlichen Einblicke in seine Vergangenheit nur am Rande. Einzelheiten sparte ich aus. Dass der Mörder selbst als Kronzeuge das letzte Wort über die letzten Stunden im Leben seines Opfers bekam, war beklemmend. Ich sah die Mutter und den Vater in ihrem Wohnzimmer mit den Fotos ihres toten Kindes stehen und fragte mich, wie sie wohl auf den Der Moment verflog und ich konzentrierte mich wieder auf die Formulierungen des Killers. Nolan las den Text Abschnitt für Abschnitt auf dem Computerbildschirm durch. Mein Gott, murmelte er. Was ist? Sieh sich das einer an, wie der redet, seine Schilderungen, seine Rekonstruktion der Ereignisse, die Satzstruktur, die Ausdrucksweise, keine abgebrochenen Sätze, kein Stocken. Ist Ihnen schon mal jemand untergekommen, der so spricht? Der Kerl hat Grips, sagte ich. Was schließen Sie daraus? Keine Ahnung, Anderson, antwortete Nolan und drehte sich zu mir um. Seien Sie einfach auf der Hut, okay? Sicher, erwiderte ich prompt und fragte mich, wovor? Nolan wandte sich wieder dem Bildschirm zu. Der Himmel weiß, wie das alles enden wird. Am nächsten Morgen sprengte die Schlagzeile Mörder kündigt Albtraum an, weitere Morde geplant, das Titelblatt des Journal. Kaum wurden früh um halb sechs die ersten Bündel von der Druckerpresse in den LKW verladen, klingelte bei mir das Telefon. Der erste Anruf kam von einem Reporter der Associated Press. Christine versuchte ihn abzuwimmeln, doch ich quälte mich aus dem Bett und beantwortete seine Fragen. Ich hatte unruhig geschlafen und war in einem wiederkehrenden Traum quer durch die Stadt meinem Onkel hinterhergejagt. Wie in einem Dali-Gemälde hatte ich sämtliche Gestalten und Formen grotesk verzerrt gesehen. Während ich telefonierte, trank Christine Kaffee und las dabei im ersten Morgenlicht die vor ihr ausgebreitete Zeitung. Alle paar Sekunden schaute sie mich an und schüttelte den Kopf. So gut ich konnte, wimmelte ich alle Fragen ab, die ich nicht beantworten wollte. Alle baten um eine Kopie des Tonbandes. Zwei Minuten nach dem Gespräch mit dem Mann von der Presseagentur kam der nächste Anruf, ein Kollege von der Miami Post, der noch am Aufmacher für ihre später erscheinende Morgen Ausgabe saß. Er konnte kaum seinen Ärger darüber verhehlen, dass sich der Mörder nicht an ihn, sondern an mich gewand hatte. Ich machte es kurz. So ging es im Minutentakt weiter. Die United Press International kam mit denselben Fragen denselben Bitten. Und jedes Mal erklärte ich ihnen, die Reportage sei in der Zeitung zu lesen, es stehe ihnen frei, dort abzuschreiben, was sie übernehmen wollten. Stattdessen wollten sie mich interviewen. UPI bat sogar um ein Foto von mir. Ich endlich stille. Christine sah von der Zeitung auf. Dir ist doch wohl klar, dass das erste Anfang ist. Ich trat hinter sie und massierte ihr die Schultern. Dann glitt ich mit den Händen unter ihren Morgenmantel und umfasste ihre Brüste. Ich fühlte, wie sich unter der Berührung ihre Brustwarzen zusammenzogen. Doch sie schob meine Hände weg. Tut mir leid, sagte sie und deutete mit dem Kopf auf den Artikel. Aber ich bin nicht in Stimmung. Es ist mir schleierhaft, wie du das verkraftest. Ich glaube, ich an deiner Stelle hätte Schreikrämpfe bekommen. Hast du den Kerl eigentlich aufgefordert, sich zu stellen? Nein. Ich war verblüfft. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Sein Ton war zu beherrscht, er schien alles zu gut geplant zu haben. Der Kerl meinte es ernst. Der dachte im Traum nicht daran, sich zu stellen. Wäre aber nicht das erste Mal, beharrte Christine. Ich meine, ist doch schon vorgekommen, dass sich Täter an Reporter wenden, weil sie Angst haben, die Polizei könnte Gewalt anwenden. Oder wie in Attica, wo sie unbeteiligte Beobachter dabei haben wollten. Hat ihnen nur nicht viel genützt, nicht wahr? Nein, räumte sie ein, aber du weißt schon, was ich meine. Ich wünschte, ich wäre drauf gekommen. Hätte gerne gewusst, wie er darauf reagiert. Was schätzt du? Ich denke, er hätte gelacht. Christine dachte nach. Schließlich stand sie auf und trat ans Fenster. Die Sonne leuchtete ihr ins Gesicht, betonte ihre Wangenknochen, verlieh ihren Augenglanz. Ich suchte nach bedrückten Stimmung riss, in die sie abzudriften schien. Ich wollte nicht, dass dieser Fall, vielleicht die Story meines Lebens, sie derart deprimierte. Es war zu aufregend für mich, und wenn ich ehrlich war, wollte ich tief drin wahrscheinlich gar nicht, dass sie den Mörder schnappten oder dass er sich freiwillig stellte, zumindest noch nicht. Ihr gingen wohl ähnliche Gedanken durch den Kopf, denn sie fragte, was meinst du, macht er tatsächlich ernst und begeht weitere Morde? Ich sehe zumindest nicht, was ihn davon abhalten könnte, erwiderte ich. Und? Kämme dir das gelegen? Ich zuckte die Achseln. Falls ja, käme deine Reportage noch größer raus, nicht wahr? Ja, antwortete ich. Das lag auf der Hand. Könnte Preise einheimsen richtig? Wahrscheinlich. Vielleicht winkt sogar der Sechser im Lotto, der Pulitzer. Schon mal dran gedacht? Jetzt bleib aber auf dem Teppich, winkte ich mich der Gedanke schon mal angeflogen hatte. Sie stieß ein kurzes trockenes Lachen aus. Vermutlich ahnte sie, dass ich log. Macht dir das nichts aus? Wieder zuckte ich nur die Achseln, aber sie hatte noch mehr unbequeme Fragen auf Lager. Schon mal dran gedacht, dass der Irre die Aufmerksamkeit braucht, die er in der Presse und im Fernsehen kriegt, dass ihr ihn was rätst du mir? Soll ich ihn ignorieren? Wenn ich das täte, würde er vielleicht trotzdem weitermorden, egal, was ich oder jemand anderes darüber schreibt. Macht dir das alles nicht zu schaffen? Bis jetzt nicht. Ich hielt auf dem Parkplatz des Journal. Der Himmel war ein wolkenloses, endloses Nichts. Kaum hatte mich Andrew Porter erspäht, kam mir angerannt. Unsere Promis müssen also auch malochen, fragte er lachend. Ich verstehe nicht ganz. Komm erst mal rein, dann siehst du, was ich meine. Vor dem Haupteingang drängten sich mindestens ein halbes Dutzend Fernsehteams. Bis dann, sagte Porter. Und vergiss nicht, immer hübsch lächeln. Schon war er in dem Getümmel, durch das ich mich kämpfte, verschwunden. Ich bahnte mir einen Weg zur Tür, um der Hitze zu Mikrofone entgegenreckte, blieb ich stehen. Die Fragen brachen alle auf einmal über mich herein, unkoordiniert im Staccato. Bevor ich die erste beantwortet hatte, kam die nächste. Wie klang der Mann? Hat er angekündigt, wann er weitermacht? Weshalb hat er sich ihrer Meinung nach an Sie gewandt? Halten Sie ihn für geistesgestört? Rechnen Sie dem habe ich nichts hinzuzufügen und ich kann auch nicht vorhersagen, was vielleicht als nächstes passiert. Ich entschuldigte mich und eilte ins Gebäude. An der Tür empfingen mich noch ein paar Kollegen mit denselben Späßen wie schon Porter. Ich grinste. Für eine Gehaltserhöhung muss man sich schon mal was besonderes einfallen lassen, witzelte ich. Keine Frage, ich hatte den Ansturm der Fragen und das Blitzlicht Gewitter genossen. Auf dem Weg zu meinem Platz kam ich am Chefredakteur vorbei. Saugut haben sie das wieder gemacht, saugut. Weiter so. Er klopfte mir auf die Schulter. Bevor sie beim Fernsehen anheuern, melden sie sich bei mir im Büro. Die Redaktion brach in schallendes Gelächter aus. Ich setzte mich an den Schreibtisch und überflog die Ausgabe der Post, die ebenfalls mit dem Anruf des Mörders aufgemacht hatte. Unter dem Bericht stand das Kürzel des Reporters, der mich in der Früh angehufen hatte. Direkt unter einigen wörtlichen Aussagen des Mörders, die er meinem Artikel entnommen hatte, folgten Zitate von mir. Anderson, 26 Jahre alt, seit drei Jahren Reporter beim Journal, äußert sich erstaunt über die unerschütterliche Ruhe und Kaltblütigkeit des Mörders. Er schien sich seiner Sache sehr sicher und zu allem entschlossen zu sein, erklärte der Reporter heute. Ich las den Artikel mehrmals von oben bis unten. Das Telefon klingelte. Für eine Sekunde stand die Welt still. Ich legte die Zeitung weg und merkte, wie sich mein Puls beschleunigte. Ich schaltete das Tonbandgerät ein und nahm ab. Anderson, Journal. Ebenso schnell, wie sich die Aufregung eingestellt hatte, verpuffte sie und mein Kreislauf normalisierte sich. Es war die Telefonzentrale. Mr. Anderson, sagte die junge Frau, während ich das Aufnahmegerät abschaltete. Hier laufen die Telefonleitungen heiß. Sagen Sie mir, was ich machen soll. Was sind das für Anrufe? fragte ich. Ich habe Nachrichten von einem Dutzend Zeitungen trahle jede Menge Leute nach Ihnen, wohl alle wegen Ihres Beitrags von heute. Ihre Stimme klang dünn und angespannt. Die nächste Stunde brachte ich damit zu, Fragen zu beantworten und erboste Anrufe abzuwimmeln. Erst gegen Mittag glätteten sich die Wogen. Da ich einen kleinen Begleitartikel über die Anrufe und ihre Entrüstung schreiben wollte, machte ich mir reichlich Notizen. Nolan plante einen großen Leitartikel über die Reaktion aus der Bevölkerung, wozu er mehrere Kollegen losgeschickt hatte, um die Leute auf den Straßen zu befragen und die vorherrschende Stimmung einzufangen. Andere sollten prominente Bürger von Miami anrufen und ihre Kommentare einholen. Das ganze Material sollte schließlich auf meinem Schreibtisch landen, eine Entscheidung, wie er sagte, von höchster Stelle. Die Artikel würden unter meinem Namen erscheinen, mit ihn in dem Gefühl zu bestärken, er spreche gewissermaßen durch mich. Der Tag verging wie im Flug. Dabei stand für den Nachmittag ein Gespräch mit dem Psychiater auf meinem Terminkalender. Für einen Moment zögerte ich, meinen Posten am Telefon zu verlassen. Wenn nun der Mörder anrief und es ihn verunsicherte, mich nicht persönlich zu erreichen. Nach kurzer Überlegung kam ich zu dem Schluss, starrte auf mein altes schlichtes schwarzes Telefon. Mit Kugelschreiber hatte ich am Tastenfeld einige Ziffern aufgefrischt. An der Seite hatte der Apparat einen Riss, ein Andenken an einen wütenden Wortwechsel mit einem Politiker, bei dem ich so heftig den Hörer aufgeknallt hatte, dass das Ding zu Boden ging. Für mich kam mein Telefon fast einem Lebewesen gleich, das ebenso geduldig wie ich auf das nächste Klingeln wartete. Nach einem letzten beschwörenden Blick, als könnte ich ihm befehlen, damit bis zu meiner Rückkehr zu warten, verließ ich das Büro. Der Psychiater aß gerade ein Sandwich, als ich seine Praxis betrat. Oh, Sie entschuldigen? fragte er und deutete auf seinen Imbiss. Was ist meine Mittagspause? Ich nickte und sah mich um. Er arbeitete in einem Ärztehaus in einem Teil der Innenstadt mit Wolkenkratzern und viel Glas, in dem sich die Sonne spiegelte. Von seinem Schreibtisch aus hatte er einen Panoramablick über die Bucht bis Miami Beach und das Meer dahinter. Das Sprechzimmer war bescheiden, eine Wand mit gerahmten Diplomen sowie einer Tuschzeichnung von Freud, eine andere mit einem Bücherregal und seiner Fachliteratur. Über einer Ledercouch fiel der Druck an das Picasso ins Auge, die drei Musikanten aus den Anfängen seiner kubistischen Phase. Ich nahm auf der anderen Seite des Schreibtisches Platz. Der Doktor bemerkte, wie ich mich umsah und fragte, macht es Sie nervös? Ich lachte nur. Die Leute haben die seltsamste Vorstellung von einer psychiatrischen Praxis, fuhr er gut gelaunt fort. Sie rechnen irgendwo mit einer Couch, ja, aber ansonsten, er sprach den Satz nicht zu Ende. Ich habe Ihren Besuch schon mehr oder weniger erwartet, ja, kam er ohne Überleitung zur Sache. Sie möchten etwas über Ihren Anrufe erfahren, ja, nehme ich an. Richtig, bestätigte ich. Schwierig, sagte er. Sehr schwierig. Er biss in sein Sandwich. Der Arzt war klein, trug eine Nickelbrille und einen dunkelblauen für das heiße Klima von Miami ungewöhnlich warmen Anzug. Was den fast kindlich offenen Gesichtsausdruck unterstrich. Wir waren uns schon ein paar Mal bei Gericht begegnet, wo er als Gutachter sehr gefragt war. Wäre es von Hilfe für Sie, sich das Band anzuhören? fragte ich. Er lächelte. Was glauben Sie? Ich zog die Kassette und einen Rekorder aus meiner Aktentasche. Der Doktor hielt einen Bleistift und ein leeres Blatt Papier bereit. Er nickte und ich schaltete das Gerät ein. Gewissheit ist nach meiner Erfahrung auf dieser Welt nur schwer zu erlangen, sagte die Stimme des Mörders. Auf Band klang sie leise, wenn auch bestimmt. In den nächsten Minuten hörte ich nur die Worte des Mörders und das Kritzeln des Stifts auf Papier. Der Psychiater machte sich während der gesamten Aufnahme Notizen und sah nur gelegentlich zu mir auf. Bei einer Bemerkung schossen seine Augenbrauen hoch. Ich blickte aus dem Fenster und verfolgte die Bahn eines großen Tankers durch das transparente Blau der Bucht, das zu den Farben des Picasso-Drucks passte. Der Tanker nahm Kurs auf den Hafen von Miami. So hoch wie er im Wasser lag, war er offensichtlich leer. Im Hintergrund spulte sich der Monolog des Mörders ab. Auch in der Wiedergabe registrierte ich die eisige Intensität seiner Worte. Als das Band zu Ende war, wandte ich mich wieder dem Psychiater zu, der tief ausatmete, als habe er die ganze Zeit die Luft angehalten. Tja, sagte der Arzt zögernd, ein schwieriger Fall. In wiefern? Zunächst einmal unter uns, fing er an. Ich negte. Mir ist bekannt, dass bereits zwei meiner Kollegen von der Polizei gebeten wurden, sich das Band anzuhören. Ja, ich habe gestern Abend mit ihnen gesprochen, weil ich wusste, dass sie heute zu mir kommen würden. Nun stehe ich zwar im Ruf des öfteren anderer Meinung, als meine Kollegen zu sein, er lächelte verschmitzt. In diesem Fall hingegen gehe ich mit ihnen einig. Und wie lautet ihr fachliches Urteil? fragte ich. Ich meine, was können sie mir über den Burschen sagen? Es klingt vielleicht naiv, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Kerl es ernst meint. Und dass er gefährlich ist. Nun, griff der Arzt das Stichwort auf, in beidem gebe ich ihnen recht. Er warf einen Blick auf seine Notizen. Allerdings vermag ich ihnen nicht mit einer schlüssigen Ferndiagnose zu dienen einer einfachen Typisierung, die ihre Leser da draußen verstehen. Dafür haben wir zu wenig in der Hand, auch wenn dies eine bemerkenswerte Aufzeichnung ist. Wir werfen zwar oft mit Schlagwörtern wie Psychotisch, Psychopath oder Soziopath um uns, wobei die letzten beiden mehr oder weniger dasselbe bedeuten. Wir sprechen von abnormem Verhalten, nicht nur in der Sexualität, von Paranoia, Schizophrenie und der Gleichen. Mit diesen Begriffen sind auch laut. Nun zeigt dieser Mörder mehrere vorherrschende Wesenszüge, die mehr als eine psychiatrische Deutung zulassen. Obwohl ich bei dem Mann keine offensichtlichen Anzeichen von Paranoia heraushören kann, heißt das nicht notwendigerweise, dass ich sie ausschließen kann. Einiges von dem, was er über seinen Austausch mit dem Opfer wiedergibt, weist durchaus in diese Richtung. Der Mann ist in hohem Maße gestört, so viel steht außer Zweifel. Psychopath trifft es schon am ehesten. Wieder zögerte der Arzt und sah mich eindringlich an. Ersparen wir uns am besten das Fachchinesisch und kommen auf den Kern des Problems einverstanden? Ich nickte. In der Regel gehören Prognosen über die Gefährlichkeit des einen oder anderen Krankheitsbilds nicht zu den Aufgaben der Psychiatrie. Dessen ungeachtet glaube ich, wir haben es hier mit einem äußerst gefährlichen Menschen zu tun. Auch bin ich davon überzeugt, dass er wieder morden wird. Wieder und wieder. Überflog seine Notizen. Die Menschen sollen es begreifen, las der Psychiater. Nun, er sucht Aufmerksamkeit, will verstanden werden. Es ist ihm wichtig, sich für sein Verhalten zu rechtfertigen, von dem er genau weiß, dass es die Normen verletzt. Dann ergeht er sich in einer ausführlichen Schilderung seiner psychisch stark belasteten Kindheit und Jugend in Ohio. Recht erstaunlich finde ich, dass ihm seine fortgesetzten Misshandlungen bewusst sind. Normalerweise werden solche schweren Traumata verdrängt. Er betont die irrationalen Begründungen. Ich vermute, dass die Misshandlungen über das, was er geschildert hat, noch hinausgegangen sind, ebenso die Willkür. Und dann kommt es zur Krise. Er wagt es, sich dem Vater zu widersetzen und als er damit durchkommt, spitzt sich die Krise für ihn zu. In einem einzigen Augenblick wird seine Welt auf den Kopf gestellt. Sein ganzes Wertgefüge, seine Vorstellungen von Gut und Böse, richtig und falsch werden über den Haufen geworfen. Bemerkenswert ist übrigens auch, wie ihn sein Vater gezwungen hat, die Schläge laut mitzuzählen, denn dieses Muster wiederholt sich jetzt in seiner Zählung der Opfer. Das Mädchen ist die Nummer eins. Auch die Mutter gibt mir zu denken. Sie tritt nur als vollkommen passive Beobachterin in Erscheinung und nicht als handelnde Person. Ich jäge da meine Zweifel und vermute, dass es auch ihrerseits abnormes Verhalten gab, aber darüber können wir zur Stunde nur spekulieren. Nachts wach liegt. Aus psychiatrischer Sicht ist es von Bedeutung, dass diese Zeit mit der Pubertät zusammenfällt. Nun ist er aber bereits so schwer gestört, dass ich mich zum Beispiel frage, ob es sich bei dem Geräusch des einlaufenden Badewassers nicht vielmehr um ein anderes nächtliches Geräusch aus dem Elternschlafzimmer handelte. Wie gesagt, wir können nur spekulieren, ja? Und dann folgt ein äußerst bemerkenswerter Abschnitt. Hier, ich habe es mir notiert. Später wurde ich mit Vorliebe in den dunkelsten Stunden der Nacht als Horchposten eingeteilt. Sehen Sie den nahtlosen Übergang von seiner Kindheit direkt nach Vietnam? Gut möglich, dass wir es mit einer Frontneurose zu tun haben, ja? In den Fünfziger Jahren nach dem Koreakrieg habe ich an einigen Feldstudien mitgewirkt. Dabei stießen wir auf psychotische Symptome im Zuge einer posttraumatischen Belastung. Also meistens blieb es bei kurzen Episoden, mit der Belastung verschwanden dann auch die Symptome. Aber einige meiner Freunde, die mit Vietnam-Veteranen arbeiten, beobachten dasselbe Syndrom, jedoch deutlich schwerer. Und vor allem klingt es wesentlich langsamer ab. Die Fachwelt diskutiert verschiedene Erklärungsansätze für dieses Phänomen, die sich im Wesentlichen mit der neuen Form der unsichtbaren, doch jederzeit präsenten Feind, der neuen Dimension an Brutalität, der Unfähigkeit zwischen Feind und Zivilbevölkerung zu unterscheiden, dem Fehlen einer klaren Front. Man muss sich das mal vorstellen, wir haben es mit Männern zu tun, deren alltägliche Routineaufgaben jederzeit schreckliche Konsequenzen haben können, die ständig in der Angst leben, auf eine Landmine zu treten, die ihnen die Beine oder die Genitalien zerfetzt, in der Angst leben, sich in diesem gänzlich zu verirren oder im nächsten Moment aus einem Hinterhalt unter Beschuss zu geraten, ohne den Feind auch nur zu Gesicht zu bekommen, ja? Und im nächsten Moment landet auf einer Hügelkuppe ein Hubschrauber, sie trinken Coca-Cola oder amerikanisches Bier, als wären sie plötzlich wieder zu Hause. Das alles muss zu einer extremen Desorientierung beigetragen haben, sodass die Männer nicht mehr wussten, wo sie waren. Und ausgerechnet in dieser Hölle findet unser Mann seinen aufschlussreich. Aber, das ist ein großes Aber, dann passiert etwas, das er als den eigentlichen Horror bezeichnet. Er greift zum Bild eines Theaterstücks, wir sprechen in so einem Fall von einer dissoziativen Störung. Er schafft Abstand, betrachtet das Geschehen und seine eigene Person wie ein Unbeteiligter von außen, erklärt, dass er darüber noch nicht sprechen möchte. Was er hier andeutet und wie er es umschreibt, ist meiner Vermutung nach der Schlüssel zum Verständnis seiner Taten. Ich vermute stark, dass er mit der Mordserie, zu der er offenbar entschlossen ist, dieses ursprüngliche Ereignis gewissermaßen noch einmal in Szene setzt, dass er seine reale Erfahrung nachstellt oder wiederholt. Das ist so ähnlich wie bei diesen Amokläufen, von denen wir gelegentlich lesen. Da werden unbewusst Kriegserlebnisse ausagiert. In einer schwer gestörten Psyche geht der Realitätsbezug verloren. Der Soldat wähnt sich im Krieg und greift an. Wenn Sie herausbekommen, worauf sich dieser Horror bezieht, werden wir, schätze ich, um einiges besser verstehen, wie dieser Mörder tickt. Aber stellen Sie sich die Sache nicht so einfach vor, ja? Bei aller Gestörtheit zeigt der Mann eine beachtliche Fähigkeit zur Rationalisierung. Er greift bei seiner Schilderung nach Belieben zu einer abstrakten oder symbolträchtigen Ausdrucksweise. Es sollte mich wundern, wenn er so ohne weiteres Preis geben würde, worin genau dieser Horror bestand. Der Psychiater drehte sich auf seinem Schreibtischsessel um neunzig Grad und stand abrupt auf. Er trat an das Panoramafenster und blickte über die Bucht. Er fuhr sich mit der Hand ins Haar und strich es sich aus der Stirn. Mit dem Rücken zu mir brach er das Schweigen. Ich entsinne mich noch gut an meine Zeit beim Militär. Ich war einer psychiatrischen Spezialklinik in der Nähe von Wackerville in Kalifornien zugeteilt. Ich glaube, wir haben tausende Fälle von Frontneurose behandelt, Andenken aus dem Koreakrieg. Mein Gott, als wäre es gestern gewesen. Dabei ist das mittlerweile 25 Jahre her. Viele Fälle aus der Zeit sind mir lebhaft in Erinnerung geblieben. Diese jungen Soldaten ähnelten in gewisser Weise Fertig Teilen aus der Fließband Produktion, ja, alles sehr effizient, nur dass sie wegen eines Defekts, von außen nicht zu erkennen, funktionsuntüchtig waren. Auf einer Station mussten wir die ganze Nacht das Licht anlassen, weil die Männer panische Angst vor der Dunkelheit hatten. Gestandene Männer, die schreckliche Dinge gesehen hatten. Sie waren zwar noch einmal davongekommen, aber bekamen mit einem Mal ihre Ängste nicht mehr in den Griff, sobald das Licht ausging. Einen Fall werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Zu entscheiden, ob er irgendwelche Parallelen zur gegenwärtigen Situation hat, überlasse ich Ihnen. Der Mann wurde kurz nach der Invasion der Chinesen bei uns eingeliefert. Als die Chinesen in großer Zahl den Yalu überquerten, gerieten ganze Divisionen hinter die Frontlinien und es dauerte eine Weile, bis eine zentrale Kommandostelle eingerichtet war und die Reihen sich neu formiert hatten. Sie sind so jung, aber auch damals hatte hierzulande kaum jemand die leiseste Vorstellung davon, was ein solcher Überraschungsangriff mit einem Menschen macht. Die rassistischen Vorurteile, die Angst vor der gelben Gefahr, der Gefühllosigkeit und Brutalität der Asiaten sind nicht erst im Vietnamkrieg entstanden. Die gab es damals schon. Diese Mischung aus Hurra-Patriotismus und anti-asiatischen Ressentiments stand letztlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Jedenfalls war es für diese Soldaten so, als würden sie von den gelben Horden überrannt. Die Desorientierung unseres Mörders hier und der anschließende Versuch, seine Werte und Emotionen neu zu ordnen, erinnern mich jedenfalls an einen unserer Fälle, einen jungen Patienten, blond, feine Gesichtszüge, gute Manieren. Ein Mann aus gutem Hause, ja? Die Mutter gehörte zu New Yorker High Society, der Sohn war als Einzelkind in New York aufgewachsen, mit dem Silberlöffel im Mund, Privatschuh und Chauffeur, Klavierunterricht, Loge in der Oper. Mit siebzehn ging er nach Harvard, Hauptfach Geschichte, Nebenfach Politologie. Er sollte in den diplomatischen Dienst, fürs erste jedenfalls, danach für eine Laufbahn in der Politik vielleicht noch ein Jurastudium draufsatteln. Ein Glückskind also überaus begabt, dem die Welt zu Füßen lag. Er erzählte mir von den Diskussionen mit seinem Vater, bei denen sie ausführlich seine Möglichkeiten sondiert und die einzelnen Schritte auf der Karriereleiter umrissen hatten. Beiden erschien es sinnvoll, ja unverzichtbar, sich eine gewisse militärische Erfahrung anzueignen. Kurz nach seinem Studienabschluss kam der Einberufungsbefehl. Kurz darauf meldete sich der junge Mann, ganz wieder im Sinne seiner Familie, freiwillig nach Korea. Der Vater hatte seinen Militärdienst zu Friedenszeiten geleistet, und so dachten er und der Sohn wohl eher an eine Tapferkeitsmedaille als an die sehr reale Gefahr für Leib und Leben. Diese grenzenlose Naivität zog sich wie ein roter Faden durch unsere Gespräche. Als wie gesagt die Chinesen den Yalu überquerten, befehligte auf der anderen Seite des Flusses unser junger Mann eine Schützenkompanie. Die feindliche Übermacht schnitt sie von der Truppe ab, nahm sie unter schweren Maschinengewehr Beschuss und metzelte sie nieder. Von seinem Zug war, als das Feuer schließlich eingestellt wurde, er als Einziger noch am Leben. Im nächsten Moment merkte er, dass die Chinesen das Schlachtfeld nach gefallenen Abschritten. Im Bruchteil einer Sekunde war ihm klar, dass er nur als überzeugende Leiche der Gefangenschaft oder Erschießung entgehen konnte. Also tauchte er die Finger ins Blut seiner Männer und schmierte es sich an die eigene Uniform. Er handelte zügig, erklärte er mir, so instinktiv, dass ihm kaum bewusst war, was er tat. Als seine Wunden überzeugend aussahen, zog er zum Schluss zwei tote Kameraden über sich, sodass er darunter verschwand. Als letztes strich er sich noch eine Handvoll blutiger Gehirnmasse von einer der Leichen auf Stirn und Oberkopf. Dann blieb er unter dem Gewicht der Toten reglos liegen, schloss die Augen und hatte nur noch Angst in der Kälte, könne sein Atem kondensieren und ihn verraten. Es ist wohl nicht schwer nachzuvollziehen, wie seine ganze Wahrnehmung in dieser Situation auf den Gehör und den Geruchssinn eingeschränkt war. Wie bei einem Blinden löste jeder laut Angst und Schrecken aus. Er hörte, erzählte er mir, die feindlichen Stimmen und Schritte näher kommen. Einmal schnappte er ein paar englische Brocken auf. Es folgte ein Wortwechsel auf Chinesisch, dann fielen Schüsse. Er spürte, wie ihm die Kälte aus der Erde langsam in die Glieder kroch, während er unter den Leichen seiner Kameraden, die er noch vor wenigen Stunden befehligt hatte, begraben lag. Vor Angst, jeden Moment in eine Finsternis zu stürzen, aus der es kein Erwachen gab, war er wie erstarrt. Nicht lange und die Schritte hielten unmittelbar in seiner Nähe an. Er spürte, wie sich das Gewicht der Toten auf ihm verlagerte, als rollte sie jemand hin und her. Dann entfernten sich die Schritte. Doch er wagte noch stundenlang nicht, sich zu rühren, sondern horchte weiter in die Stille. Als er dann endlich die Augen aufschlug und sich umsah, kostete es ihn eine unglaubliche Überwindung. Er war mit den Toten allein. Danach irrte er, meist im Schutz von Unterholz und Bäumen, noch zwei Tage lang hinter den feindlichen Linien umher. Nachts deckte er sich gegen den Schnee notdürftig mit Dreisig und Ästen zu. Da er keine Nahrung fand, aß er die ganze Zeit nichts. Am dritten Tag stieß er auf einen anderen versprengten Trupp amerikanischer Soldaten, der jedoch wenigstens in Funkkontakt mit der Truppe stand, und so war er wenige Stunden später hinter den eigenen Linien in Sicherheit. Seinen Vorgesetzten erstattete er über die Vorkommnisse der letzten Tage ganz genau Bericht, wobei er fast sämtliche Gefallenen aus dem Gedächtnis mit vollem Namen nennen konnte. Der Arzt, der ihn kurz darauf untersuchte, befand, er sei trotz der schrecklichen Erlebnisse bei guter Gesundheit. Wenig später schickten sie ihn in die Heimat und er wurde mit der Distinguished Service Medal geehrt. In der Lungen drückte, keine Luft zu bekommen. Egal, wie sie das Zimmer heizten oder unter wie viele Decken sie ihn packten, bebte er am ganzen Körper. Er wagte kaum noch die Augen zu schließen, aus Angst, sie nicht mehr aufzubekommen. Als er dann ein paar Tage später mit seinen Eltern und einigen Gästen beim Abendessen saß, kniff er für eine Minute vielleicht auch zwei die Lieder fest zusammen und als er sie wieder öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Er war blind. Kurz danach wurde Anne Wackerville eingeliefert. Hysterische Reaktion lautete die offizielle Diagnose. Seine Psyche hatte eine einfache Übertragung vorgenommen, Blinkheit gleich Tod. Indem er sich selbst mit Blindheit schlug, büßte er für den Tod seiner Freunde. Wir haben geredet, miteinander gearbeitet. Er war sehr offen, doch selbst als er begriffen hatte, dass der Verlust seiner Sehkraft psychische Ursachen hatte, erlangte er sie nicht wieder. Und mich beschlich die Frage, wozu ihn das Bedürfnis nach Selbstbestrafung noch treiben könnte. Nach einer Weile wurde er für einen Familienbesuch beurlaubt. Er traf in der New Yorker Wohnung ein, gab seiner Mutter einen Kuss, schüttelte seinem Vater die Hand, fand den Revolver, den er schon seit Jahren besaß, setzte den Lauf genau da an die Stirn, wo er sich mit dem Blut und der Gehirnmasse seiner Kameraden beschmiert hatte und drückte ab. Der Arzt sah mich an. Draußen spiegelte sich die Sonne in der Bucht und ein Möwenschwarm kreiste über dem Wasser. Deshalb seien sie gewarnt, schloss der Psychiater, wenn eine schwere Persönlichkeitsstörung auch noch von einer Frontneurose überlagert wird, ist das eine äußerst explosive Mischung, ja? Ihre Prognose? Sehr bedenklich, sowohl für die Opfer als auch für den Mörder. Und noch etwas, das wäre? Sie werden ihn nicht fassen. Wie soll ich das verstehen? Bei diesem Täterprofil? So gut wie keine Chance. Psychotische Mörder bereiten der Polizei grundsätzlich die größten Schwierigkeiten. Denken Sie an Jack the Ripper, den haben sie nie geschnappt. Sehen Sie, da dieser Typ bei seinen Verbrechen von irrationalen Motiven geleitet wird, fällt er durch das Raster der üblichen Ermittlungsmethoden. Unser Mann tötet nicht aus Gier oder Wut oder aufgrund anderer Triebfedern, mit denen die Polizei vertraut ist. Wortlos starrte ich den Doktor an, der sich wieder zum Fenster umdrehte, bevor er weitersprach. Dieser Mörder ist praktisch nicht zu fassen, weil ihm nicht ein Fehler unterläuft, irgendeine Unachtsamkeit wie bei gewöhnlichen Verbrechern auch. Immerhin möglich, dass ihn zufällig jemand sieht, dass ein Nachbar etwas Ungewöhnliches bemerkt oder dass eine Waffe mit ihm in Verbindung gebracht werden kann. So etwas könnte zu seiner Verhaftung führen, aber ich würde nicht darauf zählen. Sie haben es bei diesem Typ mit einer höchst paradoxen Situation zu tun. Einerseits reizt ihn dieses Katz- und Mausspiel mit der Polizei die Provokation, indem er bewusst die Öffentlichkeit sucht und gegen sich aufhetzt. Ich meine seinen Anruf bei ihnen. Andererseits wünscht er sich unbewusst, dass ihm das Handwerk gelegt wird. Nur wird es kaum wahnvoll vorgeht und nichts dem Zufall überlässt. Er wird alles tun, um sich der Festnahme zu entziehen. Sagen Sie es mir, schloss der Psychiater, was kann die Polizei gegen einen solchen Täter ausrichten? Da bin ich überfragt, antwortete ich. Glauben Sie, er verplappert sich vielleicht am Telefon? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Unter dem Schreibtisch des Arztes ertönte ein Summton. Er beugte sich herunter, legte einen Schalter um und sah mich an. Ein Patient, sagte er. Ich steckte mein Aufnahmegerät ein und er begleitete mich zur Tür. Ich wünsche mir von Herzen, dass ich daneben liege. Ich bin kein Prophet. Wir haben es hier mit einem schwer gestörten Menschen zu tun, dem ist alles zu zutrauen, ja? Das klingt jetzt vielleicht etwas zynisch, aber auch Selbstmord ist nicht auszuschließen. Jemand wie dieser Mann auf dem Tonband wird von Selbst Hass gequält. Wie hat er noch gesagt? Ich bin das schlimmste Geschöpf auf Erden. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten. Danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Bevor er die Tür zuzog, erhaschte ich durch sein Fenster einen letzten Blick auf die Bucht. Am späteren Nachmittag sondierte ich das Material zu meinem Artikel über die Reaktionen aus der Bevölkerung. Auf meinem Schreibtisch fand ich einen Stapel Zettel vor, auf denen die Kollegen amtliche Stellung nahmen, wie auch die Meinungen von Passanten auf der Straße zusammengetragen hatten. Aus vielen sprach Skepsis bis offener Zweifel. Nicht wenige lasen sich wie eine makabre Herausforderung an den Mörder entweder Meinungsspektrums den Ansichten des Psychiaters gegenüber. Dieser Irre macht mir keine Angst, so ein Jugendlicher auf einem Sportplatz. Das ist doch nur sein Wichtigtur. Ich glaube nicht, dass er seine Drohung wahr macht. Ein Geschäftsmann auf der Straße. Ich denke, der Kerl wird bald geschnappt. Eine Hausfrau in einem Vorort von Miami. Der gesamte Streifendienst ist in Alarmbereitschaft und angehalten, auf Personen zu achten, die sich in irgendeiner Weise verdächtig machen. Wir haben alle verfügbaren Kräfte im Einsatz. In besonders gefährdeten Stadtteilen werden wir zusätzliches Personal anfordern, so der Leiter einer Polizeidienststelle. Bei dem Versuch, mir zu den einzelnen Äußerungen die Wut oder Angst in den Gesichtern vorzustellen, fühlte ich mich zwischen den Worten des Mörders und den Stimmen aus der Bevölkerung irgendwie in der Klemme. Ich mich einzufügen. Erst als ich am anderen Ende der Redaktion laute Stimmen hörte, drehte ich mich mit meinem Stuhl herum und sah, wie sich ein Mann, wohl Anfang zwanzig, aus dem Griff eines Wachmanns zu winden versuchte. Im ganzen Büro richteten sich die Blicke auf ihn. Ich will mit dem Kerl reden, der das hier geschrieben hat, brüllte der junge Mann. Und jetzt lassen sie mich noch mal los. Der Wachmann hielt ihn am Arm fest. Mir war klar, dass er zu mir wollte. Aus dem Augenwinkel heraus sah ich Andrew Porter aus dem Fotolabor kommen, um zu sehen, was los war. Als sich unsere Blicke trafen, signalisierte ich ihm mit Handzeichen, er soll ein Foto machen. Er nickte und erschien wenig später mit seiner Kamera. So unauffällig wie möglich stellte er die Schärfe ein und machte ein paar Schnappschüsse von der Szene. Inzwischen hatte sich der ungebetene Besucher ein wenig beruhigt, obwohl er sich noch immer mit dem Wachmann anlegte. Als ich den Raum durchquerte, drehten sich beide um. Ich glaube, sie wollen zu mir, sagte ich in beschwichtigendem Ton. Der junge Mann hatte rot geränderte Augen. Das blonde Haar fiel ihm zerzaust und ungepflegt über die Ohren. Er sah mich an, dann sackte er in sich zusammen, als sei in seinem Körper plötzlich eine unsichtbare Feder gesprungen. Er wehrte sich nicht länger und ließ die Arme hängen. Der Wachmann, ein muskulöser Kubaner mit dichtem Schnauzbart, sah mich fragend an. Als ich nickte, ließ er den jungen Mann los, ich bin ihr Bruder, sagte er. Hatte ich mir schon gedacht, erwiderte ich. Wieso? Ich zog dir die Achseln. Nehmen sie Platz. Der junge Mann nickte stumm und ich deutete auf einen unbesetzten Schreibtisch. Erschöpft sank er auf einen Stuhl. Ich begreife das alles nicht, fing er an. Ich hab's zig mal gelesen, aber es ist mir schleierhaft. Was hat sie dem Kerl denn getan? Wieso soll sie für irgendein was weiß ich für etwas büßend, das ganz woanders passiert ist? Was kann sie dafür? Sie müssen sie sehr geliebt haben, erwiderte ich nur. Er starrte mich an. Sie war sehr ... Er suchte nach den richtigen Worten. Keine Ahnung, sie war etwas Besonderes. Wir haben sie alle geliebt. Sie war das Küken in der Familie. Ihm stiegen die Tränen in die Augen. Was möchten sie von mir wissen? fragte ich ihn. Ich weiß selbst nicht so genau, was ich mir davon versprochen habe, herzukommen, sagte er. Vielleicht habe ich irgendwie sie und den Mörder in einen Topf geworfen. Ich meine, sie hatte angerufen. Ich habe mir wohl eingebildet, ich könnte mit ihnen reden, als wären sie und er ein und dieselbe Person. Er schwieg. Klingt nicht besonders logisch, oder? Sehe ich jetzt auch. Er ließ den Blick über das Büro mit den anderen Reportern und Redakteuren schweifen. Was meinen Sie? Ruft er wieder an? Ich vermute ja, antwortete ich. Schwer zu sagen. Wenn ich das schweilen nur fünf Minuten in die Finger bekäme, interessiert mich ein Dreck, wie gut er an der Waffe ausgebildet ist und was für ein Killermonster sie aus ihm gemacht haben. Ich will doch mal sehen, wer hier vor wem zittern müsste. Nur ein paar Minuten mit dem Burschen allein. Wissen Sie was? Er sah mich mit einem durchdringenden Blick an und seine Stimme überschlug sich fast. Ich schreibe ihm meine Adresse auf. Die geben Sie dem Kerl, ja? Wenn er so darauf versessen ist, noch weitere Menschen umzubringen, bitte, wieso fängt er nicht mit mir an? Der soll mich kennenlernen. Er riss sein Blatt von einem Block auf dem Schreibtisch, griff nach einem Stift und begann hastig zu schreiben. Da, geben Sie ihm das, sagte er und reichte mit den Zettel. Ich warf einen Blick auf die Adresse. Es war der Wohnsitz der Familie im Süden der Stadt. In Ordnung, sagte ich, auch wenn es gelogen war. Wieder verließ ihn alle Kraft und er sackte erschöpft auf dem Stuhl zusammen. Nur fünf Minuten, wiederholte er leise, dann sah er auf. Sagen Sie es mir. Wieso, Amy? Sie haben mit ihm gesprochen, erklären Sie es mir. Ich schüttelte den Kopf. Wir haben es hier mit einem Geistesgestörten zu tun. Irre tun schreckliche, sinnlose Dinge. Mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen. Noch während ich übertrieben die Schultern zuckte, um ihm meine Ratlosigkeit zu zeigen, war mir klar, dass auch dies gelogen war. Es ist mir egal, ob er krank ist, erwiderte der junge Mann. Ich bring ihn um, so wie er meine Schwester umgebracht hat. Kann ich nachempfinden. Er wischte sich die Tränen ab und drückte die Handballen fest in die Augenhüllen. Es ist so ungerecht. Wieso lässt Gott das zu? Sie konnte keiner Fliege was zu leide tun. Sie ist schon auf einer Friedensdemo mitmarschiert, da war sie gerade mal zehn. Stellen Sie sich das mal vor, sie kam kaum mit, musste immer wieder wir wollen Frieden, keinen Krieg. Als sie nach Hause kam, war sie in Tränen aufgelöst, weil die Polizisten so gemein gewesen seien. Stellen Sie sich das mal vor, gemein hat sie gesagt, und das traf den Nagel auf den Kopf. Sie hat sich vor nichts und niemandem gefürchtet. Wetten, sie hatte nicht einmal vor diesem Ende Angst. Da haben sie vermutlich recht. Der Bruder sah sich »Wahrscheinlich schreiben Sie schon an Ihrem nächsten Artikel?« »Ja«, bestätigte ich, über die Reaktionen auf die Ankündigung weiterer Morde. »Wird morgen erscheinen.« Er stand auf. »Jedenfalls wenn das Schwein sich wieder bei Ihnen meldet, dann richten Sie ihm aus, Jerry Hooks wartet darauf, ihn zur Strecke zu bringen. Machen Sie ihm klar, dass es mir ernst damit ist.« Er hob die eigenhändig um. »Ich werd's ihm ausrichten«, sagte ich und dachte, vielleicht, vielleicht auch nicht. »Gut«, sagte er und fügte mit einem Blick zum Wachmann hinzu, tut mir leid, und wieder an mich gewandt. Ich meine, ich entschuldige mich dafür, dass ich hier reingeplatzt bin. Ich bin völlig durch den Wind. Zum Abschied schüttelten wir uns die Hand. Sie können ja nichts dafür. Darauf verließ er in Begleitung des Wachmannes die Redaktion. Sobald er fort war, kam Nolan herüber. »Ganz schön heftig«, sagte er. Da gab ich ihm recht. Er sah mich an. »Schreiben Sie das, Wort für Wort. Das ist der perfekte Aufhänger für Ihren Artikel. Ich nickte. Okay. »Wirklich stark«, fügte Nolan hinzu. »Mein Gott, der Junge ist außer Fangen Sie die knisternde Stimmung ein. Beschreiben Sie die Verzweiflung in seinem Gesicht und wie er mit zitternder Hand seine Adresse notiert hat. Bringen Sie das alles. Das wird phänomenal. Ich kehrte an meinen Tisch zurück. Doch bevor ich mich an die Arbeit machte, halten mir die letzten Worte des jungen Mannes wie eine Anklage in den Ohren. Schließlich schüttelte ich energisch den Kopf, wartete Christine schon auf mich. Der Abendhimmel hatte sich zu einem Violett verdüstert, das nichts Gutes verhieß. Im letzten Licht der untergehenden Sonne türmten sich im Westen über den Everglides riesige Gewitterwolken auf. Ich hab dich in den Nachrichten gesehen, begrüßte sie mich. Ich meine landesweit. Cronkite und Brinkley und Chancellor auch. Und dein Vater hat vor wenigen Minuten angerufen. Sie legte mir die Arme um den Hals. Ich weiß nicht recht, ob ich stolz auf dich bin oder mir Sorgen mache. Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Ich ging in die Küche und öffnete eine Flasche Bier. Sie goss sich ein Glas Wein ein und wir saßen zusammen und redeten. Dabei griff sie sich wie so oft mit den Fingern ins Haar und strich es sich aus der Stirn und hinter die Ohren. Das eisgekühlte Bier tat gut. Ich lockerte die Krawatte, lehnte mich zurück und erhob mein Glas. Auf dich, sagte ich und stieß mit dir an. Und jetzt will ich wissen, wie es heute bei dir gelaufen ist. Ganz normal. Wir hatten ein Kind, genauer gesagt einen jungen zwölf, dreizehn Jahre alt, mitten im Stimmbruch. Erinnerst du dich an dieses schreckliche Alter, wo du zum ersten Mal auf ein Mädchen scharf bist und prompt hast du einen riesigen Pickel auf der Stirn? Sie grenzte. Und? Naja, es war traurig und schön zugleich. Vielleicht muss ich mir ein dickeres Fell zulegen, statt mir jedes Schicksal so zu Herzen zu nehmen. Die Verwaltung hat mich mal gefragt, ob ich nicht auf die Station mit den unheilbaren Fällen wechseln wollte. Da klammern sie sich an den letzten Strohhalm, auch wenn eigentlich nicht mehr die geringste Hoffnung besteht. Ich habe Nein gesagt. Auf meiner Station haben die Patienten wenigstens eine reelle Chance und sei sie noch so gering. Und der Junge? Oh, er hat eine große geschwulst am Knöchel. Ohne zu schneiden weiß man nicht, womit man es zu tun hat. Ich meine, auf dem Röntgenbild sieht man nur, dass sie da ist und wie groß, aber genaueres weiß man erst, wenn man das Ding im OP ans Licht hält. Erst da springt einem die Bösartigkeit ins Auge. Jedenfalls, der Junge wurde eingeliefert und, wie soll ich sagen, Kinder in diesem Alter fühlen sich unverwundbar, unsterblich. Wenn du denen sagst, sie hätten nur noch Tage, Stunden, Minuten zu leben, glauben die trotzdem, sie hätten noch eine Ewigkeit vor sich. Sie haben dieses Urvertrauen in ihren Körper, weil sie noch nicht wissen, wie schneller sie im Stich lassen kann. Der Junge blieb also über Nacht bei uns und sprang in der Station herum. Obwohl er ein Schlafmittel bekommen hatte, war er noch stundenlang wach. Die Nachtschwester hörte ihm zu und er redete ohne Punkt und Komma über Baseball, über die Yankees und die Red Sox. Schade, dass du nicht da warst, er hätte dir an den Lippen gehangen. Na ja, und heute Morgen also bereiten sie ihn für den Eingriff vor, der Pfleger rollt ihn in den OP und als er den Arzt zieht, sagt er, ich vertraue ihnen, aber kein Grund übermütig zu werden. Wir konnten uns kaum halten vor lachen. Ich stand hinter seinem Kopf und hatte dafür zu sorgen, dass er nicht nervös wird, aber der Bursche war cooler als ich. Als sie ihm die Gewebeprobe für die Biopsie entnahmen, habe ich gebetet, dass der Befund negativ ausfällt. In dem Beruf werde ich noch zur religiösen Fanatikerin. Ständig ertappe ich mich dabei, wie ich mit dem da oben verhandle. Sieh mal, lieber Gott, das ist auch ein netter Junge, lass ihn laufen, okay? Na ja, jedenfalls hat er mich diesmal erhört. Es war ein gutartiger Tumor. Der Pathologe hat gestrahlt wie ein Honigkuchen Pferd, als er mit dem Befund zurückkam und dann auch alle anderen im OP. Sieht übrigens komisch aus, wenn man hinter dem Mundschutz lächelt. Man kann nur die Konturen der Lippen erkennen. Die schlechte Nachricht war allerdings, dass wir dem Jungen das Bein brechen mussten, um das Ding vollständig zu entfernen. Der Ganze war dem Jungen natürlich nur schwer begreiflich zu machen. Als er aufwachte, war er furchtbar enttäuscht, weil seine Baseball Mannschaft die ganze Saison ohne ihn spielen würde. Und er fand es offenbar ziemlich verwirrend, dass alle außer ihm so glücklich wirkten. Da der Tumor gutartig war, hatte er sein Bein nicht verloren, doch er sah nur den Gips verband und hatte nicht einmal den Trost, dass er sich die Verletzung ehrenvoll auf dem Spielfeld beim Kampf ums Mahl zugezogen hatte. Sie leerte ihr Glas und schenkte sich nach. Weißt du eigentlich noch, wie du dich in dem Alter gefühlt hast? Ich überlegte einen Moment, doch statt eigener Erinnerungen hatte ich einen schlagsigen Jungen auf einer staubigen Landstraße an einem Spätnachmittag im Frühling vor Augen. Sein Gesicht sah ich nicht, dafür eine kleine Küche und ein altes Ruder. Und ich hörte, wie der Vater vor Anstrengung keuchte, während er dem Sohn den Hintern blutig schlug. Hast du eigentlich auch selbst gespielt? wollte Christine wissen. Ja, im Innenfeld, antwortete ich. Mein Bruder war Catcher. Baseball war mein Ein und alles. Und ich weiß noch, wie ich eine ganze Woche lang kein Wort mit meinem Bruder geredet habe, weil er einen todsicheren Ball vermasselt hatte. Ich schmunzelte, doch Christine fand das nicht komisch. Ziemlich erbarmungslos, sagte sie. Erwachsen zu werden, kann ziemlich erbarmungslos sein. Dabei ging mir schon wieder der Mörder durch den Kopf. So erbarmungslos räumte ich im Stillen ein, zum Glück nur selten. Das Telefon klingelte. Ich habe dich in den Nachrichten gesehen, sagte mein Vater und lachte. Als ich diese Journalisten heute auf dich stürzte, wirktest du ein bisschen genervt. Ja, schon, anfänglich zumindest. Das muss aufregend sein, hm? Hat der Mörder sich schon wieder gemeldet? Bis jetzt noch nicht, sagte ich, aber ich vermute bald. Ob sie die Geschichte morgen in der Times bringen? Gut möglich, mein Kollege von dort hat bei mir angerufen. Und? fragte er weiter. Wie fühlt man sich so im Rampenlicht? Ich ging die möglichen Antworten durch. Ich konnte behaupten, dass alles berühre mich nicht weiter, mir gehe es wie immer um die objektive Berichterstattung, auch bei einer sensationellen Story wie dieser. Oder die Sache herunterspielen, als könne die Geschichte ebenso gut im Sande verlaufen. Doch in beiden Fällen würde er mich leicht durchschauen. Und so gab ich zu, dass ich den ganzen Wirbel, auch den um meine Person, spannend fände. Ist eigentlich kaum anders als bei dir, bei einem aufsehenerregenden Fall. Plötzlich dreht sich alles im Gerichtssaal nur um dich, und jedes Wort, das du sagst, hat Einfluss auf den weiteren Prozessverlauf. So etwas in der Art spüre ich bei dieser Berichterstattung. Zum ersten Mal zeigt etwas, das ich geschrieben habe, Wirkung. Der Mörder hat mehrfach betont, er wolle eine Art Bühnenstück inszenieren. Offenbar spiele ich darin mehr als eine Komparsenrolle. Ah, verstehe. Du genießt es also. Ehrlich gesagt, erwiderte ich, ja. Einen Moment lang herrschte Schweigen. Ich musste gerade an die Zeit damals denken, als ich noch bei dieser Spitzenkanzlei in der Wall Street gearbeitet habe. Du weißt schon, Clay Michaels Black, das war in den Fünfzigern, als der alte Joey McCarthy die Schlagzeilen beherrschte. Na, jedenfalls sollten wir einen jungen Mann in einem Mordprozess verteidigen und sie übertrugen mir den Fall. Der Angeklagte war ein arbeitsloser Hafenarbeiter, rauer Bursche und Mitglied der Kommunistischen Partei. Prügelei einen Mann getötet zu haben, mit einem kräftigen Schlag unters Kinn. Bei dem Opfer handelte es sich dummerweise um den Bruder eines Polizisten und so stand die Staatsanwaltschaft mächtig unter Druck für eine Verurteilung zu sorgen. Kein Vergleich, sondern ein strenges Urteil. Es war ein erbittertes Gefecht. Der Prozess wurde von den Zeitungen, besonders der Boulevardpresse aufgebauscht. Wir plädierten auf Notwehr. Ich entsinne mich noch gut, wie ich mich damals im Gerichtssaal fühlte. Ich war kaum älter als du jetzt. Die Anklagepunkte, das Verfahren, die Verteidigung, all das war nichts gegen das öffentliche Interesse. Es war elektrisierend, erregend, fast so wie eine heftige Affäre. Er lachte. Und, wie ist es ausgegangen? Es gab auf beiden Seiten Gewinner und Verlierer. Die Jury ließ die Mordanklage fallen, einigte sich aber auf fahrlässige Tötung. Und? Es war eine bittere Pille. Der Richter beugte sich dem Druck und brachte den Jungen hinter Gitter. Ungefähr ein Jahr später kam er im Hof von Sing Sing bei einer Prügelei ums Leben. Eine Weile herrschte Stille in der Leitung. Eins kann ich dir sagen. Der Staatsanwalt, dir den Fall verhandeln muss, falls sie deinen Mörder fassen, tut mir jetzt schon leid. Der Verteidiger auch. Aber, er legte eine Pause ein, ich glaube kaum, dass sie ihn fassen. Und wieso nicht? Einerseits ist er zu verrückt und andererseits zu intelligent. Eine brandgefährliche Mischung. Und du bist besser auf der Hut. Wieder schwieg er einen Moment. Der Ruhm ist nicht von Belang, sagte er dann. Ich habe ihn später bereut. Dir wird es genauso ergehen. Mag sein, erwiderte ich, auch wenn ich meine Zweifel hegte. Im Geiste sah ich meinen Vater in seinem Arbeitszimmer über Stapeln von Büchern, Exzerpen, Notizen und Schriftsätzen brüten. Schon immer hatte ihn an der Juristerei die Komplexität gereizt. Mit messerscharfem Blick sezierte er Gesetze und Paragrafen. In diese Welt hatte ich wenig Einblick. Ich hatte seine Bücher und Papiere immer nur betrachtet. Einmal hatte ich versucht, einen seiner Schriftsätze zu lesen. Ich war noch klein und hatte mir wohl einen Blick hinter die kühle Fassade erhofft. Tagelang hatte ich mich Seite für Seite, Verweis für Verweis, Fußnote für Fußnote auf der Suche nach meinem Vater durch den Text gekämpft. Viel später dämmerte mir, dass ich ihn in gewisser Weise auch gefunden hatte. Ihm verdankte ich letztlich auch, dass ich Journalist geworden war. In der Schule hatte ich, außer bei allem, was mit Literatur und Sprache zu tun hatte, meine Kräfte geschont und als mich mein Vater am Ende fragte und was hast du gelernt, antwortete ich wahrheitsgemäß nicht viel. Du kannst schreiben, hielt er dagegen. Stimmt, räumte ich ein. Dann mach etwas, wo du viel schreiben musst. Eine Woche später kam er mit einem Exemplar des Jahrbuchs für Verlagswesen aus der Stadtbibliothek zurück, mit einer vollständigen Liste der Zeitungen und Nachrichten Agenturen landesweit. Ach, noch etwas, riss er mich aus meinen Gedanken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem Burschen diesen ganzen Vietnamkram abnehmen soll. Wie meinst du das? Klingt mir ein bisschen zu einfach, zu offensichtlich. Manchmal habe ich das Gefühl, dieser verdammte Krieg muss für alles herhalten, die Wirtschaftsnage, die Rezession, die Inflation, alles nur wegen Vietnam. Moottergate, der verdammte Präsident, wer ist schuld? Vietnam. Und jetzt kommt dieser Bursche daher und bildet sich ein, er hätte die Lizenz zum Töten, weil ihn Vietnam zum Killer gemacht hat. Dein Onkel ist im Krieg wirklich durch die Hölle gegangen, das kann man wohl ohne Übertreibung sagen. Trotzdem ist er nicht heimgekommen und hat Leute abgeknallt. Nur sich selbst, rutschte es mir heraus. Er zögerte. Ja, da hast du wohl recht. Ich erkundigte mich nach meiner Mutter, meinem Bruder, meiner Schwester und wir plauderten eine Weile. Er verabschiedete sich mit dem väterlichen Rat. Lass dich von diesem Burschen nicht so sehr vor den Karren spannen und überleg dir, was du tust. Der zweite Teil leuchtete mir ein. Was ich mit dem ersten anfangen sollte, war mir nicht klar. Nachts im Bett entschädigte mich Christine dafür, dass sie mir zuletzt die kalte Schulter gezeigt hatte. Die Nähe des Mörders, sagte sie, bringe sie aus dem Gleichgewicht und mache ihr Angst. Dann legte sie mir die Hände auf die Brust und streichelte mich zärtlich und gekonnt. Schließlich umschlang sie mich, zog mich auf sich und übernahm das ganze Liebesspiel. Hinterher schlief sie ein und ich lag wach. Wie in einer Endloss Schleife spulten sich in meinem Kopf die Worte des Psychiaters, des trauenden Bruders und meines Vaters ab. Nach eine Sirene und übertönte für einen Moment das Surren und Zirpen der nächtlichen Insekten. Der schwache Schein der Straßenlaternen ging im Licht des Vollmonds unter, dass die ganze Stadt mit einem fahlen Schimmer überzog. Und ich fragte mich, ob auch der Mörder irgendwo da draußen wachte. Unten auf der Straße kam mit zögernden Schütten ein Mann vorbei, der offenbar nach einer Adresse suchte. Vor meinem Gebäude blieb er stehen und schaute nach oben, ohne dass sich unsere Blicke trafen. Dann ging er, ohne sich vom Haus abzuwenden, langsam weiter. Ich sah ihm hinterher, bis er an der nächsten Ecke aus dem Lichtkegel der Straßenlaterne verschwand. Ich musste an das Telefon auf meinem Schreibtisch denken und fragte mich, wann es wohl wieder klingen würde. Wenn ich ehrlich war, wünschte ich mir, dass der Mörder anrief. Ich wollte die Sensationsreportage auf der Titelseite halten. Ich wollte ins Blitzlichtfeuer blinzeln und in einen Wald von Mikrofonen sprechen. Was für eine irrsinnige Blitzkarriere. Ruf an, du blöder Hund, dachte ich. Tu, was du nicht lassen kannst, aber ruf an. Doch den tat er mir nicht. Drei Tage lang schwieg das Telefon. Unterdessen schrieb ich zwei Artikel, einen über die auf Hochtouren laufende Ermittlungsarbeit der Polizei unter der Leitung von Martinez und Wilson, einen weiteren nochmals zur Reaktion aus der Bevölkerung. Am dritten Tag kam Nolan zu mir. Mist, vielleicht ist dem Burschen der Boden unter den Füßen zu heiß geworden und er hat das Weite gesucht. Sein Blick fiel hinzu. Als es dann klingelte, zuckte ich heftig zusammen. Ich ließ es noch ein-, zweimal läuten, bevor ich zum Hörer griff. Anderson, Journal? Stille. Angespannt sah ich nach, ob das Aufnahmegerät funktionierte. Ich holte tief Luft. Anderson, Journal, wiederholte ich. Wer spricht da bitte? Ich hörte jemanden atmen. Mein Stift schwebte über einem leeren Blatt Papier. Und dann kicherndes, glucksendes Gelächter. Christine! Richtig geraten, sagte sie. Was soll das verdammt nochmal? Ich schaltete das Tonbandgerät aus. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Hoppla, sagte sie. Entspann dich, okay? Nein! Hör mir gut zu! Das hier ist kein Spaß! Also mach sowas nicht wieder! Ich hatte die Faust geballt und schlug zur Bekräftigung meiner Worte mehrmals auf den Schreibtisch. Schon gut, gab sie klein bei. Tut mir leid. Es ist nur... Ich weiß auch nicht, du bist so verbissen. Du denkst an nichts anderes mehr. Wahrscheinlich wünsche ich mir nur, dass du diese Geschichte nicht gar so ernst nimmst. Sie ist aber nun mal ernst. Das bekomme ich doch seit Tagen von dir aufs Brot geschmiert. Ich weiß, erwiderte sie. Aber es gibt noch anderes im Leben, meinst du nicht? Nicht viel. Sag sowas nicht. Sie klang kleinlaut. Ach, Merkum, die Erde wird sich weiter drehen, es ist eine Reportage, weiter nichts, das hast du mir selber gesagt. Dann habe ich mich eben geirrt. Reuchler. Es klang wie eine sachliche Feststellung, ohne Groll. Ich spürte, wie sich meine Nackenmuskeln entspannten. Stimmt, du hast recht. Tut mir leid, Merkum, war wohl keine so gute Idee mit diesem Anruf. Aber du musst auch mal Luft holen, an was anderes denken. Schon gut, sagte ich. Sie legte auf und ich wartete weiter, nervös, einen Schweißfilm auf der Stirn. Jedes Mal, wenn das Telefon erneut klingelte, griff ich nach dem Hörer wie ein Ertrinkender nach dem Rettungsseil. Es kostete mich Überwindung, mir die Enttäuschung nicht anhören zu lassen. Am Abend wimmelte ich zu Hause einen Anrufer ab, als er aus der Leitung ging, knallte ich frustriert den Hörer auf. Wenigstens gibt es keinen neuen Mord, bemerkte Christine. Dann legte sie Platten auf, Country und Western Musik, zog mich vom Stuhl hoch und fing an zu tanzen. Schritt nach vorn, Schritt nach links, Verneigung vor dem Partner, Drehung nach rechts, Drehung nach links. Ich stand mitten im Zimmer, während sie mich an der Hand nahm und umkreiste. Bitte, hauchte sie in gespielter Verzweiflung, entspann dich, mir zuliebe. Sie blieb stehen und schlang mir die Arme um den Hals. Sometimes it's hard to be a woman, sang sie mit. But if you love him, you'll forgive him. Stand by your man, ich postete vor Lachen und sie strahlte triumphierend übers ganze Gesicht. Es geschehen noch Zeichen und Wunder, der große Reporter mit der ehrenden Miene, Fakten, gnädigste Fakten, der große Malcolm Anderson hat wahrhaftig gelacht. Doch als ich später neben Christine im Bett lag, ihren regelmäßigen Atem hörte, brachte mich der Mörder schon wieder um den Schlaf. Ich versuchte es mit Telepathie. Ruf an, verflucht, gib mir wenigstens Bescheid, wenn es vorbei ist. Ich beugte mich über Christine und streichelte ihr sacht den Rücken. Sie gab im Schlaf einen Laut von sich und rollte sich zusammen. Wir sind beide verschmähte Liebhaber. Musste ich unwillkürlich denken. Am nächsten Tag, kurz vor Sonnenuntergang, klingelte wieder das Telefon. Zuvor hatte ich bereits zwei Spinner abgewimmelt und einen Politiker beschwichtigt. Beim vierten Anruf war ich müde und gereizt. Anderson meldete ich mich unwirsch, während ich die Aufnahmetaste gedrückt hielt, um gleich wieder loszulassen. habe ich sie auf die Folter gespannt, meldete sich seine Stimme und mir war, als käme ein kalter Luftzug aus der Leitung. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass sie sich melden, antwortete ich. Hatte ich nicht gesagt, das sei erst der Anfang? Er verstummte. Ihr Fernseherauftritt hatte klasse, fuhr er schließlich fort, wirklich klasse. Ab jetzt läuft die Sache nur noch zwischen Ihnen und mir. Wie meinen Sie das? Später. Sie haben zu tun, wie bei der Armee. Erst wird geschossen, danach erfahren Sie warum. Können Sie sich etwas klarer ausdrücken? Ja. Die Adresse lautet 2295 Nortelus Avenue, Miami Beach. Was soll damit sein? Also Finger an, eigentlich brauchen Sie gar nichts weiter zu tun. Spätestens in ein, zwei Tagen schöpfen ja die Nachbarn Verdacht. Sie werden rübergehen und an die Haustür klopfen. Wißt wahrscheinlich welchen sie es da schon. Es ist ein seltsamer Geruch. Einerseits irgendwie süßlich, andererseits so widerwärtig, dass es einem den Magen umdreht. Wenn Sie das einmal gerochen haben, vergessen Sie es für den Rest Ihres Lebens nicht mehr. Aber komischerweise wissen Sie, was es ist, ohne es zu sehen. Ohne es zu wissen, ist Ihnen klar, was es ist. Er schwieg einen Moment. Sie hören bald wieder von mir, sagte er. Leises Klicken, dann nur noch Leere in der Leitung. Nach der Entdeckung der Leichen eines älteren Ehepaars nahm die Geschichte eine neue Wendung. Mit ihrem Tod betrachtete auch ich die Ereignisse jenes Sommers mit anderen Augen. Die gespannte Erwartung, das prickelnde Gefühl, so gefragt zu sein, Fernsehinterviews zu geben, von konkurrierenden Blättern und den Nachrichtendiensten zitiert zu werden, verflüchtigte sich in den Schatten einer ruhigen Altstadtstraße von Miami Beach. Bis dahin hatte ich im Mörder vermutlich nur einen Geistes Gestörten gesehen. Jetzt starrte mir seine Grausamkeit ins Gesicht. Mit dem Tod des Ehepaars kippte auch die Stimmung in der Öffentlichkeit. Die ersten Anzeichen von Hysterie und Panik waren unverkennbar. Wie wohl jeder in Miami war ich unwillkürlich davon ausgegangen, dass es der Killer, falls er mit seiner Drohung ernst machte, nur auf junge Mädchen abgesehen hatte, dass sein Tötungsdrang einem perversen Sexualtrieb entsprang. Doch der Tod der alten Leute schickte eine Schockwelle durch die Stadt, durchaus mit einem Erdbeben vergleichbar, bei dem die Welt rings um einen schwankt und man ins Taumeln gerät. Alle konnten nur den einen Gedanken fassen, mein Gott, ebenso gut hätte es mich erwischen können. Jedes Mal, wenn bei mir das Telefon klingelte, wurde es im Redaktionsbüro ungewöhnlich still. Ich spürte die Blicke der Redakteure und Reporter Kollegen, die versuchten, in meinem Gesicht zu lesen, und so fühlte ich mich zunehmend isoliert, als hätte mich der Mörder kontaminiert. Nach dem Telefonat sprang ich auf und eilte zu Nolan am anderen Ende des Raums. Er begriff sofort. Und? Hat er wieder zugeschlagen? Sieht so aus, Miami Beach, sagte ich. Er hat mir eine Adresse durchgegeben, 22 95 Nautilus ich rufe beim Morddezernat an. Noch bevor ich draußen war, hörte ich, wie er mit Martinez und Wilson sprach und ihnen sagte, sie sollen sich mit mir an der 22nd Ecke Nautilus treffen. Obwohl er ihnen keinen Grund nannte, war wohl allen klar, worum es ging. Als er sich wieder umdrehte, wedelte er mit der Hand. Machen Sie schon! Porter und ich nahmen den Wellengang, in der Mitte der Brücke warfen Angler ihre Leinen und seichte Wasser aus. Eine alte Frau war emsig dabei, die Schnur aufzurollen, und ich beobachtete, wie sich ihre Rute unter dem Gewicht eines zappelnden Fischs am Haken bog. Ihr vergnügtes Lachen drang bis zu uns in den Wagen. Während wir auf die Detektives warteten, nutzte Porter die Zeit und machte seine Ausrüstung fertig. Diesmal hatte er sich zwei Kameras umgehängt, eine mit Blitzlicht für die Innenaufnahmen, eine mit einem hoch empfindlichen Film für draußen. Zugleich versuchte er, aus mir heraus zu bekommen, was uns erwartete. Ich liebe diesen Moment, bevor es losgeht, sagte er, zwischen Anpfiff und dem ersten Schuss. Wie damals bei dem großen Hurrikan in der Karibik. Wir hatten kein Telefon keinen Funk. Bin einfach mit meinem klapprigen Land Rover von Stadt zu Stadt gefahren. Der Sturm hatte alles niedergemäht, so weit das Auge reichte, umgeknickte Bäume, abgedeckte oder eingestürzte Häuser. Immer wenn ich vor der nächsten Stadt um die letzte Kurve bog, fragte ich mich gespannt, was mich erwartete, wie viele Leichen auf den Straßen liegen würden. In der Sonne werden sie Mr. Ira Stein und Mrs. Ruth Stein, die ich im örtlichen Telefonbuch gefunden hatte. Es war eine ruhige Nebenstraße mit Häusern aus den dreißiger Jahren, schmucke Domizile, weiß getüncht und im spanischen Stil mit Rundbogen Akkaden, hinter gepflegten Vorgärten mit Obstbäumen ein Stück von der Straße zurückgesetzt. Ich konnte niemanden entdecken. Obwohl vereinzelt Autos vor den Häusern parkten, hörte ich in der Stille nur das leise Rascheln einer Palme im Wind. Da sind sie, sagte Porter in diesem Moment. Martinez stieg, gefolgt von Wilson, aus einer Zivilstreife aus. Zwar hatten sie eine Blinkleuchte auf dem Armaturenbrett eingeschaltet, jedoch auf die Sirene verzichtet. In einem zweiten Fahrzeug hielten sich die Männer von der Spurensicherung bereit. Also, sagte Martinez, was gegeben. Ich zeigte mit dem Finger in die Richtung. Da geht's lang. Gut, dann sehen wir mal nach, sagte Wilson und fügte an Porter Gewand hinzu. Sie können mit reinkommen, aber ich will wissen, was Sie fotografieren. Ich möchte nicht, morgen ein wichtiges Beweisstück auf der Titelseite prangt. Porter nickte. Kein Problem. Wir stiegen wieder ein und fuhren langsam den Häuserblock ab. Bei der Nummer 2295 handelte es sich um das letzte Haus auf der linken Seite und Porter hielt davor an. Machen Sie schon, drängte ich ihn und eilte über eine kleine Rasenfläche an Büschen vorbei zur Haustür. Der Mörder hatte Recht. Ich konnte es riechen. Ich blieb stehen und wartete auf die Polizisten. Wilson holte mich ein. Kaum stand er neben mir, drehte er sich zu Martinez um. Fordern Sie schon mal den Gerichtsmediziner an, sagte er und winkte dann die Leute von der Spurensicherung herüber. Die Tür war nur angelehnt. Wilson holte ein Taschenmesser heraus und stieß sie damit auf. Nichts anfassen, sagte er streng. Da halten Sie die Hände in den Hosentaschen. Wenn Ihnen übel wird, sehen Sie bitte zu, dass Sie rechtzeitig nach draußen kommen. Dann zog er ein Taschentuch heraus. Haben Sie auch eins dabei? fragte er mich. Nicht? Hier, nehmen Sie ein Tempotaschentuch. Halten Sie es fest auf die Nase, das hilft vielleicht ein bisschen. Können wir? Er warf Porter einen kurzen Blick zu. Da drinnen warten bestimmt sensationelle Motive auf Sie. Ohne auf seinen Sarkasmus eine Reaktion abzuwarten, betrat er das Haus. Drinnen verschlug mir der Gestank den Atem. Es war nicht meine erste Reportage über Mord, und ich hatte schon andere Leichen gerochen, aber das hier übertraf alles. Sämtliche Fenster waren geschlossen. Die Verwesung hüllte uns wie eine schwere Wolke ein. Und es stimmte, sie hatte einen süßlichen Geruch. Wir gingen ins Wohnzimmer durch. Auf einen solchen Anblick war ich nicht vorbereitet, schlimmer als der schlimmste Albtraum. Der ganze Raum war blutverschmiert, die Wände, der Boden, das Sofa, die Teppiche, die Möbel. An der Wand hing ein riesiger Spiegel. Darauf standen, wie die Fingermalerei eines Kindes, die Ziffern zwei und drei. Die zwei alten Leute lagen nackt, dicht nebeneinander auf dem Boden, jeder mit dem Kopf in einer lache getrocknetem Blut. In einer Ecke erspähte ich einen gewöhnlichen Haushalts Schwamm, in derselben Farbe getränkt. Die beiden Leichen waren stark aufgedunsen und entstellt. Mein Gott, sagte Martinez, der hinter mir erschien. Ich sah, wie Porter die Kamera hob und wieder sinken ließ. Er rang Umfassung und machte einen neuen Anlauf. Diesmal leuchtete der Raum im Blitzlicht auf. Ich hörte das vertraute kurze Sirren. Noch ein Blitz und noch einer und noch einer. Schluss jetzt, schnauzte ihn Wilson an. Keine Fotos mehr, gütiger Gott. Was für ein Gemetzel. Er wandte sich an mich. Kein berauschender Anblick, was. Sehen Sie sich in Ruhe um, dann gehen Sie bitte raus und lassen die Spurensicherung ihre Arbeit tun. Ich antwortete nicht, sondern zwang mich, mir sämtliche Einzelheiten der grausigen Szene einzuprägen, die Leichen und das ganze Blut. Wie bei dem Mädchen waren ihnen die Hände gefesselt. An der Wand fiel mir ein Gemälde ins Auge, eine Möwe im Flug über die Wellen. Ich sah mir das Mobiliar an, den Nibis und die Andenken aus seinem ganzen Leben. Dann drehte ich mich um und machte Porter Zeichen. Gehen wir. Draußen sog ich gierig die frische Luft ein, schmeckte den Ozean auf der Zunge, reinigte meine Lungen vom Gestank des Todes. Porter war schon wieder in seinem Metier und hielt das geschäftige Treiben der Polizisten fest. Inzwischen kamen einige alte Leute aus ihren Häusern auf die Straße und sahen zu. In der Ferne hörte ich Sirenen, wahrscheinlich Verstärkung New York. Die Namen stimmten mit denen aus dem Telefonbuch überein. Sie sind es, teilte ich Nolan mit. Und? Es knisterte in der Funkverbindung. Tod mindestens seit zwei, drei Tagen, vielleicht auch schon länger, dem entsetzlichen Gestank nachzuurteilen. Sie lagen nackt auf dem Boden und alles war voller Blut. Es war ekel erregend. Gütiger Gott! Wie seltsam schoss es mir durch den Kopf, dass alle gleich reagieren, mit denselben Worten. Reden Sie mit den Nachbarn. Finden Sie etwas über die beiden heraus. Sie wissen schon. Wir verschieben den Redaktionsschluss. Lassen Sie also möglichst bald von sich hören. Er beendete die Durchsage. Ich hängte ein. Als ich mich umdrehte, sah ich den Gerichtsmediziner auf dem Weg zum Haus und als sich unsere Blicke trafen, winkte er mir verschwand im Eingang. Mit meinem Notizbuch bewaffnet machte ich mich daran, die Nachbarn zu befragen und registrierte, wie im Laufe eines Gespräches Staunen in Schock und dann in blankes Entsetzen überging, so wie sie begriffen, was sich hinter der geschlossenen Tür des Hauses zugetragen hatte. Ich blieb am Tatort, bis sie mit den Leichen kamen, in denselben schwarzen Säcken wie beim ersten Opfer. Inzwischen hatte die Nachricht auch die Fernsehcrews, die Konkurrenz und die Nachrichtendienste auf den Plan gerufen, die zusammen mit einigen freischaffenden Schreibern und Fotografen draußen in Stellung gingen. Die meisten wollten von mir wissen, ob der Mörder sich wieder gemeldet habe, und ich antwortete wahrheitsgemäß, er habe mir die Anschrift genannt. Ein paar Mal traf mich die Hitze eines Fernsehscheinwerfers, der auf der Suche nach mir über die dicht gedrängten Köpfe schwenkte. Dass ich im Haus gewesen war, behielt ich für mich. Drinnen seien zwei Leichen und jede Menge Blut. Mehr brauchten sie nicht zu wissen. Während wir warteten, fiel mir eine alte Frau ins Auge, die ein wenig abseits stand. Aufmerksam beobachtete sie die Polizisten bei der Arbeit, nur gelegentlich streifte ihr Blick die Meute der Presse. Sie trug ein weißes Hauskleid, das sich in losen Falten um Hals und Schultern bauschte. Als es in einer Böe nach hinten flatterte, zeichneten sich darunter die scharfen Konturen ihres alternden Körpers ab. Geistesabwesend strich sie sich das zerzauste graue Haarglatt, und ich sah, wie sie zum Gebet die Lippen bewegte. Nachdem die Leichen im Wagen verstaut waren, kehrte die Frau mit mühsamen kleinen Schritten um. Ich dachte an die Leichen in den Säcken. Aufgedunsen wie sie waren, konnte man ihre Gebrechlichkeit nicht sehen, doch wahrscheinlich waren sie zu schwach gewesen, um der mörderischen Wut des Killers irgendetwas entgegen zu setzen. Wie lange mochten sie ein Paar gewesen sein? Wie viel Trost, Lust und Freude hatten sie wohl in ihrem Leben, in ihrer Nacktheit aneinander gefunden. Als er wieder herauskam, war der Gerichtsmediziner nicht mehr zu Scherzen aufgelegt. Gedulden sie sich bis zum Autopsiebericht, schnauzte er die Presse an, die ihn mit Fragen bombardierte. Er sah mich an, schüttelte den Kopf und kehrte ohne ein Wort zum Wagen zurück. Auch Martinez und Wilson wurden, als sie vor die Tür traten, von der gierigen Schar umringt. Ich musste an einen Schwarm Möwen denken, der sich mit spitzen Schnäbeln auf ein Stück Abfall am Strand stürzt. Martinez schilderte den Wartenden mit dürren Worten, was sie drinnen vorgefunden hatten. Die Fragen nach Einzelheiten wies er mit energischen Gesten zurück. So schnell er konnte, stieg auch er in den Wagen und sie fuhren los. Ich hielt was vor sich hin. Auf der Brücke blickte ich ins Wasser, es wurde schon Abend und in der Bucht spiegelten sich die ersten Lichter der Stadt. In der Redaktion warteten schon die beiden Detektives. Wir wollen den Telefon mitschnitt hören, hier und jetzt. Ich nickte und sie folgten mir ins Großraumbüro. Als Nolan uns kommen sah, sprang er von seinem Schreibtisch auf und eilte uns entgegen. Die anderen Reporter hielten in ihrer Arbeit inne und nahmen uns ins Visier. Sie wollen die Kassette? fragte Nolan. Wilson nickte. Ich lasse eine Kopie anfertigen, sagte Nolan und holte das Band aus dem Rekorder. Uns ist daran gelegen, sie bei ihrer Arbeit nach Kräften zu unterstützen. Er übergab die Kassette einem Laufjungen und während er ihm Anweisungen erteilte, zogen sich die beiden Polizisten zwei freie Stühle heran. Schon seltsam, dachte ich, welche Nervosität sie mit ihrer Anwesenheit in der Redaktion verbreiteten. Da Verbrechen ihr und unser täglich Brot war, kannten wir uns und waren den Umgang gewöhnt, allerdings nicht auf unserem eigenen Terrain. Hier in der Redaktion störten sie wie ungebetene Gäste. Bis zum Redaktionsschluss hüteten wir die Ausgabe, die in diesem Raum Gestalt annahm wie einen Gral. Ich beobachtete, wie Wilson sein Seitenholster in eine bequemere Position verschob, eine kurzläufige Magnum Kaliber .357, deren brauner Griff ihm angriffslustig von der Hüfte abstand. Nolan nahm ihnen gegenüber Platz. Haben Sie eigentlich schon mal daran gedacht, unsere Telefonleitung anzuzapfen? Wilson sah ihn erstaunt an. Hör zu, wir bekommen doch erwiderte Nolan. Vielleicht um die Anrufe des Mörders zu orten? Beide Detektives lachten und Martinez lehnte sich lächelnd zurück. Ich fürchte, Sie haben zu viele Krimis gesehen, sagte er. Ein Anruf orten. Ich verstehe nicht, was daran so komisch ist, hakte Nolan nach. Also fing Wilson an wie ein Lehrer gegenüber einem begriffsstutzigen Schulkind und Nolan reagierte unübersehbar verschnupft. Schätze mal mit ein paar tausend Anschlüssen zu tun. Allein für den Vertrieb, die Werbeabteilung, ihre Redaktion hier oben. Wir müssten also herausfinden, welche von all diesen Leitungen zum Telefon auf Mr. Andersons Schreibtisch führt. Nehmen wir einfach mal hypothetisch an, es gelänge uns tatsächlich, die richtige Leitung anzuzapfen, müssten wir an sämtlichen Schaltstellen im Stadtgebiet einen Beamten postieren, um festzustellen, über welchen Anschluss der Anruf hier eingeht. Das würde offenkundig unsere Möglichkeiten übersteigen. Und selbst wenn wir einen Mann an der richtigen Schaltstelle hätten, müsste der Mörder sechs bis acht Stunden in der Leitung bleiben. Denn so lange würde es dauern, den Anruf zurück zu verfolgen, vorausgesetzt, wir haben es mit einem Privatanschluss zu tun. Klar, wir können den Mistkerl auch in einer Telefonzelle orten, aber was hätten wir davon? Selbst mit Computertechnik hätten wir bessere Aussichten über den Burschen zu stolpern, wenn wir per Zufallsprinzip einzelne Telefonate im Stadtgebiet anzapfen würden. Kurz gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, dass wir sie abhören könnten. Der Laufjunge kam mit der Kassette und Wilson steckte sie ein. Als sie aufstanden, warf Wilson sah mich an. Wenn Sie mich fragen, haben wir es einfach mit einem Sadisten zu tun. Kein Sex, aber wahrscheinlich hat es ihm einen Kick gegeben, sie zu demütigen. Natürlich kann ich mich irren. Ich nickte. Der Artikel ging mir schwer von der Hand. Zwischendurch blickte mir Nolan über die Schulter, um zu sehen, wie ich vorankam, dann kehrte er wortlos zur Lokalredaktion zurück. Allein beim Aufhänger spielte ich mit denselben Schlüsselworten mehrere Versionen durch. Altes Ehepaar, Tatort voller Blut, Hinrichtungsmorde, Anruf in der Redaktion. Doch die ganze Zeit hörte ich nur die Stimme des Mörders, wie er mir die Anschrift durchgab und sah nichts anderes als die beiden Leichen auf dem Boden. Meine Gedanken kreisten um die Opfer, Mr. und Mrs. Ira Hausfrau. Sie hatten zwei Söhne, einer war praktizierender Arzt in New York. Als ihnen vor gut zehn Jahren der kalte Winter in der Metropole mit dem eisigen Wind in die Knochen fuhr, hatten sie sich in den sonnigen Süden zurückgezogen. Ein paar wie unzählige andere, dachte ich, mit einer stinknormalen Biografie. Und gerade das bereitete mir Unbehagen. In dem Moment kam Andrew Reporter mit versteinerte Miene aus der Bild Redaktion. Er überflog den bescheidenen Anfang des Artikels auf meiner Schreibmaschine. Da, sagte er, die werden dir dabei helfen, den Tatort zu beschreiben. Mit einer knappen Geste legte er mir einen Stapel Abzüge auf den Tisch. Nolan kam herüber und binnen Sekunden waren wir von anderen Reportern und Redakteuren umringt. Ich sah mir die Fotos an. Es handelte sich um die Innenaufnahmen. In Schwarz-Weiß, was die Wirkung nur noch verstärkte. In Farbe hätten sie etwas Surreales gehabt. Die Grautöne dagegen vermittelten die Grauen volle Wirklichkeit. Beim Herumreichen gab es den einen oder anderen entsetzten Ausruf, leisen Fluch oder nur ein ungläubiges Pfeifen zwischen den Zähnen. Auf den Bildern waren der Reihe nach die auf dem Fußboden im schrägen Winkel, um die Reflexion des Blitzlichts zu minimieren, die mit Blut geschriebenen Zahlen auf dem großen Spiegel eingefangen. Dieses letzte Bild hielt Nolan hoch. Wir bringen das hier. Und dann Porter gewandt. Sie entwickeln sicher noch ein paar Außenaufnahmen, die wir für die nächste Ausgabe verwenden können? Porter nickte. Gut, sagte Nolan. Wir sind spät dran, sehen Sie zu, dass Sie den Artikel fertig bekommen. Als sie alle gegangen waren, beugte ich mich wieder über die Schreibmaschine und spannte ein frisches Blatt ein. Für einen Augenblick verfiel ich in einen seltsamen Schwebezustand, in dem mir die Worte ungeordnet im Kopf herumgeisterten. Doch mit einem Schlag fügte sich eins zum anderen und meine Hände jagten über die Tasten. Ich verdrängte jeden Gedanken an die letzten Minuten der Opfer und konzentrierte mich mit aller Kraft auf die kurzen prägnanten Sätze, die einfingen, was ich gesehen, gehört und gerochen hatte. In den klaren Kolumnen eines Zeitungsartikels komprimiert, um ihn am Morgen hunderttausenden Lesern zu Cornflakes und Kaffee zu servieren, rückte der Horror für mich in erträgliche Ferne. Wieder einmal hatte ich mich schreibend aus der Affäre gezogen. Am Abend ging ich mit Nolan Porter und ein paar anderen Kollegen noch in eine Bahn. In einer ruhigen Ecke, weit weg von der Jukebox, nahmen wir zwei Tische in Beschlag. Am Tresen saßen eine Handvoll Presseleute über ihrem Bier. Ich registrierte, wie sie neugierige Blick in unsere Richtung warfen, bevor sie sich wieder in ihre Gläser und die Country Klänge aus der Jukebox vertieften. Das Barmädchen brachte uns die Getränke und quittierte das Kompliment eines Redakteurs zu ihren Beinen mit einem gequälten Lächeln. Ich lehnte mich zurück und hielt mir die kühle Bierflasche an die Stirn, bevor ich mein Glas füllte und mir die Flüssigkeit in großen Schlucken die Kehle hinunter rieseln ließ. Es gab mir ein seltsam berauschendes und befreiendes Gefühl. Meint ihr, wir bestärken den Kerl in seiner Mordlust? fragte Nolan. Je mehr Publicity, desto größer der Anreiz zum Töten? Mehrere in der Runde platzten gleichzeitig mit Antworten heraus. Ich schloss die Augen, hörte zu und kippelte mit meinem Stuhl. Natürlich nicht, sagte jemand. Wir beschränken uns auf die Berichterstattung, so wie es sich gehört. Ich weiß nicht so recht, hielt ein anderer dagegen. Berichten wir nur darüber oder machen wir uns zum Komplizen? Also eins kann ich euch sagen, schaltete sich Porter ein. Nach diesem Tatort heute zu urteilen, läuft sich der Kerl erst richtig warm. Mag sein, aber was schlägst du vor, beharrte ein anderer. Dass wir die Geschichte ignorieren, um ihn davon abzubringen? Also wenn du mich fragst, können wir als Zeitung gar nicht anders, als darauf zu reagieren und wenn er tausend Leute umbringt, schließlich sind wir nicht die Polizei. Aber bei einem Entführungsfall, sagte Nolan, kooperieren wir schließlich auch mit der Polizei und warten mit der Berichterstattung, bis die Geisel in Sicherheit ist. Oder tot. Jedenfalls arbeiten wir mit den Behörden zusammen, um das Leben der Geisel nicht zu gefährden. Nur mal angenommen, wir würden einfach nicht weiter passende Geschichte. Was wäre daran so verkehrt? Der Vorschlag stieß auf entschiedenen Protest. Die Konkurrenz schläft nicht, die anderen Blätter, das Fernsehen, die Nachrichtendienste, alle würden sich auf die Story stürzen, außer uns. Ich weiß nicht. Nolan schien noch nicht überzeugt zu sein. Der Mörder würde wahrscheinlich woanders anrufen, sagte jemand, und wir wären weg vom Fenster. Es trat Ruhe ein. Ich hörte die Musik, das Gelächter und Gläser klirren am Tresen. Das letzte Argument musste alle überzeugen. Ich öffnete die Augen. Lippenbekenntnisse, sagte ich. Nolan drehte sich zu mir um. Was? Müßige Spekulationen, Lippenbekenntnisse. Unterm Strich läuft es immer nur auf eins hinaus. Egal wie viele Menschen der Bursche tötet, egal wie widerwärtig seine Verbrechen sind, egal wie tief wir damit reingeraten. Die Zeitung bleibt an der Story dran. Uns bleibt gar keine Wahl. Wir sind keine straffgeführte Organisation oder Behörde. Wir sind in der Tat nicht die Polizei. Es passiert etwas, wir schreiben darüber. Für uns wird es immer die nächste Geschichte geben, noch fesselnder, noch sensationeller, welche die Gemüter noch mehr erhitzt. Vielleicht dauert es einen Monat oder ein Washington Post mit dem Watergate Skandal Geschichte geschrieben. Und jetzt müssen sie sich schon wieder die Frage gefallen lassen, was habt ihr seitdem gebracht? So ist das nun mal in unserem Metier. Was habt ihr seitdem gebracht? Wir dürfen uns glücklich schätzen, wenn ab und zu sein Irrer wie dieser Mörder zuschlägt und uns dabei hilft, unseren Job zu machen. Ich beendete meine Tirade, goss mir das restliche Bier ins Glas, beobachtete, wie sich eine Schaumkrone bildete und setzte. Die Stimmen der anderen wurden lauter, die meisten stimmten mir zu. Nur Nolan warf mir über den Rand seines Glases hinweg einen fragenden Blick zu. Als wir die Bar zu zweit verließen, fragte er mich, sind Sie wirklich so ein Zyniker? Sagen Sie es mir, konterte ich. Sieht ganz so aus. Und außerdem ein Lügner. Wie das? Ich lachte. Er nicht. Ich habe gesehen, wie Sie heute Abend auf Ihre Seiten gestarrt haben. Ich wusste genau, was in Ihnen vorging. Wenn ein Kopf zum Tatort eines Tötungsdelikts geht, reißt er blöde Witze, macht sarkastische Bemerkungen. Das ist sein Schutzwall, seine mentale Barriere, damit hämmert er sich ein, das ist nicht meine Welt. Wir haben es da leichter. Uns genügen Worte. Damals bei der Los Angeles Times, da hatten wir diesen alten Hasen, so einen Typ mit Bandlöchern, von seinen Zigaretten in der Hose und Andenken ans Frühstück auf dem Hemd. Er war bei uns als Rewrite angestellt, das heißt, er fuhr nicht selber raus, sondern arbeitete mit dem Rohmaterial, das andere beschafften. Der Kerl sagte immer, er brauche den Unfall oder den Mord, den Einbruch oder was auch immer nicht mit eigenen Augen zu sehen, um darüber zu schreiben. Sobald er die Fakten auf dem Tisch habe, ergebe sich der Rest von selbst. Er redete oder telefonierte mit ein paar Leuten, um sich dann an seine Schreibmaschine zu setzen und einen durchdachten, treffsicheren, detaillierten Bericht zu schreiben. Er lebte völlig zurückgezogen, kam fünf Tage die Woche, Jahr ein, Jahr aus, jeden Morgen von seiner kleinen Wohnung im zentrum in die Redaktion und kehrte nach Feierabend wieder heim. Der Mann schrieb die beste, anschaulichste Prosa von allen. Ich glaube insgeheim wollen wir alle so sein, so distanziert und unberührt von allem. Er verstummte und hing seinen Gedanken nach. Inzwischen stand der Mond am Himmel, das bleiche Licht verfloß mit dem Neonschein der Parkplatz Laternen zu einem Blau-Violett. Sie haben Recht, wir würden nie auf eine Story verzichten, sie nie zurückhalten, selbst wenn der Mörder sich morgen bei ihnen meldet und ihnen gesteht, er würde nur wegen der Publicity weitermachen. Das ist unser Dilemma, der Haken an der ganzen Sache. Fragt Rechtfertigen nach dem Motto, so ist das nun mal in unserem Gewerbe. Immerhin hat er uns an den Tatort gelotst und nicht die Polizei oder die Feuerwehr oder sonst jemand von den Guten. Aber trotzdem ist es eine Bomben-Story. Wir schwiegen eine Weile. Ich starrte auf die Lichter der Stadtautobahn. Dann bis morgen, sagte Nolan. Wahrscheinlich ruft er an, setzte er hinzu und ging zu seinem Wagen. Ich blieb noch eine Weile in der Dunkelheit stehen, legte den Kopf in den Nacken, um eine kühlende Brise ins Gesicht zu bekommen, doch es wehte kein Hauch, während die Teerdecke die gestaute Hitze des Tages ausdünstete. Als ich hereinkam, saß Christine im Wohnzimmer vor dem Fernseher. Beeil dich, begrüßte sie mich. Die Nachrichten fangen gerade an. Ich sagte in einen Sessel und hörte mir die einleitenden Worte des Moderators an. Christine hatte ihre weiße Schwestern trachtachtlos über eine Lehne geworfen und es sich in Unterwäsche auf dem Sofa bequem gemacht. Während ich den monotonen Ausführungen des Moderators lauschte, betrachtete ich Christines Beine. Da bist du, sagte sie aufgeregt. Als ich zum Bildschirm aufblickte, sah ich mich hinter einem Wald aus Mikrofonen in Scheinwerferlicht getaucht. Mir hielt. Ich beobachtete mich dabei, wie ich von dem letzten Anruf des Mörders berichtete, dann folgte ein scharfer Schnitt zu einem Foto, auf dem die beiden Leichen aus dem Haus getragen wurden. Nach einem neuerlichen Schnitt erschien Martinez auf seinem Weg vom Haus durch die wartende Presseschar zur Streife. Zuletzt kommentierte der Fernsehreporter vor Ort diese beiden neuen Morde und schloss mit dem kryptischen Satz »Niemand weiß, wann das alles ein Ende nehmen wird.« Ich brummte etwas und stand auf, um den Fernseher auszuschalten. Christine streckte die Arme über den Kopf. Ich ließ den Blick über ihren Körper wandern, zuerst die Beine, dann den Bauch, zuletzt die Schultern. »Ach Gott, ist es heiß heute Abend«, sagte sie. »Du hast eine gute Figur gemacht. War es wirklich so schrecklich?« In dem Beitrag haben sie eigentlich nichts dazu gesagt, was wir drinnen vorgefunden haben, erwiderte ich. »Aber sie wurden auf dieselbe Weise wie das Mädchen erschossen, nicht wahr?« »Ja und nein. Wie bei dem Mädchen waren ihnen die Hände gefesselt und sie wurden mit Schüssen in den Hinterkopf getötet. Aber da hört die Ähnlichkeit mit dem ersten Mord auch schon auf. In wiefern? Das Blut. Christine fuhr sich mit der Hand an den Mund. Was ist passiert? Wahrlich kein schöner Anblick. Die beiden Toten lagen nackt nebeneinander und er hatte das ganze Zimmer mit ihrem Blut verschmiert und kam sich vor wie in einem Schlachthaus, als wäre er nach den Morden voll ins Aus gerastet. Kann mich nur wundern, dass die Nachbarn nichts mitbekommen haben. Christine war blass geworden. Warum hat er das getan? Genau das wüssten wir alle gerne. Aber du solltest es eigentlich wissen. Du hast mit ihm gesprochen. Was meinst du? Er redet, ich höre zu, was sonst, reagierte ich unerwartet heftig. Er weiht mich nun mal nicht in seine Motive ein. Und schließlich bin ich kein Psychologe. Woher soll ich also wissen, was er in seinem kranken Hirn ausbrütet. Vielleicht weihte dich ja doch noch ein, sagte sie. Das hoffe ich auch, Verflucht, das hoffe ich auch. Die Bemerkung kam mir über die Lippen, bevor ich wusste, was ich sagte. Und? Und was? Und was hast du vor, wenn er es dir tatsächlich verrät? Wirst du versuchen, ihn von weiteren Morden abzubringen? Das ist nicht meine Aufgabe, sagte ich. Das klingt abscheulich. Ich packte sie am Arm und ihr entfuhr ein leiser Schrei. Was willst du damit sagen? Sie schüttelte meine Hand ab, griff nach einem Sofakissen und legte es sich auf den Schoß, als wollte sie ihre Blöße bedecken. Ich meine, dieser Mann läuft da draußen herum und knallt wild fremde Menschen ab, schlachtet sie ab. Du bist der einzige Mensch, du den Irren möglicherweise in seinem Blutrausch noch anstacheln könntest? Wo bleibt dein Bürgergeist? Was ist eigentlich mit dir los? Und was? Was soll mit mir sein? schrie ich sie beinahe an. Das ist mein Beruf. Ich bin weder Polizist noch Arzt oder Psychiater. Es steht nicht in meiner Macht, die Welt von ihren Übeln zu befreien. Ich berichte einfach nur, was ich höre und sehe. Wie ein Roboter. Nein, verdammt, ich werde genauso gebraucht wie du. Die Gesellschaft ist auf Informationen angewiesen, auf Wissen, auch um sich vor negativen Einflüssen, vor Gefahren zu schützen. Oh, verstehe, entgegnete sie in sarkastischem Ton, der Schutzpatron der Bürgerwehr? Können wir bitte schön sachlich bleiben, war alles, was ich darauf zu sagen wusste. Sie wendete sich ab und griff nach einem Glas Wein auf einem der Beistelltische. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie getrunken hatte. Nach einem ausgiebigen Schluck legte sie den Kopf zurück. Beim Anblick ihres langen schlanken Halses und der kleinen Vertiefung zwischen ihren Schlüsselbeinen, dem eleganten Schwung ihrer Schultern, überkam mich ein starkes sexuelles Verlangen. Ich setzte mich neben sie. Tut mir leid, flüsterte ich. Wie soll ich es sonst erklären? Sie sah mich an und legte mir die Hand auf den Arm. Was ich nicht begreife, erwiderte sie. Ich kann nicht begreifen, woher du den Optimismus nimmst. Als vermeintlich neutraler Beobachter seist du selbst gegen die Gefahr gefeit. Ich überlegte und wusste keine Antwort. Ich glaube, jeder in meinem Metier geht davon aus, dass man als Berichterstatter eine gewisse Immunität genießt. Und keiner denkt gerne allzu viel darüber nach. Wir machen innerlich dicht. Während des Kriegs sind eine ganze Reihe Korrespondenten umgekommen. Zum Beispiel Sean Flynn, der Sohn des Schauspielers. Er war als Motorrad, in Begleitung eines anderen jungen Mannes. Das war das letzte Mal, dass man die beiden gesehen hat. Beim Journal hatten wir mal einen Kollegen, der über die Kämpfe in der Dominikanischen Republik berichtet hat. Du weißt schon, wo die Marines im Einsatz waren. Ist in die Schusslinie geraten, hat ihn ziemlich übel erwischt. Die Zeitung hat ihm zu Ehren eine Feier veranstaltet und den Schleunigst aufs Alten Teil abgeschoben. Sie sehen es nicht so gerne, wenn die alten angeschlagenen Recken den Jungen den Elan für ihren nächsten Auftrag dämpfen. Wir wiegen uns alle in der Hoffnung, dass Sammeln und Verbreiten von Nachrichten und Informationen biete einen gewissen Schutz. Unsere unparteiische Objektivität diene uns als eine Art kugelsichere Weste. Du redest vom Krieg, entgegnete sie. Ich von einem irren Mörder. Aber darum geht es ihm ja offenbar. Er will uns so weit bringen, dass wir uns wie im Kriegszustand fühlen. Sie schwieg. Ich glaube, antwortete sie schließlich, das gelingt ihm. Ich habe Angst um dich und um mich. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Wieso? Wegen dir. Wer sagt dir denn, dass er sich damit zufrieden gibt, dich anzurufen? Sieht es nicht eher danach aus, als wolle er dich damit reinziehen? Woher willst du wissen, dass er es nicht am Ende auf dich abgesehen hat? Und nimm mal an, du schreibst etwas, das ihm nicht passt. Was macht er dann? Darüber denke ich lieber nicht nach. Dann könnte ich nicht mehr antwortete ich lakonisch. Kranker Beruf, schnaubte sie und lachte. Schenk mir noch mal Wein ein. Doch statt mir ihr Glas zu reichen, schlang sie die Arme um mich und legte den Kopf an meine Brust. Ich wollte ihr ins Gesicht schauen, sah jedoch nur ihr Haar, das im Licht glänzte. Ich spürte ihren Atem. Dann sank sie zurück, reichte mir ihr Glas und ließ das Kissen zu Boden fallen. Doch wir liebten uns überhastet, unkoordiniert, als fänden unsere Körper nicht zum selben Takt. Hinterher legte sie sich auf den Rücken und blickte aus dem Schlafzimmerfenster, während ich auf der Bettkante kauerte und sie betrachtete. Sie sagte nichts. Wenig später kehrte sie mir den Rücken und knipste die Nachttischlampe aus. Ich stand auf, setzte mich in einen Sessel am Fenster und starrte in die Nacht. Ich dachte an Mr. und Mrs. Stein und meine kurze Blockade an der Schreibmaschine. Jetzt erst wagte ich mir die Eheleute lebendig vorzustellen, wie sie das kurze Stück von ihrem Haus zum Strand hinunter gingen und unter der Last des Alters immer wieder stehen blieben, das Gesicht in die Sonne hielten und Atem schöpften. Und ehe ich es verhindern konnte, sah ich einmal Wen hatte er wohl als Ersten erschossen? Und was mochte in diesen letzten Sekunden im Kopf des noch Lebenden vorgegangen sein? Sehnte derjenige den Knall und den Schock und die Finsternis herbei? Oder klammerte er sich, als der andere schon tot neben ihm lag, bis zum letzten Atemzug ans Leben? Ich nahm mir vor, den Mörder danach zu fragen, wenn er sich wieder bei mir Die Schlagzeile in riesigen Blocklettern nahm die ganze Breite der sechsspaltigen Titelseite ein. Nummernmörder schlägt wieder zu. Älteres Ehepaar in Beach ermordet. Unter der Überschrift stand in Fettdruck mein Name. Das Foto mit dem Spiegel und den beiden in Blut darauf geschmierten Zahlen reichte über vier Spalten und bis zur Faltung. Ein weiteres Bild von den Sanitätern, die auf Tragbaren die Toten zu den Krankenwagen brachten, um sie ins Leichenschauhaus zu fahren, folgte in kleinerem Format darunter. Auch der Begleitartikel mit den Reaktionen der Nachbarn, ebenso bestürzt und fassungslos wie nach der Ermordung des Mädchens, begann auf der ersten Seite. Einzig die Wortwahl war anders und zeugte von der Verwundbarkeit des Alters. Bei diesen Menschen schien der Schock noch tiefer zu sitzen, als Wiege der Raub eines knapp bemessenen Guts umso schwerer. Die beiden Artikel nahmen auch noch die ganze zweite Seite ein. Christine trug ihre weiße Schwesterntracht. Gott sei Dank operieren wir heute nicht, sagte sie. Ich glaube, nach dieser Lektüre hätte ich das nicht gepackt. Sie trank Kaffee und blätterte in der Zeitung. Unterdessen schlug ich den Sportteil auf und vertiefte mich in die Baseballergebnisse. Wie es aussah, steigerten sich die Red Sox von Spiel zu Spiel. In Baltimore hatten sie jedenfalls 1 zu 0 gewonnen. Himmel, sagte Christine mehr zu sich selbst. Das ist ja entsetzlich. An diesem Tag spürte ich zum ersten Mal die Allgegenwart des Mörders. Wie die schwüle Luft vor einem heraufziehenden Gewitter brütete sie über der Stadt. Ich war noch nicht sehr lange im Büro, als mich Nolan beiseite nahm und bat, am besten sofort rauszufahren, um die Stimmung bei den Leuten in der Nachbarschaft auszuloten. Wir drehten uns beide zum Telefon auf meinem Schreibtisch um, beide mit dem selben Gedanken. Wir können dem Mörder nicht allzeit zu Diensten sein, erklärte Nolan und zupfte am lockersitzenden Er schlug mir vor, den Hörer neben die Gabel zu legen, damit der Mörder, falls er tatsächlich anrief, glaubte, es sei besetzt und sich nicht vernachlässigt fühlte. Auch wenn ich nickte, hatte ich einen Anflug von schlechtem Gewissen, als ich seinen Rat befolgte. Inzwischen war auch Porter dazu gestoßen und zusammen verließen wir das Gebäude. Diesmal fuhren wir mit dem Bus. Der Fahrer, ein Schwarzer mit einem grauen, grausen Haarkanz über den Ohren wandte sich zu mir um und sagte, Eigentlich habe ich von dem Burschen nichts zu befürchten, aber trotzdem habe ich Angst. Ich sehe mir die Gesichter der Leute an, die bei mir einsteigen und frage mich unwillkürlich, wen erwischt das als Nächsten? Mich oder den Jungen da drüben? Ich sah zu, wie der kräftige Mann seinen Bus mit traumwandlerischer Sicherheit durch die belebten engen Straßen der Innenstadt lenkte. Als wir an einer Kreuzung scharf abbiegen mussten, bewegte er das Lenkrad nur mit dem Ballen der rechten Hand, während die Linke es kaum berührte und der Ellbogen im offenen Fenster lehnte. Die Leute wirken durch die Bank ein bisschen nervös. Wenn sie Tag ein, Tag gehen auf Abstand. Wir durchstreiften die Straßen von Little Havana und ernteten teils neugierige, teils argwöhnische Blicke von alten Männern in Guayabera-Hemden und streng aus der Stirn geöltem Haar. Manche zögerten einen Moment, bevor sie ihr Glas mit dampfendem starken Kaffee an die Lippen setzten und musterten uns unverhohlen. Wir liefen die Street 8, die Hauptstraße durchs kubanische Viertel Sterben, sagte einer in stockendem Englisch. Wir müssen alle. Wozu sich sorgen? Er hob den Hemdzipfel hoch und entblößte eine rötliche Narbe unterhalb der Rippen. Playa Giron, sagte er. La Brigada. Er spuckte auf den Bürgersteig und hinterließ einen dunklen Fleck auf dem hellen Zement. Schade, dass wir diesen Kerl nicht schicken können nach Habana, um da auszutoben. Ein paar seiner Mitspieler brachen in Gelächter aus. Der Alte blickte zum Himmel. Wir haben genug gesehen. Uns macht so schnell keine Angst. Bei Frauen und Kindern ist anders. Sie fragen, kommt er als nächstes zu uns? So wie bei die alten Leute drüben am Beach? Aber wer kann schon sagen, was so einer noch alles hat vor? Viele hier haben Angst. Aber glauben doch, die meisten hier er hält sich weiter an seines gleichen, falls er schlägt noch einmal zu. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich denke, vielleicht er wird selbst bald erschossen. Vielleicht er hält nicht mehr raus und bringt sich um. Der Mann zuckte die Achseln und wandte sich wieder dem Tisch mit den Dominosteinen zu. Er nahm einen vom Haufen, stellte ihn behutsam auf die schmale hohe Kante und Einkaufszentrum im Süden der Stadt, nur wenige Meilen von Amys Wohnviertel entfernt. Das mochte wohl jetzt in den Eltern und Brüdern vorgehen, nachdem sie wussten, dass sich der Tod ihrer Tochter in eine mörderische Vergeltungsorgie einreite. Doch machte das für sie einen Unterschied? Was konnte schlimmer sein, als ein Kind zu verlieren? Wir besuchten ein Waffengeschäft mit dem anschaulichen Namen Geschäftsführer deutete der Verkäufer nur mit dem Daumen nach hinten. Ich fand ihn in einer kleinen Werkstatt an einem Tisch mit Öl verschmierten Lappen, wo uns ein beißender Geruch nach Reinigungsflüssigkeit empfing. Auf dem Tisch lagen die Einzelteile einer kleinkalibrigen Automatik. Als ich mich vorstellte und den Grund für unseren Besuch nannte, grinste er übers ganze Gesicht. Das hier und wenn sie Angst haben, ziehen sie los und kaufen sich eine Waffe. Um also ihre Frage zu beantworten, seit das heute Morgen in der Zeitung stand, brummt das Geschäft. Ich vermute mal, bis zum Abend rennen sie mir die Bude ein und morgen stehen sie bis draußen Schlange. Sollte dieser Bursche dann nochmal zuschlagen? Naja. Der Mann verzog das Gesicht. Ich weiß, wie herzlos das klingt, aber bei mir rollt der Rubel. Der hagere Mann mit der Zwitter Frisur, betont lange Koteletten zum glatt nach hinten gekämmten Haar im Stil der Fünfziger Jahre, erwies sich als gesprächig. Fast alle beklagen sich über die vorgeschriebene dreitägige Wartezeit. Sie wissen schon, wenn sie am Montag bei mir eine Waffe kaufen, bekommen sie das gute Stück erst am Mittwoch rausgehendigt. Jetzt sagen viele, aber wenn der Kerl nun schon heute Nacht wieder auftaucht. Ich versuche sie dann zu beruhigen. Nein, so tickt er nicht, nur keine Bange. Die meisten geben sich damit zufrieden. Weiß der Geier, woher die ihren Optimismus nehmen, ich hätte den Durchblick. Der Waffenhändler legte eine Pause ein und warf den Blick in den Laden hinüber. Das unablässige metallische Klicken von der Funktionsprüfung der Handfeuerwaffen an der Theke gab der Umsatzprognose des Besitzers recht. Der Mann machte sich wieder an die Arbeit und wischte mit einem fleckigen Lappen die Teile der Automatik blank. Hab in meiner Zeit beim Militär warfte ich eine Menge übler Sachen gesehen und ich kann Ihnen sagen nicht wenige Jungs die mit einem Bein in der Klapse waren. Damals bei der Grundausbildung in Fort Dixon Jersey da hatten wir einen Kerl es war so verflucht kalt wissen sie die ganze Zeit und ich dachte wirklich ich frieh mir noch den Arsch ab na jedenfalls pflanzt sich unser Spieß gleich am ersten Tag vor uns auf und brüllt uns an es heißt jawoll Sir und zu Befehl Sir und immer hübsch laut ich will eure Stimme laut und deutlich hören wir hatten also diesen Jungen dabei schmacht lappen stuben hacker gerade mal siebzehn oder achtzehn die erste Woche hat es der Spieß so richtig auf ihn abgesehen also fing der kleine an zu brüllen was das Zeug hält seine jawolls wurden von Tag zu Tag lauter und dann fing er auch noch an in der Kaserne rum zu aber da konnte der Junge nur noch im Stechschritt laufen die Augen immer gerade aus vermutlich ins Leere nicht lange und sie haben ihn abgeholt danach habe ich ihn nie wieder gesehen dieser Tage fiel er mir wieder ein nach dem ersten Mord jetzt stellen sie sich nur mal vor seinen Grünschnabel schicken sie nach Vietnam wenn so ein Weichei aus der Hölle da drüben zurück kommt darf man sich nicht wundern wenn er völlig durch knallt oder der Mann schwieg einen Moment und horchte auf das klicken der Waffen jedenfalls wollen sich alle schützen aber nicht nur mir rennen sie die Bude ein rufen sie doch mal im Tierheim an wetten die haben längst jeden großen zähnefletschenden köter in ihrem Zwinger für gutes Geld verkauft oder fragen sie mal bei den Wachdiensten an aber eine knarre ist das schon eine feine Sache und eins lassen sie sich gesagt sein die Kanone mit der dieser irre rumballert die ist nicht zum spaßen wahrscheinlich die übliche 45er Automatik Standard Ausrüstung bei der Armee wissen sie übrigens wozu die mal entwickelt wurde zu Beginn des Jahrhunderts als wir und Bayonetten an wenn ein Wilder aus dem Bus sprang wurden die mit ihm fertig sie stachen zu und feierten ab die Offiziere dagegen die hatten alle nur die 38er Colts so wie die Cowboys sie damals trugen naja der Hälfte von ihnen ist es schlecht bekommen wenn der Feind mit einem Schwert aus dem Hinterhalt sprang die haben den Burschen zwar drei Schüsse in die Brust verpasst die er natürlich nicht überleben konnte aber das hinderte ihn nicht daran vorher noch eben mit seinem Schwert Hackfleisch aus dem Offizier zu machen deshalb brauchten sie auf die Schnelle eine Handfeuerwaffe die den Burschen unschädlich machte bevor er in Fahrt kam die Lösung war der 45er Colt Automatik und was besseres ist denen bis heute nicht eingefallen sonst würden sie bei der Army nicht immer noch benutzen sicher eine Magnum Kaliber 357 oder auch 44 hat heute dieselbe Durchschlagskraft deshalb wird die Polizei damit ausgerüstet aber dieser Automatik also was besseres kann sich so ein Mörder nicht wünschen die Ballistiker werden eine solche Tatwaffe nie zuordnen können genauso wenig die Projektile davon müssen tausend in Umlauf sein wahrscheinlich hat die Hälfte der Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg hier in der Stadt noch irgendwo einem obersten Schrankfach liegen erst jetzt schien er zu bemerken wie seine Worte mein Notizbuch füllten haben sie schon mal jemanden erschossen fragte er unverblümt ich schüttelte den Kopf dann ist das hier ihre Chance durch eine Tür an der Rückseite der Werkstatt führte er uns in einen angrenzenden Schuppen wo uns ein mit eine Schublade auf und reichte mir Gehörschützer und da hätten wir das Prachtstück erhielt die Automatik hoch für einen Moment schimmerten die Seiten des Griffes im Neonlicht doch dann blickte ich auf ein hässliches Ding aus Eisen er drückte mir die Waffe in die Hände fasste mich an den Schultern und drehte mich in die richtige Position zum Ziel geschossen wurde auf eine schwarze flache menschliche Gestalt so wie sie auch die Polizei am Schießstand benutzte der Colt war erstaunlich schwer der Waffenhändler zeigte mir die korrekte Schießstellung mit beiden Händen an der Waffe über den kurzen Lauf nahm ich das Ziel ins Visier als ich mich ganz darauf konzentrierte blendete ich plötzlich alles andere aus und sah in der Verlängerung des Laufes nur noch Los geht's hörte ich seine Stimme dicht neben mir nur sachte drücken alles klar ich zielte und schoss das krachen hallte durch den Raum und mir stieg der Kordit Geruch in die Nase meine Hände fühlten sich an als hätte mir jemand mit einem Hammer darauf geschlagen so kribbelten mir die Finger ich legte die Waffe weg und nahm die Ohrenschütze ab Ha nicht übel für einen Anfänger stellte mein Lehrer anerkennend fest während er zur Automatik griff und das Magazin herausnahm nachdem er die Waffe wieder sicher weggeschlossen hatte zeigte er auf das Ziel sehen sie selbst was sie angerichtet haben sagte er in gespielter Empörung mein Schuss hatte der schwarzen Figur den halben Kopf weggerissen einen Moment lang blieb ich unglaublich stehen dann folgte einer Waffe ist nicht zu spaßen das ist etwas anderes als eine schicke kleine 25er Automatik fürs Handtäschchen oder diese billigen Spielzeugpistollchen eine 45er dient nur einem Zweck jemanden mit einem einzigen Schuss ins Jenseits zu befordern der Mann geleitete uns noch bis in den Laden an der Kasse blieb er stehen und wandte sich einem Mann in Business Kleidung zu der sich Handfeuerwaffen bestätigte ihn der Experte in seiner Wahl ein Colt Python eine Magnum 357 mit langem Lauf an Zielgenauigkeit Zuverlässigkeit und Durchschlagkraft nicht zu überbieten die kaufen die meisten Polizisten die zu uns kommen mit kurzem Lauf für Übungszwecke tut sie normale 38er Munition ich nehme an sie suchen etwas für den Eigenbedarf der Mann schüttelte den Kopf nein sagte er eigentlich suche ich etwas für meine Frau der Händler strafte den Verkäufer hinter der Theke mit einem vernichtenden Blick nun in dem Fall brauchen wir etwas für zartere Hände es sei denn ihre Frau wäre sehr sportlich gebaut nein eher zierlich sie hat Angst und ich möchte nur dass sie sich ein wenig sicherer fühlt der Geschäftsmann wandte sich zu mir und einigen anderen der wartenden Kunden um Seit dieser erwiderte eine Frau die in der Nähe stand ja und nicht nur sie bekräftigte ein Mann in Sporthemd aber es ist ja nicht nur dieser Mörder meldete sich dieselbe Frau es herrscht einfach so viel Gesetzlosigkeit und die Polizei wird damit nicht fertig sie kommen vorbei und nehmen ihre Aussage zu Protokoll wie an dem Morgen nach dem Einbruch in meinem Haus erst jetzt sah sie meine eifrige Schreibtätigkeit sind sie Reporter ja sie können mich gerne zitieren aber ich will nicht meinen Namen in der Zeitung lesen nun schaltete sich auch der Geschäftsmann wieder in die Unterhaltung ein was mir am meisten Sorgen macht ist die Vorstellung dass jeder arbeitsscheue Rundtreiber der sich hier unten ein schönes Leben machen will erst auf die Idee gebracht wird einfach jemanden über den Haufen zu schießen der ihm bei seinen krummen Touren in die Quere kommt ich meine liegt doch nah ein Ding zu drehen und es diesem Killer in die Schuhe zu schieben oder und die Polizei kratzt sich am Kopf es folgte zustimmendes gemurmel der Mann im Sporthemd hielt eine kurzläufige 38er Spezial hoch naja vielleicht reicht das ja hier zur Abschreckung und nicht nur jetzt wo mal eben meine Familie abknallt wieder stieß er auf die Zustimmung seiner Zuhörer doch jetzt versuchte der Ladenbesitzer den Mann auf sich aufmerksam zu machen vielleicht kann ich Ihnen eine leichtere Automatik zeigen Sir der Geschäftsmann drehte sich wieder zu ihm um ja selbstverständlich aber diese Python Dingsbums da nehme ich auch wo kann ich damit üben ich habe seit meiner Zeit bei der Army nicht mehr geschossen gerne Sir der Geschäftsleiter warf mir einen kurzen Blick zu wir haben einen Schießstand da können Sie die Waffe ausprobieren geben Sie mir nur Bescheid und hier erschloss die Vitrine auf haben wir etwas für ihre Frau erhielt dem Mann eine vernickelte neun Millimeter hin die ist zwar ein bisschen schwerer als die Modelle die ich normalerweise empfehle sagte der Inhaber in seinem umgänglichen dienstbeflissenen Ton aber wir leben ja auch in besonderen Zeiten möchten Sie die beiden hier mal vergleichen damit holte er eine zweite Waffe hervor eine kleine schwarz glänzende 25er Automatik na gut sagte der Kunde und drehte sich dann zu der Frau hinter ihm in der Schlange um vielleicht könnten Sie mir behilflich sein fragte er meine Frau ist nur geringfügig kleiner als sie aber gerne erklärte die Frau Die Reaktionen im Waffengeschäft waren keine Überraschung Auch die Kommentare der Passanten am Morningside Park in der Nähe der Kinderschaukeln von denen fröhliches Kreischen und Lachen herüberschallte entsprachen meinen Erwartungen Auf den Bänken neben den Sandkästen saßen mit wachsamem Auge die Mütter jederzeit sprungbereit wie es schien Kinder müssen nun mal spielen sagte eine von ihnen ohne den Blick von den Schaukeln zu lassen Sie sind sich der Gefahr schließlich nicht bewusst und sie müssen an die frische Luft wenn wir sie im Haus einsperren träumen sie nur schlecht und man kann ihnen auch nichts erklären erstens weil diese Morde selbst für uns Erwachsene unerklärlich sind und zweitens weil man die Kinder damit nur unnötig ängstigen würde also kommen wir wie an jedem ganz normalen Sommertag hierher und beaufsichtigen unsere Kinder beim Spielen als wäre nichts endete sie und die anderen Frauen neben ihr nickten dabei spüre ich dass es nicht so ist wie sonst eine andere Frau die sich nervös am Ärmel zupfte schaltete sich ein und was machen sie wenn sie ältere Kinder haben elf zwölf dreizehn Jahre alt wie wollen sie die beschützen sie strich sich eine graue strähne von blickte einen Moment an den kräftigen braunen Baumstämmen vorbei übers Wasser natürlich binde ich meinen Jungen jeden Morgen auf die Seele ja nicht alleine irgendwo hinzugehen und vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause zu sein und wenn sie irgendetwas Verdächtiges bemerken sollen sie im Zweifelsfall die Polizei rufen oder sich an jemanden anderen um Hilfe wenden oder sonst irgendetwas tun aber was nützen bei Kindern in dem Alter die guten Ratschläge und strengen Regeln die kennen einfach keine Angst mein Gott dieses arme Mädchen läuft abends im Dunkeln allein draußen herum und steigt auch noch bei einem Fremden ins Auto wie bringen sie diesen jungen Menschen bei auf der Hut zu sein ja es kommt mir wie eine Seuche vor wie ein Virus das schon seit Jahren geschlummert hat und auf einmal ausbricht und ausgerechnet hier in Miami Washington klar oder Chicago oder New York meinetwegen San Francisco Miami war dagegen bis jetzt heile Welt sie legte den Kopf in den Nacken wie bringt ein Mensch so etwas fertig fragte sie wie viele will er noch erschießen bei dieser Frage sah Porter von seinen Kameras und Objektiven auf was sollte ihn daran hindern wie bitte beide Frauen zuckten zusammen Porter schüttelte den Kopf er kriegt doch das was er will er will uns allen Albträume einjagen das ist seine Triebkraft solange sie und ich und alle anderen in der Stadt wie ganz normale Menschen reagieren mit Angst mit Panik mit was weiß ich eben mit Angst kriegt der Bursche doch seinen Kick in meine Richtung murmelte er noch fragte ich ihn was plötzlich mit ihm los sei ich dachte für dich ist das ganze nichts als eine Reportage ich werde langsam zum Zyniker antwortete er mehr als ich je für möglich gehalten hätte hat mir Nolan heute auch attestiert erwiderte ich recht hat er wir sind alle Zyniker und ich bin wahrlich nicht stolz darauf wenn du es nicht wärst würdest du verrückt Porter legte die Hände fest ums Lenkrad gab Gas um einen Wagen zu überholen und wechselte wieder auf die rechte Spur wir befanden uns auf dem Biscayne Boulevard einer Verkehrsader die alle Gegensätze der Großstadt vereinte auf hochmoderne Geschäfts und Bürogebäude und eine gepflegte gut gekleidete Klientel folgte im abrupten Wechsel ein ganzer Block Motels die mit Wasserbetten und Pornokinos für sich warben an einer Straßenecke stach mir halterfreies Top das über den Brüsten spannte dazu rote Shorts die nur halb über die Pobacken reichten als sie meinen Blick bemerkte schenkte sie mir ein strahlend weißes Lächeln und lockte mich mit dem Finger herbei mein Kopfschütteln quittierte sie mit einem Schmollmund doch in dem Moment schaltete die Ampel auf Grün geschossen über die Kreuzung und ich verlor die Frau aus dem Blick Wahrscheinlich hast angerufen hast und wir dann nach Beach Runter sind ich habe gerade die Filme von meinem letzten Auftrag entwickelt Fotos für die Samstag Ausgabe Mode für heiße Sommertage wollten sie es glaube ich nennen ich war mit dem Moderedakteur drei Models und ein paar PR-Leuten in einem Park die Mädchen führten Badeanzüge und Parios vor alles ziemlich durchsichtig und knapp und wir mussten sie sexy rüberbringen aber ohne dass es in einer Zeitung für die ganze Familie anstößig wirkte bei den letzten Worten war der Sarkasmus nicht zu überhören später konnte ich nur noch müde lächeln bei dem Gedanken welche Mühe wir uns gegeben haben damit ein paar schöne junge Frauen nicht allzu sexy wirken und eine Stunde später geht's im fliegenden Wechsel an den widerwärtigsten Tatort den ich je gesehen habe und wieso auch nicht ist schließlich das gefundene Fressen für die Titelseite nur dass ich mir wie der letzte Heuchler vorkam kann dir gar nicht sagen was für ein mieses Gefühl das war dieses alte Ehepaar da auf dem Fußboden zu knipsen wie irre muss man sein um die Kameralinse auf die Leichen zu richten das objektiv scharf zu stellen und den Opfern ihr letztes bisschen Würde zu nehmen wie ein Voyeur nicht nur ich wir sind alle wenn du aus der Story aussteigen willst kann ich mit Nolan reden der würde das mit der Bild redaktion schon irgendwie regeln nein plötzlich klang seine Stimme wieder entspannt das ist ja das verrückte an der Sache ich denke gar nicht daran jetzt wo ich dabei bin ist mir die Vorstellung nicht mit von der Partie zu sein unerträglich er lachte so eine Super Story kein Wunder dass wir alle überschnappen dieser zwei Pistolen abgeräumt hat irgendwann trinken er und sein kleines Frauchen einen über den Durst verkrachen sich und ballern ihre Magazine leer jedenfalls haben bald alle treffsichere Argumente mein Gott glaubst du dem Mörder ist bewusst was er da lostritt ja stimmt pflichtete Porter mir bei kannst du einen drauf lassen nach kurzem Schweigen fügte er mit beißender Ironie hinzu schlägt dem Mann denn kein Gewissen elegant schwenkte er mit der großen Limousine auf den Parkplatz des Journal ich sah Porter dabei zu wie er seine Ausrüstung aus dem Kofferraum holte und mit einem lauten Knall den Deckel zuschlug Ich wandte mich um blickte über die Bucht und wünschte mir jetzt mit dem Boot zum Angeln aufs Meer hinaus zu fahren an den Schulen der Tümmler vorbei die mit ihren grauen Rücken durchs Wasser pflügten besonders im Kielwasser der großen Hochseefischer Boote waren sie zu ihren Kapriolen aufgelegt erhoben sich mit einer anmutigen Drehung in die Luft und stürzten sich mit nicht an weder an diesem noch am folgenden Tag Christine allerdings war sich absolut sicher dass er sich bald wieder melden würde er spiele mit uns sagte sie deprimiert warte nur darauf dass uns allmählich der Stoff ausging um die Story mit dem nächsten Mord wieder auf die Titelseite zu katapultieren selbst die Patienten in ihrer und im OP sezierten die Chirurgen die Mordgeschichten sie habe erklärte Christine eine neue Qualität von Angst kennengelernt nicht so plötzlich und übermächtig wie die helle Panik wenn man beispielsweise sieht wie ein anderes Fahrzeug ins Schleudern gerät und direkt auf einen Zug kommt sondern die bange Ahnung eines drohenden Unheils das selbst auf die banalsten Alltagstätigkeiten einen düsteren Schatten wirft als warteten die Leute in Habacht Stellung auf die gefürchtete nächste Drehung der Schraube mir selbst war die Routine abhandengekommen klingelte das Telefon kampfte sich mir alles zusammen klingelte es nicht saß ich rastlos an meinem Schreibtisch hin und wieder nahm ich den Hörer von der Gabel und lief wenn auch nie ohne mein Notizbuch ziellos durch die Stadt wenn mich Porter begleitete interviewten wir die Leute auf der Straße die Stadt erschien mir wie ein Tier auf freier Wildbahn das aus dem Winterschlaf erwacht sich verwundert die Augen reibt und langsam zu sich kommt Christine und ich hatten gerade von meiner Familie meinem Vater seiner Liebe zur Juristerei gesprochen solange ein solcher Killer sein Unwesen treiben kann ist das Gesetz außer Kraft mit Paragraphen ist dem nicht beizukommen Christine stimmte mir zu sie streckte die Arme aus und spreizte die Finger dann warf sie den Kopf zurück und fragte was meinst du spaltet eine solche Situation die Menschen oder schmeißt sie sie enger zusammen ich erhob mich und setzte mich zu ihr aufs Sofa sie legte den Kopf auf meinen Schoß und ich streichelte ihr den Rücken eine Weile schloss sie die das hier ist unser Zuhause mit jedem Klingelton schrillte es mir lauter in den Ohren bitte sagte sie lass es bimmeln doch ich ging hinüber als ich einen Moment lang unschlüssig stehen blieb kribbelte es mir wie Strom in den Fingern ich nahm den Hörer ab Hallo Stille wer ist da bitte doch ich ahnte es schon es ist mal wieder soweit sagte der Mörder und ich wusste alles ging von vorne los ich habe ihren Artikel gelesen den über die Reaktionen aus der Bevölkerung sagte er besonders gut gefallen hat mir die Episode in dem Waffen Laden frage mich wie viele von denen sich bei dem Versuch mit einer Schusswaffe umzugehen aus Versehen selbst die Kugel geben sowas kam gelegentlich auch in Übersee vor nur nicht ganz so aus Versehen wenn die Angst unerteuglich wird kann sie schon mal die Hemmungen der Selbstverletzung außer Kraft setzen sowas ist in einem dieser Basislager passiert es ist staubig drückend heiß und sie sitzen nur rum und warten auf den nächsten Einsatz im Dschungel der eigentlichen Hölle in diesen Lagern verging einem die Zeit im Schneckentempo bei dieser Brothitze brauchte man auch für alles für jeden Handgriff doppelt so lange von der geringsten Anstrengung waren sie schweißgebadet jedenfalls herrschte in diesen Lagern immer eine gespenstische Ruhe außer der normalen Geräuschkulisse hier und da einem Fluch oder lautstark geäußerten Beschwerde wurde die äußere Ruhe nur durch das Knattern der ab- und anfliegenden Hubschrauber unterbrochen gelegentlich schreckten alle von einem schrilleren alarmierenderen laut auf aber auch daran gewöhnte man sich irgendwann ein einziger Schuss aus einem M16 dann aufgeregte Rufe nach den Sanitätern dazwischen Schmerzensschreie die wussten schon vorher dass sich der Verwundete entweder einen Durchschuss im linken Fuß verpasst oder gleich einen ganzen Zeh weg gepustet hatte er kauerte umgeben von verschmierten Lumpen und dem Dunst von Reinigungslösigkeit auf seinem Feldbett unweigerlich folgte die Erklärung ich bin dabei das Scheißding zu reinigen und auf einmal geht es los der Hubschrauber kam dann und schaffte ihn raus wir durchschauten natürlich das Spiel aber den meisten war es wohl ziemlich egal mir jedenfalls ich machte einfach die Augen zu reuchte auf die üblichen Lagegeräusche und schlief mir hat das Ganze nie solche Angst gemacht während er sprach bat ich Christine wild gestikulierend um Stift und Papier als ich mit der Hand in der Luft schrieb nickte sie mit ungerührter Miene und kehrte kurz darauf mit einem Stapel Schreibmaschinen Papier und einem Kugelschreiber zurück auf dem obersten Blatt notierte ich der Mörder unterstrich es dreimal und reichte es ihr sie fuhr sich mit der Hand an den Mund und ich registrierte dass ihr die Tränen in die Augen schossen wie sie mir hinterher erzählte denn ich war viel zu gebannt um es zu bemerken setzte sie sich mir gegenüber an den Esstisch und sah mir dabei zu wie ich stumm Seite um Seite füllte wie gesagt fuhr der Mörder fort habe ich ihren Artikel mit Interesse gelesen so viele Menschen in Angst und Schrecken weil jeder denkt es könnte ihn erwischen das muss man sich mal klar machen wie viel geistige Energie da an die simple Angst vor dem Unbekannten verschwendet wird schätze mal all die Möchte gern Seelen Krämpner und Hobby Kriminal Denken jetzt das gäbe mir sowas wie Allmachts Gefühle naja setzte er nach kurzer Überlegung lachend hinzu damit liegen sie gar nicht mal so verkehrt tut es nämlich und ich find es toll von einem Moment auf den anderen wechselte er den Ton die wedern mich nur an all diese Leute diese aufgeblasenen Vorstadt Späser die sich Waffen kaufen um mich in Schach zu halten und all diese Leute die sie befragt haben mit ihren Klischees ihrer vorhersehbaren Angst ihr kleines wohlbehütetes Leben könne in Gefahr sein hätte nicht übel Lust die ganze armselige Horde über den Jordan zu schicken er schwieg naja man tut was man kann nicht wahr aber wenigstens sollen all diese Spießer es mit der Angst zu tun kriegen so viel Angst dass ihnen schlecht davon wird und sie sich ausgeliefert fühlen die perfekte Angst wie ein Krebs Geschwür will ich dieser Gesellschaft die Eingeweide zerfressen an dieser Stelle holte er Luft wie ich die alle hasse aber mir fehlen die Worte sein keuchender doch gleichmäßiger Atem in der Leitung erinnerte an einen Marathon Läufer nach halber Strecke Sie sind mein Pressesprecher sagen sie es ihnen und wenn wir nun nicht mehr weiter berichten fragte ich wenn die Zeitung ihre Reportage einstellt wenn ich nicht mehr festhalte was sie mir sagen schweigen nun sagte er nach kurzer Bedenkzeit ich bin zuversichtlich dass sich das Fernsehen darum reißen würde mir Sendezeit einzuräumen er lachte aber ich ziehe etwas substanzielleres dauerhafteres vor was du schwarz auf weiß besitzt kannst du getrost nach hause tragen sie wissen schon was ich meine die Tageszeitung liegt einfach den ganzen Tag da und starrt einen an eine Fernsehsendung wäre vielleicht für den Augenblick noch wirkungsvoller aber ebenso schnell verpufft aus diesem Grund ist mir an ihrer Mitarbeit gelegen aber ich bin durchaus nicht darauf angewiesen außerdem fügte er hinzu wage ich zu bezweifeln dass es sich ihr blatt oder irgendein anderes leisten könnte freiwillig auf eine solche story zu verzichten trotz aller skrupel wegen der komplizenschaft auch wenn sie genau wissen dass ich sie benutze durchs Küchenfenster sah ich dass es dunkel geworden war das Telefon war an der Wand montiert an einer langen schnur ich verließ den Tisch mit meinen Notizen und trat für einen Moment an den Spülstein um mich zu sammeln durch die Zweige schien der Mond und legte den ganzen Baum in ein mattes Licht der Mörder sprach weiter mir ist da noch ein seltsamer Gedanke gekommen bei der Lektüre ihrer letzten Artikel besonders dem Abschnitt mit den Müttern und den spielenden Kindern da musste ich an meine eigene Kindheit denken meine Mutter ist gelegentlich mit mir auf einen Spielplatz gegangen wir wohnten damals in einer Kleinstadt ich erinnere mich noch wie die Kinder abwechselnd auf die Schaukeln stiegen und mit den Beinen austraten um in Schwung zu kommen ich auch immer höher und höher in der Erinnerung sah ich mich glich vor mir wie ich die Hände an die Halteketten klammere mich nach hinten lehne und mit gestreckten Füßen nach vorne fliege wenn ich den höchsten Punkt erreicht hatte legte ich den Kopf in den Nacken legte wie ein Vogel in den Himmel und überließ mich dann mit geschlossenen Augen wieder Jahr wenn ich da mit einem Menschen auf den Hinterkopf zähle das erste Mal ist mir das in Vietnam passiert jetzt wieder hierzulande genau dasselbe Gefühl wie als Kind wie von der Erde abgehoben haben sie schon mal so was erlebt ich fühlte mich überrumpelt und wusste nicht recht was ich darauf erwidern sollte also sagte ich was mir als erstes einfiel mit einer Frau vielleicht manchmal er postete los wieso auch nicht sagte er mit einer Frau loslassen unbeschwert sein alles vergessen nicht schlecht wissen sie was anders seine Stimme schlug um vom scherzhaften Plauderton in bitteren Sarkasmus ich hatte meine erste Frau als ich in der Army war erst mit neunzehn als Soldat als ausgebildeter Killer hatte ich Sex mit einer Frau als Kind auf der Farm habe ich die Tiere bei der Paarung gesehen und sie irgendwie dafür beneidet dass sie ohne Scham einfach nur ihren Instinkten folgten ich war erst sechs nebenan wohnte ein Mädchen ohne darüber nachzudenken ob wir etwas Unrechtes taten trafen wir uns im angrenzenden Wald zum spielen es war kein richtiger Wald nur vereinzelte Bäume und jede Menge Wildwuchs Gebüsch und Unterholz jedenfalls war dieses Buschwerk der ideale Spielplatz für uns Kinder darunter war zwar nicht viel Platz es wucherte so dicht wie bei einem Hindernis Parcours aber aber für uns genau richtig vor den Blicken unserer Eltern verborgen konnten wir darunter kriechen und die Büsche schleichen und verstecken spielen sie war adoptiert hatte dunkle Augenringe ich war fest davon überzeugt sie zu lieben und eines Tages mit ihr von zu hause weg zu laufen Irgendwann brachte sie ihre Puppen mit sie besaß zwei selbstgemachte Stoffpuppen die sie liebevoll an sich drückte sie sagte die seien unsere Familie und das Gebüsch wurde in unserer Fantasie zu unserem Haus im Sommer lagen wir heimlich unter den Bäumen und redeten davon zusammen weg zu laufen wenn wir groß genug wären wir trugen keine Kleider bis heute kann ich mich an ihren Körper dabei erinnern ich sehe sie haargenau vor mir ihre Haut an Armen und Beinen gebräunt doch da wo das Kleid sie vor der Sonne schützte rosig weiß wir lagen einfach da manchmal umarmten wir uns und ich weiß noch wie gut sich ihre Wärme im Schatten der Bäume und Büsche anfühlte ich konnte mich nicht an ihr satt sehen betrachtete die geheimen Stellen ihres Körpers manchmal streichelte ich sie behutsam um sie ja nicht zu erschrecken oder zu verärgern und ich weiß noch wie ich vor Erregung am ganzen Körper zitterte wenn ich auf ihre geschlossenen Augen niedersah er verstummte und wie ging es weiter fragte ich meine Mutter hat uns erwischt wir wurden von einem ungewohnten Geräusch aufgeschreckt saßen senkrecht und während ich hastig nach meinen Kleidern Griff kreischte meine Mutter auf und fiel über uns her das Mädchen weinte ich ergriff durch Dornen gestrüpp die Flucht am Abend befahl meine Mutter mich auszuziehen und meinem Vater zu zeigen wie ich mir am ganzen Körper die Haut zerkratzt hatte um ihr zu entwischen und ich bezog Prügel erwiderte er in einem Ton als sei es das selbstverständlichste von der Welt das Mädchen auch die beiden Eltern Paare taten sich zusammen und rodeten ein paar der Bäume sowie das ganze Gebüsch das gibt gutes Brennholz Wortwörtlich hat das mein Vater gesagt als er die Axt über den Kopf hob um eine der Birken zu fällen die andere Familie zog dann wenig später weg hab nie erfahren wieso vielleicht eine neue Stelle ein nichtssagender Job wer weiß Sie haben es nie in Erfahrung gebracht Ich habe sie geliebt sagte er und nein ich habe es nie in Erfahrung gebracht An diesem Punkt trat Schweigen ein und in meinem Kopf überschlugen sich die Gedanken Der Mörder gab mir tausend Rätsel auf die abrupten Themen Wechsel die unberechenbaren Stimmungsumschwünge von jovialer Freundlichkeit bis zu schwelendem Hass und verächtlicher Böswilligkeit Doch immer wenn er von seiner Familie von Kindheits und Jugenderlebnissen erzählte wurde seine Stimme versonnen als übten seine frühen Erinnerungen eine besänftigende Wirkung auf seine alles beherrschende Wut aus Wissen Sie nicht lange nach dem Umzug der Nachbars Familie bekam meine Mutter einmal einen Erstickungsanfall Es war ein schrecklich heißer Tag so wie hier im Moment wo man vor Hitze keinen klaren Gedanken fassen kann Mein Vater war außer Haus vermutlich in der Schule Meistens nahm er sein Mittagessen mit und kam erst am Spätnachmittag heim Somit waren Mutter und ich allein im Haus Obwohl die Fenster weit offen standen regte sich kein Lüftchen Es war Zeit zum Mittag Essen und meine Mutter die eine Weile auf dem Sofa geruht und zur Erfrischung ein Taschentuch in ein Glas Wasser neben mir getunkt hatte um sich damit die Augen zu betupfen richtete sich mühsam auf Sie trug so einen altmodischen Haus vermutlich von einer Hitze Allergie Sie hatte den Kittel so weit geöffnet dass er nur halb die Brüste bedeckte Ich beobachtete wie sie sich unter ihrem Atem hoben und senkten und ihr dazwischen der Schweiß in einem Rennsal bis zum Bauch hinunter lief Als sie das Pfeifen des Zugs hörte schwang sie die Beine vom Sofa und blieb eine Weile sitzen Sie wirkte benommen und schwankte ein wenig als sei ihr schwindlig Dann griff sie erneut zum Taschentuch tränkte es im Glas und drückte es so über sich aus dass ihr das Wasser und der Schweiß bis zum Schoß hinunter liefen Dann stand sie auf musterte mich mit einem seltsamen Blick und sagte Mein Gott ich wünschte wir lebten woanders wo wir eine frische Brise abbekommen an einem See oder an den Bergen soll ich mich denn ewig quälen Ich blieb sitzen und sah sie nur an Ob ich artig gewesen sei wollte sie dann wissen und während sie weiter mit mir redete wie mit einem kleinen Kind obwohl ich viel zu alt dafür war begab sie sich langsam in die Küche Ich mache uns eine Kleinigkeit zu essen sagte sie und ich folgte ihr in der Küche war es genauso heiß und sie sank auf einen Stuhl Komm her forderte sie mich auf massier deiner Mutter die Stirn Sie schloss die Augen und lehnte den Kopf zurück Ich machte mich daran sie zu massieren und augenblicklich wichen die Falten von ihrer Stern und sie verzog den Mund seinem Lächeln auch ihr Körper entspannte sich sie schlug die Augen auf und sah mich an du wirst dich bessern und dann bist du für immer mein für immer was für ein Unsinn sie stand auf und ging zum Kühlschrank vom Vorabend waren noch Rinderbraten übrig sie schnitt zwei Scheiben ab eine für sich und eine für mich und servierte sie kalt dann schob sie sich rasch hintereinander mit der Gabel große Stücke in den Mund ich weiß auch genau wie sich plötzlich ihr Gesicht veränderte sie hörte auf zu kauen und wirkte erstaunt dann gab sie einen spitzen doch halb verschluckten laut von sich er in gurgeln nach seinen schreiend wurde plötzlich so aschfahl wie ich es noch nie an einem Menschen gesehen hatte der Atem kam in kurzen röchelnden Stößen und ich begriff dass ihr ein Bissen im Halse steckte erst gestikulierte sie wild in meiner Richtung ich soll ihr helfen dann fasste sie sich mit den Fingern in den Schlund um den Brocken zu entfernen schließlich flatterte sie wie ein Vogel mit den Händen und versuchte sich selbst auf den Rücken zu klopfen damit sich der und sie in Panik nach Luft rang erst als sie zu Boden fiel stand ich auf und trat neben sie ich machte eine Faust zielte und hieb ihr genau zwischen die Schulterblätter wartete eine Sekunde und schlug wieder zu der Atem kam immer kürzer und so trommelte ich so lange mit den Fäusten auf sie ein bis ich merkte dass sie wieder nach Luft schnappte und die Kehle frei hatte sie drehte sich auf den Rücken so dass ihr der Hauskittel bis zur Talie hoch rutschte ich kniete immer noch neben mir und richtete den Blick krampfhaft auf ihr Gesicht um nicht auf den entblößten Leib zu starren sie atmete ruhig und tief eine ganze Weile rührten wir uns nicht schließlich schlug sie die Augen auf hob den Arm und streichelte mir offenbar ging sie davon aus dass meine Schläge Wirkung gezeigt hatten was ich im Nachhinein bezweifle was soll's jedenfalls schlang sie mir die Arme um den Hals und zog mich zu sich herunter und nun war ich es der keine Luft mehr bekam ich spürte den Schweiß auf ihrer Haut schmeckte ihn an den Lippen ich fühlte mich als ob jemand das Licht ausknipst und horchte auf ihren Herz schlag wenn die Artillerie nachts ihre Richtgranaten abgefeuert hat und die Dinger über uns hinweg pfiffen um vielleicht tausend Meter entfernt hoch zu gehen bebte die Erde mächtig und jedes Mal musste ich an den Herz Schlag meiner Mutter denken ich war selbst ins schwitzen geraten der Hörer klebte mir unangenehm am Ohr von wo aus rufen sie an fragte ich unvermittelt er schwieg dann lachte er auf nur ein gewöhnliches Telefon sagte er wissen sie wie viele öffentliche Fernsprecher es in dieser Stadt gibt hunderte wenn nicht tausende und ebenso viele abgeschiedene Orte von denen aus man unbemerkt telefonieren kann vielleicht sage ich das aber auch nur um sie in die irre zu führen und liege in Wahrheit gemütlich auf meinem Bett mit ihnen rede hören sie nur sagte er merken sie wie still es ist nicht der leiseste anhalt für sie mich zu orten wieso rufen sie mich hier zu hause an ich hatte einfach das bedürfnis erwiderte er und ich wollte ihnen klar machen dass ich weiß wo sie wohnen und sie sollten wissen dass ich an sie denke dass mich diese Bedürfnisse zu den unpassendsten Zeiten überkommen was für Bedürfnisse die beiden die sie unmittelbar betreffen klärte er mich auf das Bedürfnis zu töten und das Bedürfnis zu reden ich wusste nicht was ich sagen sollte inzwischen hatte ich das unbehagliche Gefühl als hörte ich ihn nicht mal am anderen Ende der Leitung sondern als flüstere er mir direkt ins Ohr Mit neunzehn habe ich das erste Mal mit einer Frau geschlafen und den ersten Menschen erschossen Die Frau war Prostituierte Ah nein Nutte trifft es wohl eher Und der Mann den ich getötet habe war noch kaum ein Mann Junge etwas so alt wie ich Sie schaffte in einem miesen Kaff in der Gegend von Fort Bragg an wo ich meine Grundausbildung gemacht habe Erst ganz am Schluss durften wir in die Stadt und uns dort vergnügen Wie alles bei der Armee war auch aufgeregt wie eine Horde Teenager die wir auch waren wurden wir auf mehrere Busse verteilt Die Symbolik dieses Freigangs war unübertrefflich und ich bezweifle dass das irgendeinem dieser Idioten die das ausgeheckt hatten aufgegangen ist Die Erlaubnis loszuziehen und einen drauf zu machen war in eine erfolgreiche Prüfung am Schießstand mit dem M16 geknöpft Erst musst du beweisen dass du nach der Hüfte Ich spürte sein Grinsen durch die Leitung Ich sehe noch die Gesichter der Jungs vor mir die sich an der Waffe schwer taten den Kolben an der Wange den Blick gerade aus das Ziel am Lauf entlang anvisiert dann ein Stoß Gebet und Schuss Ich hatte keine Probleme Als wir noch auf der Farm lebten hat mir mein Vater schon sehr früh das Schießen beigebracht Er hatte eine alte 22er eine Remington Einzelschuss flinte mit Kammer verschluss Samstags haben wir draußen ein Ziel aufgestellt und drauf los geballert Jedes Mal wenn ich bei der Grundausbildung auf das Schießkommando wartete fühlte ich mich auf die Farm zurück versetzt und sah im Geist das Ziel das an einem alten Holzbrett vor dem Feld rand hing Ich habe graue Augen Wussten Sie dass man Leuten mit grauen Augen Nachsag die besten Schützen zu sein Daniel Boone hatte glaube ich graue Augen und Sergeant Alvin York Ich notierte graue Augen für die Polizei Schon irgendwie seltsam fuhr er fort Als ich mehrere Monate später drüben mein erstes lebendes Opfer ins Visier nahm war es kaum anders als damals bei der Prüfung am Schieß stand Er rannte vielleicht dreißig Meter von mir entfernt am Rande eines Reisfelds entlang Sein schwarzes Hemd hob sich deutlich vom Wald dahinter ab Er muss jung gewesen sein vielleicht ein Rekrut sonst hätte er früher Deckung gesucht Ich dachte an die nachbetäglichen Schießübungen mit meinem Vater zurück an seinen schroffen Befehl Drücken verflucht noch mal nicht ziehen Und dann drückte ich ab und sah die Gestalt vor mir taumelnd zu Boden ging während mein ganzer Trupp in Triumph Geschrei ausbrach Na jedenfalls war die Schießausbildung für mich ein Spaziergang Bei meinem Abschluss bekam ich eine Medaille als Scharfschütze überreicht Und so wurden wir dann an diesem denkwürdigen Freitag Abend kurz vor Einbruch der Dunkelheit in unserer besten Ausgehuniform das Käppi Kess in die Stirn geschoben in ein paar lief grüne Busse verfrachtet und in die Stadt gekarrt Dort gab's eine Bar Sie hieß The Friendly Spot Im Fenster hing eine Lichtreklame mit einem einladenden Glas Bier In einer Ecke stand eine Jukebox und in der Mitte ein Billardtisch mit einem hässlichen notdürftig geflickten langen Riss im grünen Filz Außerdem konnte ich nur eine einzige Kugel und nirgendwo köse entdecken Aus der Jukebox plärrte ein Potpourri aus Country und ein bisschen Rock Als ich eintrat spielten sie gerade Sympathy for the Devil von den Rolling Stones Es war so dunkel dass sich meine Augen erst an das Schummerlicht gewöhnen mussten Der Barkeeper war ein vierschrötiges Kraftpaket mit Rauschebart Das Reden überließe den Gästen während er sich auf die Registrierkasse konzentrierte Kaum sahen uns die Mädchen die am Tresen saßen zur Tür hereinkommen rutschten sie wie auf ein Kommando von ihren Barhockern schlenderten uns entgegen hackten sich bei uns unter und geleiteten uns zur Bar oder in eine lauschige Nische im hinteren Teil des Lokals Wir waren zu fünft bestellten uns was zu trinken kamen mit den Mädels ins Gespräch und hatten magisch angezogen wurde sie hatte schlaffe Brüste als hätten sie schon zu viele Hände begrapscht sie wirkte alt er schwieg einen Moment und weiter dreimal dürfen sie raten er lachte doch mit einem Schlag hörte ich wieder diese kaum verholene Wut heraus keine Ahnung wich ich aus die Einzelheiten überlasse ich ihrer Fantasie erneut trat Schweigen ein wieso erzählen sie mir das alles eigentlich fragte ich in die Stille hinein um sie ins Bild zu setzen wozu ihre Leser sollen erfahren mit wem sie es zu tun haben haben sie eigentlich keine Angst etwas zu sagen womit sie sich verraten so dass die Polizei sie aufspürt nein wirklich nicht woher wollen sie oder die Polizei denn wissen was war und was frei erfunden ist entgegnete er ich könnte ihnen das blaue vom himmel herunter erzählen und wenn die sie nun schnappen was dann werden sie nicht was macht sie da so sicher da müssen sie früher aufstehen vielleicht unterschätzen sie die Polizei das wage ich zu bezweifeln falls doch ziehe ich eben den kürzeren nicht wahr aber das bereitet ihnen keine schlaflosen nächte nein wie das de facto bin ich schon tot antwortete er den letzten satz notierte ich wörtlich auf meinem blatt papier als ich den kopf hob sah ich wie christine mich und das telefon anstarrte ich drehte den zettel zu ihr herum und sie riss vor schreckt ihr augen auf wie soll ich das verstehen fragte ich ich fühle mich wie ein gespenst oder wie eine schleichende heimtickische krankheit in mir ist alles kalt wie ein erloschenes feuer da ist nur noch der schwarze ruß da glimmt kein fünkchen leben mehr bis auf den hass und der ist tödlich ich kann ihnen nicht ganz folgen hatte ich auch nicht erwartet erwiderte er vorerst jedenfalls später vielleicht mir riss die geduld jetzt hören sie mir mal gut zu sie treiben spielchen mit mir breiten ihre kindheit vor mir aus ihre kriegs erinner wozu was bezwecken sie damit was wollen sie damit beweisen ich weiß noch eines tages im dschungel nahm er den faden wieder auf als hätte er meine einwände gar nicht gehört ich war mit meinem zug meinem halben dutzend kameraden gerade ein paar meilen vom lager entfernt auf patrouille bekämpften uns mühsam durchs dickicht ich lief voran die anderen hasten es die spitze zu übernehmen mir war es gerade recht natürlich machte man sich zur ziel scheibe der scharf schützen und trat als erster auf die minen vor den minen hatten sie alle die größte angst mehr als vor den partisanen jeder schritt konnte der letzte sein der viet kong hatte unterschiedliche minen eine art riss einem bei der leisesten berührung sofort den fuß ab aber das war vergleichsweise harmlos sie hatten sich noch was perfideres ausgedacht davor hatten alle panische angst wenn jemand auf eine springmine trat gab es zuerst nur einen leisen puff bevor es richtig los ging das ding war nämlich doppelt bestückt die erste zündung katapultierte die eigentliche ladung in die luft etwa so in hüft oder tallien höhe und wenn die dann explodierte er pfiff durch die zähne dann blieb untenrum nicht mehr viel von einem übrig sie zerfetzte einem knie oberschenkel eier schwanz und bauch alles wo es richtig weh tut manchmal riss es den armen teufel glatt in zwei hälften und er war schon tot bevor wir ihn erreichten und manchmal machte es zwar hackfleisch aus seinem unterkörper doch er lebte noch dann kauerte der rest von ihm auf dem dschungel boden starrte unter schock an sich herab und sah da wo eben noch seine genitalien gewesen waren nur noch ströme von blut egal ich übernahm gern die spitze das risiko hatte für mich seinen reiz und als ich eines tages einfach so über einen stolper draht latschte ohne das ding zu sehen oder zu berühren und ahnungslos weiter stapfte dämmerte mir dass ich irgendwie gegen jede gefahr gefeit war der Mann hinter mir hatte weniger glück ich hörte den kurzen knall und wusste bevor ich mich umgedreht hatte was los war er war noch sehr jung und erst ein zwei wochen im land und sein tarnentzug war so adrett wie eine parade uniform er stieß einen kurzen schrei aus und dann saß er da oder wie man es ausdrücken mag wenn einem die beine weggerissen werden er sah aus als er sich einen Teller Spaghetti mit Tomatensauce über den Schoß gekippt der Sanitäter sprang ihm der kleine sah zu mir auf und sagte ich hat's erwischt und ich nickte dann sagte er ich sterbe und ich nickte wieder erst da fing er an zu schreien und der Sanitäter zog hast sich eine Spritze auf und pumpte ihn mit Morphium voll der Sergeant hörte gar nicht mehr auf zu fluchen der Knall hatte sämtliche Vögel weit und breit aufgeschreckt die flatterten jetzt alle gen Himmel unterdessen blieb ich bei dem jungen sitzen und wartete vielleicht zehn minuten vielleicht nicht mal so lange ich sah wie er immer schwächer wurde je hektischer der Sanitäter versuchte ihn am Leben zu halten desto weniger regt er sich der schwer verwundete in dem Moment als wir die Hubschrauber Blätter über uns knattern hörten starb der Kleine der Sanitäter brüllte und drückte ihm wie wild auf die Brust um sein Herz wieder zu beleben nun ja ein ganz normaler Tag so wie 364 andere auch er legte eine Atempause ein bevor er weitersprach vielleicht sollte ich ihnen von dem alten Ehepaar erzählen das interessiert sie doch sicher ja bestätigte ich gut das war schon erstaunlich wieso die beiden was hatten die ihnen getan sie haben offenbar immer noch nicht begriffen reagierte er gereizt darum geht es ja gerade dass mir die Opfer nichts getan haben sie sind unschuldig ist es das was sie hören wollen ich weiß dass sie unschuldig sind dass sie keinerlei Schuld trifft genau darum geht es bei dem ganzen wozu das blut überall im haus wegen der grausigen wirkung ich notierte den wort laut also wenn ihre morde symbolisch gemeint sind wieso erklären sie mir nicht einfach wofür sie stehen das ist mir bisher entgangen warten sie es ab antwortete er ein junges mädchen ein älteres ehepaar behalten sie im auge wer die opfer sind wie gesagt es ist eine wiederholung es gab da einen vorfall in vietnam und den setzen wir hier noch einmal in szene erinnern sie sich an diese demonstration der weatherman in washington 1971 sie rannten wie irre durch die straßen warfen mit mülltonnen und den abfällen um sich brüllten wüste beschimpfungen und verwünschungen alles in der hoffnung öffentliches ärgernis zu erregen und die amerikanische bevölkerung wachzurütteln die wie sie fanden einfach nicht begreifen wollte welche gräuel da drüben passierten wie sollten die amerikaner die zerstörerische wirkung auf die vietnamesische zivilbevölkerung nachvollziehen wenn sie nicht am eigenen leib ein wenig anarchie erlebten diese marsche standen unter dem motto den krieg in die heimat zu tragen also durch einen akt symbolischer wiederholung das problembewusstsein zu schärfen ich war inzwischen wieder aus vietnam zurück marschierte mit und hielt dabei augen und ohren offen für die bevölkerung war es nichts weiter als ein ärgernis und kein symbolischer akt nun ja vor dem letzten schritt scheuten die weathermen zurück ich knüpfe da an wo sie aufgehört haben was ich mache kann niemand ignorieren aber der Krieg ist vorbei sagte ich aus und vorbei finito eine hölle aber geschichte auch das ist gesellschaftlicher konsens für mich ist diese hölle nie vorbei er sprach langsam und bedächtig ich bin jede nacht mittendrin und wenn ich morgens aufwache auch es kann passieren dass ich in die sonne blicke und für einen moment das Gefühl habe ich bin wieder dort für mich geht es nie vorbei es tat schweigen ein und was war nun mit den beiden alten leuten kam ich auf die ausgangsfrage zurück sie meinen papa son und mama son er lachte wissen sie was fing ich an und heftete den blick auf christine die jede meiner regungen während der unterhaltung aufmerksam registrierte sie brauchen hilfe es gibt verschiedene einrichtungen und programme um männern mit schweren kriegstraumata bei der wiedereingliederung in die gesellschaft zu helfen ich bin gerne bereit ihnen es war ein lahmer versuch und seine reaktion vorhersehbar dass ich nicht lache scheiß drauf haben sie schon mal so eine einrichtung von innen gesehen oder an so einer gruppentherapie teilgenommen soll ich ihnen sagen wie es in so einer klinik für veteranen aussieht nichts als sterile einheitsgrüne wände manchmal habe ich mir eingebildet an den wänden der endlosen korridoren narben von den schreien der unzähligen männer zu erkennen die da schon lang gelaufen waren und dann die betten in reih und glied die nachtische voller zigaretten und asche und Müll und all die abgeschobenen menschen ich war da ich weiß wovon ich rede und mich kriegt da keiner je wieder rein sie halten mich für durchgeknallt versuchen sie gar nicht erst mich um gegenteil zu überzeugen ich habe ihren artikel gelesen in dem sie den psychiat zitieren wie verständnisvoll in seinen augen bin ich krank gestört heische nach aufmerksamkeit dieser ganze aufgeblasene quatsch mit dem er und sein ganzer berufsstand sich wichtig tun na schön dann bin ich eben geisteskrank aber wenigstens nicht so saft und kraftlos wie diese ganze Zunft zusammen als er luft holte hörte ich seinen lang gezogenen pfeifenden atem und bis ich diese Sache hier zu Ende gebracht habe werden sich noch eine Menge Leute wünschen sie wären sicher vor mir nicht ich bin verrückt verdammt noch mal die ganze Welt ist verrückt die Menschen laufen durch die Gegend als wäre nichts gewesen Friede Freude Eierkuchen setzte er ein wenig ruhiger hinzu ich bin offenbar der einzige mensch der begriffen hat dass ich jede Tat recht schuld und Sühne diese feine Gesellschaft hat mich zum Killer abgerichtet und dorthin geschickt und jetzt komme ich zurück und tue was ich am besten kann wiederholte er Tiefluft und sie wie war das mit ihnen fragte er abrupt was meinen sie waren sie da wir scheinen ungefähr imselben Alter zu sein folglich standen wir vor derselben Entscheidung waren sie in Vietnam nein antwortete ich ich war nicht da und warum nicht mir fielen eine Menge Gründe ein die sich in Gesprächen mit meinem Vater und mit anderen College Studenten herauskristallisiert hatten damals ließ ich mir die Haare lang wachsen trug Friedenstransparente durch die Straßen und skandierte Protestparolen das war alles so lange her erzähl ihm einfach dachte ich schließlich dass sie dich wegen des begonnenen Studiums zurückgestellt hatten dass du anderenfalls nach Kanada geflüchtet wärst um nicht in einem völkerrechtswidrigen unmoralischen Krieg kämpfen zu müssen darauf wartet er nur ich hatte Angst sagte ich wovor wenn ich das so genau sagen könnte überlegte ich davor töten zu müssen getötet zu werden es war unser Krieg jetzt sprach er in gleichmütigem Ton ich weiß im ersten und im zweiten Weltkrieg selbst in Korea da war die Sache klar sagte der Mörder erst als sie uns dann diesen Krieg aufs Auge gedrückt haben wurde es komplizierter wie hätten wir das ahnen können entgegnete ich haben sie recht wie hätte unser eins das ahnen können ich bin in den Krieg gezogen mein alter Herr auch und sein Vater vor ihm es gehörte sich einfach so mein Gott was für ein kolossaler Irrtum ihr Vater und ihr Großvater fragte ich erstaunt ja bekräftigte er dabei hatten wir kein Faible fürs Militär keine soldatische Tradition in der Familie es ergab sich nur so und man fügte sich ins Unvermeidliche und irgendwann war ich an der Reihe ich sah meinen Vater lebhaft vor mir wie er im Zimmer auf und abmarschierte und versuchte die Ruhe zu bewahren während er sprach Kanada hast du dir das auch gut überlegt verflickst nochmal ich weiß dass dieser Krieg ein Unrecht ist aber hast du dir auch gut überlegt welche Chancen du dir damit eventuell verbaust bei mir war es dasselbe sagte ich nur dass sie nicht eingereckt sind richtig haben sie demonstriert ja haben doch alle nichts weiter dabei vermutlich haben sie recht erwiderte er darauf schwiegen wir beide einen moment sehen sie ergriff er wieder das Wort wetten wir haben mehr miteinander gemein als sie vielleicht denken die Selbstverständlichkeit mit der er das sagte rüttelte mich auf und ich sah wieder die leichen des alten ehepaars vor mir erzählen sie von den Morden wechselte ich das Thema nichts weiter dabei mockierte er sich über meine Wortwahl sie machten jeden Abend einen kleinen Spaziergang immer die gleiche Strecke ich habe sie ein paar Tage lang observiert blieben an denselben Stellen stehen um zu verschnaufen sie gingen Arm in Arm fand ich irgendwie schön die meisten zeigen ihre Zuneigung nicht so da komme ich nicht ganz mit er fiel mir ins Wort an dem Abend bin ich ihnen einfach bis zu ihrem Haus gefolgt sie haben mich erst gesehen als ich direkt hinter ihnen war an der Eingangstür die Straße war menschenleer und sie waren zu verängstigt um auch nur zu schreien ich ich sagte dem Gesicht herum der alte Mann war entsetzt er trat vor seine Frau und sagte nehmen sie sich was sie wollen junger Mann aber hören sie auf uns Angst zu machen dann auf einmal schob er die eingesunkene Brust vor ich hatte schon mit schlimmeren Burschen als ihnen zu tun sagte er ich lächelte dirigierte sie beide mit der Waffe aufs Sofa und setzte mich die 45er immer auf ihre Gesichter gerichtet in einen Sessel ach ja wo bei der Frage zitterte der Mann kaum merklich in Auschwitz erwiderte er und dann hielt er den Arm hoch so dass ihm der Ärmel vom knochigen Handgelenk rutschte und eine tätowierte Nummer am Unterarm entblößte ich fasste es nicht so etwas kann man schließlich nicht planen dann erzählen sie mal sagte ich und der alte Mann nahm die Hand seiner Frau um sie nicht mehr los zu lassen sie hatte bis dahin kein Wort gesagt einfach nur mit glasigem Blick vor sich hingestarrt ihr Mann fragte was gibt's da noch zu sagen sie haben die Bilder gesehen ich nickte rein kamen wir alle ein paar von uns kamen raus nicht viele was gäbe es dazu noch zu sagen wer ruft sich diese Dinge schon gerne in Erinnerung jedenfalls können sie mir keine Angst mehr machen junger Mann nicht mal mit ihrer großen Pistole da ich hätte den Mann umarmen können sie nicht ungefähr eine Minute verstrich und er fragte wollen sie uns berauben oder was falls sie gehofft haben wir wären reich muss ich sie enttäuschen dann würden wir sicher nicht hier wohnen ich schüttelte den Kopf also kein Raubüberfall überlegte er was soll es sonst sein Mord aber wozu Vergewaltigung dafür sind wir zu alt also was aber ich antwortete nicht der Mann imponierte mir stolz saß er mir kerzengerade gegenüber und wich meinem Blick keine Sekunde aus dabei hatte er den Arm um seine Frau gelegt so wie ein Vogel die Flügel schützend über sein Junges breitet dann plötzlich konzentrierte sich sein Blick auf die Waffe und er lächelte viel sagend ist das vielleicht eine 45er fragte er und ich nickte dann begreife ich allmählich setzte er hinzu er drehte sich zu seiner Frau um und sprach so leise zu ihr sagte er du weißt ich hab dich immer geliebt aber nun geht es mit uns zu Ende das hier ist der Mann über den wir in der Zeitung gelesen haben der dieses hübsche junge Mädchen ermordet hat er will auch uns umbringen als er das sagte riss sie entsetzte die Augen auf hat mich ein bisschen an ein Tier erinnert ein Kaninchen oder einen Hund aber er redete ihr gut zu wir sind alt was macht das schon wovor sollten wir uns fürchten sein Ton die Art wie er mit ihr sprach war bewundernswert und er verfehlte nicht seine Wirkung seine Frau beruhigte sich sichtlich und drückte noch näher zu ihm heran sie schloss die Augen und nickte während er sich wieder mir zu wandte nun denn sagte er bringen wir es hinter uns erzählen sie mir von ihrem leben forderte ich ihn auf doch er zuckte nur mit den achseln was gäbe es da zu erzählen wir wurden geboren wir sind uns begegnet haben uns geliebt wir haben überlebt wir haben gelebt und jetzt sterben wir ich schüttelte den Kopf bitte erzählen sie in dem Moment öffnete seine Frau die Augen und stupste ihn mit dem Ellbogen an na mach schon sagte sie ich möchte es auch gerne hören als der Mann ihr ins Gesicht sah lächelte er und dann fing er an mir ihre Lebensgeschichte zu erzählen wir müssen keine Ahnung gut ein zwei Stunden zusammengesessen haben wenn sie so eine Geschichte hören vergeht einem die Zeit wie im Flug wussten sie dass die überlebenden der Todeslager nach Kriegsende in neue Konzentrationslager kamen unter britischer und amerikanischer Führung Umsiedlungslager nannten sie die und dass die Vereinigten Staaten sie haben richtig gehört wir sie und ich unsere Väter eine Quotenregelung hatten wonach sie nur ein begrenztes Flüchtlings Kontingent ins Land ließen das alles habe ich von dem Mann erfahren er erzählte er habe nur deshalb zu den wenigen glücklichen gehört weil ein Cousin von ihm den er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen hatte schon in den Staaten lebte der Cousin bürgte für ihn als er im Hafen von New York eintraf sagte er herrschte klirrende Kälte alles war vereist trotzdem so erzählte er habe er den Mantel ausgezogen und die klare Luft tief eingeatmet er habe sie auf der Zunge geschmeckt er sei davon wie beschwipst gewesen ich glaube sie hatten ein gutes Leben nichts spektakuläres seine Söhne haben es weitergebracht als er was ihn mit tiefer Befriedigung erfüllte sie haben noch erlebt wie ihre Enkel heranwuchsen wenigstens bis sie Teenager waren er hat hart gearbeitet aber sein Beruf Herstellung und Verkauf von Herrenkleidung ein ehrbares Gewerbe hat ihm Spaß gemacht die Leute einkleiden so drückte er sich aus und gute Qualität betonte er an der man lange Freude hat wer etwas bei ihm kaufte wusste dass es lange hielt an diesem Punkt drehte er sich zu seiner Frau um und sagte so wie du und ich wir beide haben auch lange gehalten statt einer Antwort legte sie die Schläfer an seine Schulter und schloss mit einem scheuen lächelnd die Augen wissen sie man sah den beiden an dass sie sich immer noch liebten und in diesem Moment bestimmt nicht weniger als all die Jahrzehnte davor wie haben sie sich denn kennengelernt fragte ich den Mann doch da schlug die Frau die Augen auf und antwortete nach altem jüdischem Brauch durch einen Heiratsvermittler dann erzählte sie eine Weile von der Zeit in der sie sich näher kam von ihrer Hochzeit ihrer Ehe durch die Lageraufenthalte verloren sie sich aus den Augen doch als alles vorbei war fanden sie sich wieder zwar musste sie ein halbes Jahr nach ihm suchen aber sie hatte Glück sie versicherte ihr sechster Sinn habe ihr gesagt dass er nicht umgekommen sei es habe einfach zu viel Leben in ihnen gesteckt während sie erzählte lächelte sie die ganze Zeit beugte sich immer wieder zu ihrem Mann hinüber und berührte seine Hand dann plötzlich sah sie mich an sie müssen ein furchtbar trauriger junger Mann sein um so etwas schreckliches zu tun sagte sie und wissen sie was ich gab ihr recht ich nickte und merkte wie mir die Tränen in den Augen standen es tut weh sagte ich und die beiden nickten verständnisvoll sie erkundigten sich nach meiner Mutter und meinem Vater und ich erzählte ihnen von meiner Kindheit nur ein bisschen um ihr Interesse zu befriedigen von der Farm und danach dem Leben in der Stadt ist das nicht bemerkenswert jede Sekunde die verging brachte beide dem Tode und uns drei einander menschlich näher so dass aus unserer flüchtigen Begegnung so etwas wie Freundschaft wurde bei dem Mädchen war es genauso offenbar lerne ich Menschen erst am Rande des Todes kennen so richtig kennen wenn sie einem nichts mehr vormachen müssen und all der Mist von ihnen abfällt das hat so etwas reines ehrliches dann haben wir alle drei ein paar Tränen verdrückt am Ende habe ich mich bei ihnen dafür bedankt dass sie ihre Erinnerungen mit mir geteilt haben in dem Moment stand der alten Frau wieder die Angst ins Gesicht geschrieben sie hatte das weiße Haar streng zurückgekämmt und sie schüttelte den Kopf um meine Strähne aus dem Auge zu bekommen die herunter gefallen war wollen sie uns immer noch fing sie an doch ich unterbrach sie es bleibt dabei sagte ich haben sie keine Angst sie zitterte ein wenig und schmiegte sich noch enger an ihren Mann dann wollen sie uns jetzt also fesseln ich zog ich unterbrach ihn wie haben sie das Paar dazu gebracht sich nackt auszuziehen nur ganz einfach antwortete er ich habe ihnen erklärt sie sollten sich zum schlafen gehen fertig machen sie musste dem alten Mann aus dem Hemd helfen dabei drehte sie sich zu mir um und zuckte die Achseln Arthritis er stieg aus der Hose streifte die Unterwäsche ab und stand nackt vor mir hatte keine Anstalten seine Blöße zu bedecken der alte Mann hat wirklich von Anfang bis Ende seine Würde bewahrt er hat seiner Frau aus der Bluse und dem Rock geholfen bevor sie ihr Unterkleid über den Kopf zog hat sie einen Moment gezögert schließlich lagen Strümpfe und Wäsche mit den übrigen Kleidern auf einem Haufen eine Weile betrachtete sie ihre Sachen auf dem Boden dann bückte sie sich langsam danach und legte alles ordentlich auf dem Sofa zusammen die Macht der Gewohnheit denke ich mal der alte Mann sah ihr mit dem Anflug eines Lächelns dabei zu es war das erste Mal dass ich alte Menschen nackt vor mir sah ich starrte sie an der Penis des Mannes war klein und verschrumpelt und er hatte graues Scham Haar so wie sie ihre Brüste waren erschlafft bei beiden war der Brustkorb eingesunken doch er holte tief Luft und sagte können wir es bitte schnell hinter uns bringen ich zeigte auf eine Stelle mitten im Zimmer sie knieten sich nebeneinander hin ich habe ihnen schnell die Hände gefesselt wäre wahrscheinlich nicht nötig gewesen aber ich hatte Angst dass der andere nach dem ersten Schuss in Panik geraten könnte sie waren mich zuerst sagte der Mann aber lassen sie uns gemeinsam sterben ich dachte ich träume sie leisteten nicht den geringsten widerstand und wie ruhig sie sprachen fast als hätten sie beschlossen aus dem Leben zu scheiden und ich leistete ihnen nur sterbehilfe falls sie sich noch etwas sagen wollen erklärte ich dann tun sie es bitte jetzt sie wandten sich einander zu gaben sich einen Kuss und lächelten nur sonst gibt es nichts mehr zu sagen waren die letzten Worte des Mannes dann nickte er mir kurz zu sie schlossen die Augen ich griff nach einem Kissen auf einem Sessel es war seltsam als stünde ich neben mir und sähe mir bei der Hinrichtung zu ich hielt dem alten Mann das Kissen an den Kopf und betrachtete einen Moment die 45er ich beobachtete wie mein Finger langsam in Bruchteilen von Millimetern den Abzug drückte Es schien Sekunden wenn Minuten zu dauern Dann folgte ein lauter Knall und der vertraute Rückschlag von der Handfläche den Arm herauf Meine Finger fühlten sich taub an Der alte Mann kippte nach vorn Ich sah wie die Frau die Zähne zusammen biss Dann bewegten sich ihre Lippen Ich denke sie sprach ein Gebet Noch bevor der alte Mann neben mir zu zucken aufhörte war ich hinter ihr und diesmal lief es im Zeitraffer ab wie in einem alten Stummfilm Ich drückte ihr das Kissen in den Nacken richtete die Pistole auf ihren Hinterkopf und unter dem ohren betäubenden Knall stürzte auch sie nach vorn Danach bin ich glaube ich vollkommen durchgedreht Ich war im Blutrausch In der Küche fand ich einen Schwamm den tauchte ich in die Schweinerei auf dem Boden und schrieb damit die Zahlen auf den Spiegel Schwer zu sagen wie lange ich noch dageblieben bin Vielleicht fünf Minuten Vielleicht auch eine Stunde Ich bin wie wild um die Leichen getanzt bis es so dunkel im Zimmer wurde dass ich kaum noch etwas sehen konnte Dann habe ich das Haus verlassen ohne die Tür zu zu ziehen Meine Kleider glänzten vom frischen Blut Die Waffe habe ich offen in der Hand getragen als ich die Straße runter zu meinem Auto gegangen bin Ich war unsichtbar In den Nachbarhäusern herrschte vollkommene Ruhe Die Straße war wie ausgestorben Es kam kein einziges Auto vorbei Während ich unerkannt entwischte schien die Nacht einfach still zu stehen Er schwieg Sie waren absolut unschuldig Diese beiden alten Leute fügte er dann hinzu Ich war am Ende meiner Kräfte und sagte nichts als in der Leitung Stille eintrat die sich über das ganze Zimmer legte Wie blind starrte ich auf die voll gekritzelten Blätter vor mir und erkannte meine eigene Handschrift nicht mehr Ich fühle mich meldete sich der Mörder noch einmal wie jemand der halb verdurstet ist nach dem ersten großen Schluck kaltem Wasser Sie hören bald wieder von mir Vielleicht unter dieser Nummer vielleicht auch in der Redaktion je nachdem Und dann legte er auf Von dem Abend an tanzte Christine Ihre Methode so erklärte sie mir die aufgestaute Angst durch Bewegung freizusetzen So leise spielte sie dabei Keith Jared oder Miles Davis zuweilen aber auch ein klassisches Streichquartett ab dass die Musik nur mehr zu ahnen war Und dann wiegte sie sich nackt zu den Rhythmen bis sie erschöpft auf den Holzfußboden sank und bis zum Morgen festschlief Am nächsten Morgen fand ich sie dann immer im Wohnzimmer wo sie an ein Kissen geschmiegt auf dem Boden lag Wenn wir uns vor der Arbeit zum Frühstück trafen merkte man ihrem ausgeruhten klaren Blick und ihrer festen Stimme die nächtlichen Aktivitäten nicht an Auch den Berufsalltag meisterte sie wie gewohnt Drei Tage die Woche im OP zwei auf Station Der Kampf gegen alle möglichen Arten von Krebs ging für sie unvermindert weiter Krebs der in den Organen wucherte Krebs der das Blut befallen hatte Krebs der sich zurück bildete Krebs der in den ganzen Körper streute Wie bisher sprach sie oft über die Krankheitsbilder der Patienten auf ihrer Station den Zustand die Heilungschancen Über den Mörder sagte sie so gut wie nichts Auch wenn sie nach dem nächtlichen Anruf sachlich darauf hinwies dass er wenn er unsere Telefonnummer hatte auch wissen wo wir wohnen Als ein Techniker der Polizei kam um an meinem Telefonapparat eine Abhörvorrichtung zu installieren beobachtete sie ihn mit distanzierter Sorge so wie vermutlich einen Patienten dessen Zustand sich über Nacht verschlechtert hat Was mich betraf so ertappte ich mich immer wieder dabei wie ich die Passanten auf der Straße anstarrte Ich teilte sie in zwei Gruppen ein die potenziellen Opfer und die potenziellen Täter Plötzlich kamen mir bei jedem an dem ich vorüber lief zwanghaft Fragen hoch Wer bist du was denkst du gerade bist du der Nächste den es erwischt oder bist du der Mistkerl oft sprach ich nach dem Zufallsprinzip Leute an stellte mich vor zückte mein Notizbuch und fing mit dem Interview an die meisten weigerten sich ihre Namen zu nennen als hätten sie Angst der Mörder könne es ihnen in Heimzahlen dass sie über ihre Ängste sprachen war ich mit Porter unterwegs wandten sie oft das Gesicht ab und er ließ enttäuscht die Kamera sinken dabei wurden die Kommentare die ich sammelte austauschbar kreisten endlos um Hilflosigkeit Wut und Angst auch die Kritik an der Polizei wurde lauter warum lief der Mörder immer noch frei herum viele wandten sich ab sobald sie meinen gespannten Blick auf sich gerichtet sahen und wenn sie sich doch zu einer Äußerung hergaben schienen sie jedes Wort auf die Waagschale zu legen abends fuhr ich oft nach Einbruch der Dunkelheit durch die Stadt um festzustellen was wie gehabt und was verändert war in den Vorstadt vierteln ebenso wie in den Wohngebieten der Innenstadt spürte ich den Rückzug die Leute verließen ihre Häuser nur falls unbedingt nötig auf den sommerlichen Straßen spielten weniger Kinder an den heißesten Tagen im August war draußen kaum noch gelächtert zu hören Miami machte die Schotten dicht natürlich gab es Ausnahmen die Innenstadt war immer noch von Alkoholikern und Obdachlosen bevölkert die ihre wenigen Habseligkeiten hüteten und ihre Pennies für den nächsten Drink zusammen kratzten ich sprach mit einigen Backenbart und dreckverschmiert im Gesicht sah mich an und fragte wieso sollte es der Bursche auf einen von uns abgesehen haben was zum Toff lädte er davon wir stehen auch so mit einem pein im Grab als die anderen in der Nähe sahen wie ich die Worte ihres Kumpels in meinem Notizbuch festhielt johlten sie und riefen ihm Glückwünsche zu an diesem schrieb ich einen Beitrag über die unerschrockenen Stadt Streicher von Miami Porter rundete das Bild mit anschaulichen Schnappschüssen ab und Nolan war hin und weg großartig großartig sagte er mehr davon nach dem letzten Anruf des Mörders war es schon zu spät um darüber schon am Morgen zu berichten als er aufgelegt hatte und ich zu Christine aufsah war es gegen ein Uhr früh um diese Zeit war der größte Teil der Ausgabe schon durch die Drucker Presse und lag gebündelt im Keller Geschoss des Journal Dann bringen wir die Story eben über morgen meinte Nolan den ich sofort aus dem Bett geklingelt hatte und der bei der Nachricht hell wach klang und sie machen sich morgen in Ruhe an die Arbeit okay ich stimmte zu Hauptsache die Nachrichtendienste die aber sorgen sie dafür dass die sich auch an ihren Teil der Abmachung halten keine undichte Stelle das ist unsere Story klar er überlegte einen Moment konnten sie sich umfangreiche Notizen machen ich nannte ihm die Zahl der vollgeschriebenen Blätter gut die geben sie nicht aus der Hand machen sie eine Aussage beantworten sie deren Fragen aber rücken sie auf keinen Fall ihren Notizen raus was hat der Er sagt er verspüre den Drang zu töten und den Drang zu reden Unglaublich das gibt schon fast die Schlagzeile her was hat er noch gesagt er hat eine Menge aus seinem Leben erzählt im Grunde Anekdoten ich durchschaue noch nicht so ganz was er damit bezweckt und dann hat er beschrieben wie er das alte Ehepaar getötet hat wie genau in allen Details mein Gott entfuhr es Nolan was für eine Story Christine wollte mich unbedingt zum Polizeipräsidium begleiten sie könne jetzt unmöglich allein sein erklärte sie nach dem Anruf habe sie das Gefühl als Laura der Mörder irgendwo um die Ecke ich redete ihr die Idee aus schon weil es spät werden konnte und sie am nächsten Morgen zur Arbeit musste doch ich blieb noch bis sie sich ausgezogen hatte um schlafen zu gehen als ihre Kleider zu Boden fielen und sie nackt vor mir stand drängte sich mir für einen Moment der Gedanke an das alte Ehepaar auf doch ich verbannte ihn so schnell wie er gekommen war zog das dünne Laken unter dem wir schliefen zurück und legte die Hände auf ihre Brüste sie schloss die Augen drehte sich zu mir um und sah mich an ich streichelte ihr den Hals reckte mich zum Wandschalter hinüber und knipste das Licht aus ich wünschte du könntest mit zu Bett kommen und mich einfach nur in den Armen halten keine Ahnung ob ich schlafen kann ach Unsinn sagte ich in die Dunkelheit und versprach ihr die Wohnungstür gewissenhaft abzuschließen und morgens wenn der Wecker klingelte längst wieder da zu sein im schwachen Licht das von der Straße zum Fenster hereindrang erkannte ich die Silhouette ihres Körpers mich flog der Gedanke an dass mich der Anblick nicht so erregte wie sonst dann riss ich mich von ihr los zog leise die Tür hinter mir zu und ließ auf der Suche nach meinen Notizen den Blick durchs Wohnzimmer schweifen Martinez empfing mich in der das Hemd so weit geöffnet dass ein wenig Brusthaar zum Vorschein kam als er mich zur Tür hereinkommen sah grinste er mir entgegen eine stewardess sagte er ich verstehe nicht ganz erwiderte ich und schüttelte ihm die Hand blond bei National Airlines ungefähr 23 war gerade dabei mir das fliegen beizubringen und stattdessen ein rendezvous mit mir kommentierte ich er zuckte die Achseln erst die Arbeit dann das Vergnügen jedenfalls war es ein Fehler ihre Telefonnummer an Wilson weiterzugeben wetten dass er gerne mitten in der Nacht aus dem warmen Bett springt zusammen mit zwei uniformierten Polizisten traten wir in den Fahrstuhl für eine Sekunde starrten die beiden mich an doch dann wandten sie den Blick ab sie unterhielten sich über eine Schlägerei die sie am Abend geschlichtet hatten wenig Mitgefühl zeigte er entlang sagte Martinez als sich die Tür zum zweiten Stock öffnete ich blinzelte in das grelle Neonlicht das Morddezernat bestand aus einem Großraumbüro das durch Trennwände in mehrere Dutzend Arbeitsnischen unterteilt war die jedoch nicht bis zur Decke reichten in jeder Nische standen zwei Schreibtische mit je einem Stuhl und einem Telefon einander gegenüber die grauen Metalltische hatten bessere Tage gesehen Auf unserem Weg durch die Gänge folgten uns die Blicke der diensthabenden Kripo-Beamten deren adrette Kleidung mit Anzug und Krawatte nicht ganz zu ihrer tristen Arbeitswelt passte In einer Nische an der wir vorbeikamen erhaschte ich einen Blick auf einen Afro-Amerikaner dem man im Rücken Handschellen angelegt hatte Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und hörte mit verächtlichem Grinsen dem Detektiv zu Ich wandte mich ab und ließ den Blick über die Wände schweifen Vom tristen Amtsgrün hoben sich Fahndungsfotos Steckbriefe Dienstpläne und schließlich ein Poster ab auf dem in großen handgeschriebenen Lettern stand Angehörige des Ermittlungsteams zum Nummernmörder sind angewiesen sich täglich bei Sergeant Wilson oder seinem diensthabenden Vertreter zu melden Ich folgte Martinez weiter den Gang entlang Vor einer Arbeitsnische hielt ich unwillkürlich an als ich mehrere Dutzend Hochglanz Farbfotos wild verstreut auf dem Schreibtisch liegen sah offenbar vom Schauplatz eines Mordes denn ich konnte eine Leiche ausmachen die in ihrem eigenen Blut mit verdrehten Gliedern im Kofferraum meines Autos lag Als Martinez mein Zögern bemerkte drehte er sich zu mir um und griff sich eins der Fotos heraus Schon mal gesehen was eine Flinte Kaliber 12 aus nächster Nähe aus seinem Macht Kein schöner Anblick nicht war Da stecken zwei Banden ihr Revier gegeneinander ab Der Fall hat es im Journal mit Ach und Krach in den Lokalteil geschafft Wie Sie sehen legt die übrige Unterwelt keine Waffenruhe ein nur weil gerade ein verschmierte Gesicht des Opfers war mit aufgerissen im Mund und nach oben verdrehten Augen im Todesschock eingefangen In seiner Brust klaffte ein gewaltiges Loch aus dem zerfetzte Eingeweidequollen Für einen Moment wurde mir schwindelig und ich schloss die Augen Dann reichte ich Martiness das Bild zurück Haben Sie schon jemanden verhaftet? fragte ich Eine Frage der Zeit Wir haben den Fahrer des Fluchtfahrzeugs eingeloggt Der ist jeden Moment so weit auszupacken Durfte wohl kaum scharf darauf sein für den Schützen den Kopf hinzuhalten Die rege Betriebsamkeit im Großraumbüro Die gleichzeitig geführten Gespräche Das Kommen und Gehen der Beamten die mit Akten unterwegs waren oder zu einem Einsatz gerufen wurden erinnerte mich an den Alltag in unserer Redaktion Wir kamen an einem Büro mit geschlossener Tür und einem kleinen Sichtfenster vorbei Martiness spähte hinein Ah sagte er Da drin ist gerade jemand bei der Beichte Nur ohne Absolution Ich warf ebenfalls einen Blick hinein und sah den mutmaßlichen Delinquenten sowie zwei Beamte die sich mit Papier und Kugelschreiber Notizen machten und einen dritten Polizisten an der Stenografier Maschine Hat seine Frau umgebracht erklärte Martinez Sie hat ihn genervt Als sie mal wieder aneinander gerieten ist er ausgetickt und wollte ihr zeigen wer der Herr im Hause ist hat sie zu Brei geschlagen Ein Stück weiter entdeckte ich Wülsen der vor einem anderen Dienst Zimmer auf uns wartete Danke für Ihren Anruf sagte er Waren Sie schon mal hier Nein Nicht viel verpasst wie Ich schüttelte den Kopf Also Sie erzählen uns möglichst genau was der Mörder gesagt hat und wenn unser Stenograf der drüben fertig ist holen wir ihn dazu und nehmen alles zu Protokoll Beim zweiten Mal fällt einem meist noch das ein oder andere ein Haben Sie sich Ja aber die brauche ich für meinen Artikel Wilson sah mich misstrauisch an Wir sind auch mit einer Kopie zufrieden Ich zuckte mit den Achseln Spricht eigentlich nichts dagegen Praktisch dasselbe wie eine Kassette Ich sah Christine vor mir Es gäbe auch so etwas wie Bürgerpflicht hatte sie gesagt Und schließlich hatte ich dem Mörder nie versprochen der Polizei etwas vor zu enthalten Aber sie müssen sich an die Abmachung halten erinnerte ich ihn an den ausgehandelten Kompromiss Es darf nichts nach draußen durchsickern Sonst rennt mir die Konkurrenz die Tür ein bevor ich den Artikel fürs eigene Blatt geschrieben habe Keine Sorge schon verstanden erwiderte Wilson schroff Jeder will schließlich sein Schäfchen ins Trockene bringen Nicht wahr Was haben sie erwartet erwiderte ich Er interessiert das schon Wir betraten das Büro der Detektivs und nahmen schweigend Platz Mein Blick fiel auf eine Wandtafel mit einer Namensliste Wissen Sie wie viele Kripo Beamte inzwischen ausschließlich an diesem Fall arbeiten Dreißig über ein Drittel unserer Leute Er stand auf und ging zur Tafel hinüber Sie haben das hier nicht gesehen klar Wenn das rauskommt kostet es mich meinen Arsch Martinez erhob sich und zog die Tür zu Wieso helfe ich ihnen eigentlich fragte Wilson und strich sich mit den Fingern durch Streichholz kurzer Haar Die Namen an der Tafel waren in vier Spalten unterschiedlichen Teams zugeteilt Army Vietnam Psychiatrische Anstalten Sexuelle Aspekte Straße In einigem Abstand daneben standen weitere Namenslisten unter anderen Überschriften Ballistik Graphologie Stimmerkennung An der Wand über der Tafel hingen stark vergrößerte Aufnahmen von Fragmenten der Projektile die aus den Opfern entfernt worden waren Übereinstimmungen waren jeweils mit Rotstift markiert Wie Sie sehen sagte Wilson arbeiten wir gründlich und umfassend Jedes Team ermittelt im Schichtdienst rund um die Uhr in seinem Aufgabenbereich Zum Beispiel überprüfen wir sämtliche nach unserem bisherigen Erkenntnisstand in Frage kommen den Patienten der Nervenheilanstalten in Ohio Chicago und Florida Dabei gehen wir davon aus dass der Mörder damals mit seiner Familie vom Land nach Chicago gezogen ist Ist aber nur eine Hypothese Nach dem gleichen Prinzip durchforsten wir Einberufungs- und Einschulungsdokumente und weiß Gott noch was in der Hoffnung irgendwo auf einen Anhaltspunkt zu stoßen Und sind Sie schon irgendwo weitergekommen? Wilson wandte sich ab Ich fürchte so stellt sich die Frage nicht Da wo wir etwas in der Hand haben können wir konkret ermitteln Wir kennen die Tatwaffe Also überprüfen wir sämtliche Waffengeschäfte und Händler von denen der Mörder seine Munition beziehen könnte So etwas in der Art Wir listen alles auf was uns dazu einfällt Aber so lange wie wir keinen einzigen Tatverdächtigen haben keine wirkliche Spur drehen wir uns im Kreise Und bis jetzt haben wir noch niemanden Keinen Namen Rein gar nichts Ich warf einen Blick auf meine Notizen Er sagte er hätte graue Augen Wilson schien verblüfft Für einen Moment starrte er mich nur unglaublich an Martinez zog ein Notizbuch aus der Tasche Das hat er Ihnen gesagt? hackte Wilson nach Er meinte er sei ein guter Schütze graue Augen wie Daniel Boone Wilson nickte Das ist doch schon mal was Besonders in Bezug auf die Akten der Armee Ich überflog meine Blätter Er sagt 1971 sei er schon nicht mehr bei der Armee gewesen und er sei in eine Klinik für Veteranen eingeliefert worden Im Ernst? Das hat er Ihnen erzählt? fragte Wilson aufgeregt Das ist gut Ausgezeichnet Endlich mal was Konkretes stimmte Martinez zu und verzog das Gesicht zu demselben Grinsen wie bei seiner Schwärmerei von der Stewardess Ich reichte ihm meinen Stapel Notizen Fertigen Sie sich Kopien davon an und wir gehen Sie Zeile für Zeile durch Mal sehen was bei mir noch hängen geblieben ist Der Kerl hat geredet wie ein Wasserfall Ich kann Ihnen also nichts versprechen Wilson legte mir die Hand auf die Schulter Keine Sorge sagte er Es wird nicht das geringste an die übrige Presse oder die anderen Medien durchsickern Darauf haben Sie mein Wort Je mehr ich mir die Stimme und den Tonfall des Killers vergegenwärtigte seine Erinnerungen seine Ich-Bezogenheit seine Arroganz desto mehr verlagerte sich meine Loyalität vom Mörder zur Polizei Doch statt darüber erleichtert zu sein hatte ich ein mulmiges Gefühl ohne dass ich sagen konnte warum Wie nicht anders zu erwarten würde die Story die nächste Ausgabe des Journal beherrschen Erst in den frühen Morgenstunden hatte ich das Polizeirevier verlassen Martinez hatte mich hinausbegleitet Und sie wissen ja bringen sie den Mistkerl immer schön weiter zum plaudern hatte er gesagt Vielleicht legt er selbst die Spur auf der wir ihn finden Zum Abschied hatte er mir die Hand geschüttelt Als ich einen letzten Blick auf das Gebäude warf starrten die Fenster mit dem selben leeren Blick auf mich herab wie der ermordete Mann auf dem Foto Auf meinem Weg zum Auto winkte mir Martinez hinterher Ich fühlte mich benommen kein Wunder nach der durchwachten Nacht Schon bei Sonnenaufgang kündigte sich die Glut des neuen Tages an Als ich in der Redaktion auf den Stuhl an meinem Schreibtisch sackte schloss ich die Augen Es gab mir ein angenehmes Gefühl den vertrauten Sitz die Kurven der Rückenlehne zu spüren wie den Körper eines vertrauten Menschen neben einem im Bett Ich legte die Finger auf die Tasten meiner Schreibmaschine ohne sie herunterzudrücken Ich wollte sie nur berühren Kaum hatte er mich entdeckt kam Nolan zu mir herüber Wie ist es bei der Polizei gelaufen Sie haben mir bescheinigt Ihnen von großer Hilfe zu sein erwiderte ich Laut Wilson und Martinez hat der Kerl mehrere Dinge von sich preisgegeben Wie fühlen Sie sich Geht so antwortete ich vage auch wenn ich das Gefühl habe etwas zu tun das ich besser lassen sollte Wieso hakte Nolan nach Wir tauschen doch auch sonst Informationen mit der Polizei aus und davon abgesehen sind wir ganz normale Bürger wie jeder andere auch Nehmen wir an Sie oder ich werden Zeuge eines Verbrechens Wären wir dann nicht etwa genauso wie jeder andere Bewohner dieser Stadt verpflichtet den Täter seiner gerechten Strafe zuzuführen Sicher räumte ich ein ich habe nur sein komisches Gefühl Nolan lachte typisch Reporter sagte er nur ja keine Informationen rausrücken es sei denn in einem eigenen Artikel ergriff nach meinen Notizen der muss ihr ganz schön zugequatscht haben ich nickte also sagte Nolan schreiben Sie Ihren Beitrag fertig fahren Sie nach Hause und schlafen Sie sich erst mal aus sollte es Probleme geben rufe ich Sie heute Abend an Da ich mich im Wesentlichen auf die wörtliche Rede verlegte ging mir der Artikel mühelos von der Hand die Aussagen über seinen Drang zu töten und zu reden stellte ich voran gefolgt von seiner Beschreibung der Morde an den beiden alten Natürlich war der Beitrag ziemlich lang geraten doch ich wusste das ging in Ordnung ich sah ihm dabei zu wie er meinen Text durchlas und mit dem Rotstift hier und da etwas umformulierte einen Satz vereinfachte eine Phrase Strich gut Anderson sagte Nolan als er fertig war das dürfte so manchem da draußen die Augen öffnen und jetzt gehen sie und schlafen sie eine Runde wenn sie wollen melden sie sich danach noch einmal bei mir doch am Abend gab es wenig mehr zu sagen der Artikel war bereits fertig redigiert und gesetzt wieder einmal reichte die Schlagzeile in riesigen Lettern über die gesamte Seite direkt mich überkommt der Drang zu töten mein Blick wanderte zu meinem Namen unter der Überschrift und zu den Worten der von der Polizei als Nummernmörder bezeichnete Mann hat erneut bei dem obigen Reporter des Journal angerufen um ihm die grausigen Einzelheiten des jüngsten Mordes an dem alten Ehepaar in Miami Beach zu schildern Ira und Ruth Stein so erklärte der Mörder in einem Ton der keinerlei emotionale Regung erkennen ließ seien vollkommen unschuldig gewesen wieder kündigte er weitere Morde an und rechtfertigte seine Taten mit dem Hinweis damit bewusst einen bislang nicht näher bezeichneten Akt der Gewalt aus seiner Militärzeit in Vietnam nachzustellen die Polizei verstärkt ihre Anstrengungen den Mörder zu identifizieren und zu fassen der übrige Text verschwamm mir vor den Augen zu einem Grauen Einerlei auf der Seite was blieb war die Genugtuung darüber dass ich mit meinem Beitrag schon wieder Schlagzeilen machte eine Sache zwischen ihm und mir wie er es vorausgesagt hatte zusammen brachten wir die Geschichte Stück für Stück und das Volk und irgendwo in meinem müden Kopf nagte die Frage ob ich nicht genauso auf ihn angewiesen war wie er auf mich nicht lange nach dem letzten Anruf und dem entsprechenden Artikel wandte ich mich erneut an den Psychiater Umrat er schien über meinen Besuch erfreut zu sein und schüttelte mir zur Begrüßung freundlich die Hand nachdem ich auf der anderen Seite des Schreibtisches Platz genommen hatte zündete er sich eine Pfeife an kippelte auf seinem Sessel und hielt in der prekären Schwebe still die Sonne stand schon tief und fiel schräg zum Fenster herein ich habe ihre sämtlichen Artikel zu dem Fall mit großem Interesse gelesen sagte er mein Kompliment saubere journalistische Arbeit zum Dank nickte ich ihm zu nun fuhr er fort was verschafft mir heute die Ehre was versteht sich von selbst sie erhoffen sich weitere Einsichten darüber wie dieser Mörder tickt er lachte ich wollte sie fragen was sie beim derzeitigen stand der dinge von der ganzen geschichte halten vielleicht haben sie eine idee was sich den mörder fragen sollte um weitere informationen aus ihm heraus zu bekommen nun erwiderte der doktor während er bedächtig den rauch ausblies ich glaube nicht dass er sich durch irgendeine bestimmte Frage von ihnen aus der Reserve locken lässt das wäre illusorisch ja entscheidende durchbruch die große enthüllung so dass die lüge und intrige wie ein kartenhaus in sich zusammenfallen und die wahrheit ans licht kommt er schüttelte bedächtig den kopf ich wünschte die dinge lägen so einfach hollywood vielleicht sollten wir alle nach hollywood ziehen nein im ernst selbst da wo ein täter ein blicke gewährt braucht man auf die rückschläge meistens nicht zu warten schon widerruft oder leugnet der man was ihm in einem moment der schwäche herausgerutscht ist es ist fast immer ein mühsamer weg man hat vielleicht eine Schlacht gewonnen aber noch lange nicht den krieg er sog an seiner pfeife jedenfalls sieht es ganz danach aus als hätten sie inzwischen besonders bei diesem letzten anruf bei dem er den mord an dem ehepaar beschreibt eher zu viel als zu wenig über ihn erfahren der Kerl gibt mir einfach jedes mal neue Rätsel auf machte ich meinem Frust Luft dieses ständige hin und her zwischen einem einschneidenden Vorfall im Krieg und in seiner Kindheit und Jugend mit seinen Eltern das klingt alles so verworren was erwarten sie denn einen ruhigen rationalen Gesprächspartner der ihnen keine Rätsel aufgibt sondern sie für sie entschlüsselt ja bedauerlicherweise sind diese Qualitäten bei Serienmördern eher selten zu finden die hängen sich nicht an die Strippe um der Presse der Polizei und der breiten Öffentlichkeit die entscheidenden Hinweise zu ihrer Ergreifung zu liefern ja schon gut verstanden gab ich lachend klein bei sie treffen den Nagel auf den Kopf nach kurzer Überlegung sagte der Psychiater wenn ich es recht bedenke hat sich seit unserem letzten Gespräch eigentlich nicht viel geändert der Mörder hält sich für unangreifbar zugleich gibt er ihnen vereinzelte Anhaltspunkte Er ist gespalten einerseits wünscht er sich gefasst zu werden andererseits genießt er es mit uns allen Katz und Maus zu spielen und dass er die beiden Erfahrungsbereiche Familie und Krieg nicht auseinander hält liegt wohl daran dass sie sich in seinem Kopf vermengen die entscheidenden Ursachen für seine heutige Lust am töten sehe ich in seiner Kindheit eine verführerische Mutter wenn nicht gar Schlimmeres ein fordernder und prügelnder Vater Vereinsamung Entfremdung und mit der daraus resultierenden ungebrochenen Wut wird er erwachsen dann kommt er zur Armee sagt er jedenfalls und lernt zu töten er sagt da war ich schon ein guter Schütze im Klartext da war ich schon ein Killer aber ich bin mir in dem Punkt immer noch nicht sicher wir haben es mit einem intelligenten Mann zu tun war er wirklich in Vietnam oder dient ihm die Kollektivschuld der Nation nur dazu seine viel weiter zurückreichenden Mordgelüste zu verschleiern aber er wartet doch mit sehr genauen anschaulichen schilderungen der situation auf feindlichem Boden auf das klingt doch als hätte er das alles real erlebt allzu real wie mir scheint beharrte der arzt ein einmal rein hypothetisch an er sagt die Wahrheit und es gäbe tatsächlich ein solches traumatisches Erlebnis in Vietnam Vorsicht ich kann das nicht oft genug wiederholen denn zwischen der Wahrheit eines Psychopathen und der eines Journalisten können Welten liegen gegebenenfalls wäre davon auszugehen dass dieser Vorfall in engem Zusammenhang mit Erfahrungen aus seiner Kindheit steht er hielt beschwichtigend die Hände hoch ich weiß ich weiß Journalisten interessieren sich nicht für Analfase oder Latenz oder all die anderen vorpuportären Entwicklungsschritte mit denen wir uns in unserem Beruf auseinandersetzen aber es kann nicht schaden wenn sie diese Dinge im Auge behalten er schwieg wechselte die Stellung und drehte sich auf seinem Stuhl zum Fenster um für ihn ist das glaube ich alles ein Spiel ich bin immer noch sehr skeptisch dass er je gefasst wird und wenn er ihnen noch so viele Tipps gibt sie sind ein eingefleischter Skeptiker nicht wahr fragte ich er lachte Berufskrankheit ich fragte ihn nach seiner Einschätzung der Reaktionen in der Bevölkerung von Besorgnis bis Angst von Gelassenheit bis Maulheldentum kein Zweifel die Angst vor diesem Mann hat die Leute fest im Griff ob sich das noch zur Hysterie steigern wird ist schwer zu sagen ein Kollege hat mir erzählt einer seiner Patienten kenne kein anderes Thema mehr das dürfte eher die Ausnahme sein man sollte die Fähigkeit des Menschen nicht unterschätzen etwas Unbequemes zu ignorieren selbst wenn es einem geradezu ins Auge springt haben Sie Poe gelesen ich nickte die Maske des roten Todes die Leute tanzen und erkennen viel zu spät dass der Tod den Ballsaal betreten hat bemerkenswert er stand auf und begab sich zum Fenster Miami ist eine Stadt in der man die Härten des Lebens vergessen kann sagte er wir haben die Sonne das Wasser Tennis Clubs und Yachten nicht zu vergessen den Strand die Stadt ist eine Zuflucht aus unwirtlicheren Gegenden wir haben keinen Winter und wann hatten wir den letzten richtig schlimmen Hurricane so um 1937 in so einem Paradies ist man eher geneigt den Tod dieser alten Leute die Möglichkeit dass unter dieser strahlenden Sonne in der lauen Luft etwas abgründig Böses lauert zu leugnen verstehen sie mich bitte nicht falsch in ihrer Wahrnehmung ist die Angst derzeit allgegenwärtig jedes mal wenn sie ihr notizbuch zücken erinnern sie die Leute daran aber begreifen wir in diesem Paradies wirklich womit wir es zu tun haben ich hege meine zweifel er verstummte und drehte sich wieder zu mir um ich werde alt wenn ich mal in Fahrt komme kann ich kein Ende finden ich verbringe so viel Zeit damit meinem Patienten zuzuhören dass ich jede Gelegenheit nutze selbst mal den Mund aufzumachen ich hoffe auf ihre Nachsicht ja dann geleitete er mich hinaus und reichte mir zum Abschied die Hand dieser Fall interessiert mich sehr sagte er wenn sie noch mal Fragen haben wissen sie ja wie sie mich erreichen schon seit zwei Wochen hatte ich nichts mehr vom Mörder gehört ich war fest davon überzeugt dass er in Kürze wieder zuschlagen würde und so zog sich die Zeit in der nichts geschah lähmend langsam dahin Miami quälte sich durch die Glut des Augusts die Menschen waren gereizt einen einfachen Blechschaden bezahlte ein Mann mit dem Leben im Laufe der hitzigen Auseinandersetzungen über die Unfallschuld zog einer der Fahrer die Waffe und wartete in Tränen aufgelöst auf die Polizei während das Opfer am Boden an seinem eigenen Blut erstickte Es kam zu mehreren Laden Überfällen Bezweilen eröffnete die Polizei auf die jugendlichen Täter das Feuer Ein Korruptionsskandal in der Stadtverwaltung erregte die Gemüter Nachdem mein Buchhalter einen beträchtlichen Fehlbetrag in der Haushaltskasse festgestellt hatte beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft Akten des Bürgermeisters und zweier leitender Beamter Ich wurde auf keinen meiste Zeit in der Redaktion zur Verfügung zu halten In diesen zwei Wochen schrieb ich noch einen langen Beitrag über die Aufklärungsbemühungen der Polizei Ich schilderte wie ein Ermittlungsteam die Militärakten in Fort Brake in North Carolina sowie die entsprechenden Archive im Pentagon in Washington durchforstete An einem Abend begleitete ich zwei Polizisten auf ihrer Streife durch die Gegenden der das erste Opfer ermordet worden war und kam mit den beiden Beamten ins Gespräch Ich erfuhr von der schleichenden Veränderung im gesamten Viertel Zuerst waren die Erwachsenen aus dem Straßenbild verschwunden Dann nach und nach die Jugendlichen Nur wenige trauten sich nach Einbruch der Dunkelheit wie gewohnt aus dem Haus Überhaupt war es merklich ruhiger geworden Die beiden Polizisten redeten sich in allerlei Drohgebärden ihren Zorn auf den Mörder von der Seele Kurzen Prozess würden sie mit dem Kerl machen falls er ihnen vor die Mündung käme Die zwei jungen Männer hatten beide in Vietnam gedient Natürlich sagte einer von ihnen ist es dort schlimm zugegangen Aber wir haben es überlebt Wir sind wieder da und es ist vorbei Verbeiverdammt vorbei Sein Im Laufe dieser zwei Wochen sprach ich jeden Tag zuweilen sogar mehrmals mit Wilson und Martinez um Stoff für weitere Artikel zu sammeln ihrerseits erwiesen sie sich im Umgang mit mir teils auskunftsfreudig teils reserviert so informierten sie mich bereitwillig über die Abschlussberichte der Ballistik über die Nachfragen bei sämtlichen Waffenhändlern während den letzten Monaten bei ihnen Munition Kaliber 45 knöpft und so kam mir der leise Verdacht dass sie dort eine heiße Spur verfolgten vielleicht sogar schon eine Namensliste erarbeitet hatten ohne mir davon zu erzählen als ich mich deswegen mit Nolan besprach klopfte er bei seinem Kontaktmann einem Lieutenant beim Morddezernat auf den Busch erfuhr jedoch lediglich man sei nur ein wenig weiter gekommen was mein Misstrauen noch verstärkte daraufhin beschloss Nolan die Sache selbst in die Hand zu nehmen statt sich von der Polizei abhängig zu machen als erstes schlug er mir vor mithilfe der Kassetten und Gesprächsnotizen ein Profil des Mörders zu erstellen als ich diese Aufgabe gegen Ende der zweiten Woche fast abgeschlossen hatte rief mich der Chefredakteur zu sich und fragte mich ob ich es für möglich halte dass der Mörder vielleicht die Stadt längst verlassen habe er stand von seinem Schreibtisch auf trat an das Fenster des Redaktions Büros und ließ den Blick über das emsige Treiben seiner Mitarbeiter schweifen er mache sich Sorgen dass unser Blatt mit jeder weiteren Berichterstattung über den Täter und die polizeiliche Ermittlungsarbeit die Leser weiter in Angst und Schrecken halte während die Gefahr vielleicht längst vorüber sei stellen wir die Artikel also vorerst ein schlug er vor bis wir Gewissheit haben dass dieser Kerl tatsächlich noch da draußen herumläuft da er immer noch mit dem Rücken zu mir stand und mit gedämpfter Stimme sprach hatte ich Mühe ihm zu folgen der Chefredakteur war ein Mann der auf seiner Erscheinung hielt und maßgeschneiderte Anzüge trug andererseits hier im Büro nur mit aufgekrempelten Armen und Druckerschwärze an den Händen herumlief Er hatte auch Nolan dazu gebeten der zwar nickte aber dennoch Bedenken äußerte Er sei hin und hergerissen erklärte er Einerseits sei nicht auszuschließen dass wir mit unserer laufenden Berichterstattung weitere Bluttaten verhinderten und dass es zu erneuten Gewaltausbrüchen komme falls wir dem Psychopathen die Plattform für seine Selbstdarstellung entzögen die ihm offensichtlich so viel bedeute schließlich so Norlands Überlegungen habe er jedes Mal erneut zugeschlagen sobald der Nachrichtenfluss ins Stocken geriet zumindest habe der Täter es so begründet andererseits so Nolan sei durchaus denkbar dass wir seinem Geltungsdrang und damit auch weiteren Bluttaten Vorschub leisteten Der Chefredakteur räumte ein dass wir in einer ernsten moralischen Zwickmühle steckten blieb jedoch dabei dass wir uns in unseren Entscheidungen nicht von einem Irren leiten lassen dürften in Ordnung sagte Nolan schließlich schauen wir mal wie es weiter geht ich selbst glaubte keine Sekunde daran dass der Killer sich aus der Stadt zurückgezogen hatte ich roch ihn förmlich spürte dass er irgendwo da draußen auf seine nächste Gelegenheit lauerte das Profil hatte ich in Form von Stichpunkten erstellt die nicht für die Veröffentlichung gedacht waren sondern uns nur dazu dienen sollten uns ein ungefähres Bild vom Täter zu machen ich las meine Notizen noch einmal durch Einzelkind geprügelt gedemütigt sexuell missbraucht in der Bibliothek der Nachrichten Redaktion fand ich einen Atlas und eine Enzyklopädie die ich mit an meinen Schreibtisch nahm darin schlug ich die Karte von Ohio auf vertiefte mich in das Straßennetz quer durch den Bundesstaat und ließ den Blick über die Punkte wandern die jeweils eine Kleinstadt markierten dann folgte ich den Schlangen Linien des Ohio River und versuchte mir die flachen Felder und Wiesen vorzustellen die zu beiden Seiten des Flusses bis zum Horizont reichten zufällig kam Porter vorbei blieb stehen und warf einen Blick über meine Schulter schon mal da gewesen fragte er ich schüttelte den Kopf kalte winter heiße sommer erzkonservativ ich war selbst an der Kent State University als diese schreckliche Geschichte passierte du weißt schon als die Nationalgarde das Feuer auf die Studenten eröffnete mitten am helllichten Tage unter strahlend blauem Himmel ich sehe es noch vor mir mit ihren Spruchbändern und den Sprechchören kamen die Studenten anmarschiert zu einer stinknormalen friedlichen Demonstration und dann dieser entsetzliche Moment nachdem die Salve losgegangen war ich hatte keine Ahnung was gerade vorgefallen war doch ich spürte dass etwas ungeheuerliches geschehen sein musste ich hörte einen Schrei der eher klang wie das aufheulen eines Tieres und erst da drang mir ins Bewusstsein was los war natürlich stürzte ich wie alle anderen auch Hals über Kopf davon dabei kam ich an einem der Toten vorbei den Anblick des Bluts auf dem schwarzen Asphalt werde ich mein Leben lang nicht vergessen mitten auf dem Campus haben sie zum Gedenken seiner moderne Plastik aufgestellt ein abstraktes Ding aus Stahl der eher wie Bronze aussieht an einer Ecke ist ein kleines rundes Loch ich weiß nicht Ich wandte mich wieder meiner Liste zu und schrieb die Stadt die Armee der Krieg der Vorfall Doch was mochte das für ein Vorfall sein welche Bilder hatten sich dem Mörder so unauslöschlich ins Gedächtnis eingebrannt In der Redaktion der Studentenzeitung hatten wir seinerzeit das berühmte Foto von Mai Lai als riesiges Poster aufgehängt auf dem vor grün-gelbem Grund in der Mitte ein knäuel blut überströmter Leichen zu sehen war Ich ließ die anderen Fotos Revue passieren die damals um die Welt gegangen waren Das nackte Mädchen das mit vor Entsetzen aufgerissen Mund auf der Flucht vor den Napalmexplosionen im Hintergrund auf die Kamera zurennt Das nackte Entsetzen im Gesicht des Wirt Kong in der Millisekunde in der in der in die tödliche Kugel des Polizeichefs in den Kopf trifft Um welche Gräueltat ging es dem Mörder Was hatte er als GI getan Ich schrieb Alter zwischen 25 und 30 Aufenthalt in einer Veteranenklinik Graue Augen Ich hielt inne und stellte mich der bohrenden Frage Hat er die Wahrheit gesagt Was war Fakt und was Fiktion Als das Telefon klingelte trat ich gerade aus der Dusche und so nahm Christine ab Hastig griff ich nach dem Handtuch und trockete mich notdürftig ab Es klopfte an der Badezimmertür und im selben Moment riss Christine die Tür weit auf Ihr Gesicht sagte alles Er ist wieder dran brachte sie mit schwacher Stimme heraus Das kann nur er sein Als ich mich meldete hat er einen Moment gezögert und danach dir gefragt Er wartet Ich zog mir einen Bademantel über und folgte ihr Als ich zum Hörer griff lief mir das Wasser nach den Rücken herunter Das muss ihre Freundin gewesen sein sagte die Stimme Sie klingt nett Wo haben sie gesteckt Ich habe fast zwei Wochen nichts von ihnen gehört Wo werde ich schon gewesen sein erwiderte er Kreuz und quer in der Stadt unterwegs und ein bisschen drumherum Ich hoffte auf mehr doch er war verstummt Nach einer Pause wechselte er abrupt das Thema Sagen Sie der Polizei Sie sollen ruhig weiter in den Militärakten wühlen Da werden Sie bestimmt fündig Welche Anhaltspunkte haben Sie Die grauen Augen Ach ja dass ich ein ausgezeichneter Schütze bin Die Auszeichnung Sie wissen schon Sagen Sie denen die Spur sollten Sie unbedingt weiter verfolgen Das grenzt den Kreis der Tatverdächtigen ein wenig ein Ohne Fleiß kein Preis Meine Empfehlung an die Gesetzeshüter Wieder herrschte kurzes Schweigen in der Leitung Nicht dass es ihnen wirklich etwas nützt Schweigen Die kriegen mich nie Egal wie viele Tipps ich ihnen gebe Wieder eine Pause Ihnen geht langsam der Stoff aus schätze ich sagte der Killer Hier hab ich wieder was für sie Nummer vier Wo Am westlichen Stadtrand wo die Chrome Avenue fast bis an die Ausläufer der Everglades heranreicht eine fantastische Gegend absolut ruhig und menschenleer der perfekte Ort um mal zum Nachdenken zu kommen kein laut außer von den Tieren und gelegentlich ein Flugzeug am Himmel fahren sie wenn sie vom Express Highway auf die Chrome abbiegen drei Meilen dann sehen sie links einen Feldweg da wegen sie ab und halten nach etwa tausend Metern an steigen sie aus und gehen sie zu Fuß etwa hundert Meter durchs Unterholz bis sie an eine Lichtung kommen sie sollten sich beeilen dort wartet nämlich eine Überraschung auf sie er hatte aufgelegt es war kurz vor acht Uhr morgens hinter mir hörte ich einen Stuhl über den Fußbodenschaben und ich wusste dass Christine hinter mir am Küchentisch gesessen hatte er hat wieder gemordet sagte ich sie antwortete nicht du hattest recht das war er ich spähte noch einmal zum Telefon ich solle mich beeilen hatte der Mörder geraten Wilson meldete sich nach dem ersten Klingelton ich sah buchstäblich vor mir wie er grimmig die Lippen zusammen presste und wut entbrannt bis in die graumelierten Haare seines Bürstenschnitts errötete er hat wieder zugeschlagen richtig kam er mir zuvor die chrome avenue runter Richtung glades sagte ich er hat von einer überraschung gesprochen und von Nummer vier was 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 eine überraschung ich habe keinen blassen schimmer der treibt seine spielchen genauso mit mir wie mit ihnen das ist ein ziemlich weitläufiges gebiet wandte Wilson ein doch ich fiel ihm ins wort hier hören sie selbst ich griff zu dem Aufnahmegerät das die Polizei an meinem Telefon installiert hatte und spulte zurück dann hielt ich den Hörer an den Lautsprecher und drückte die Abspieltaste während die Worte des Mörders den Raum erfüllten beobachtete ich Christine sie saß mit hochgezogenen Schultern da und schüttelte immer wieder den Kopf es war ein wenigen Sekunden vorbei ich schaltete das Gerät aus und hielt den Hörer wieder ans Ohr haben sie alles gehört fragte ich Wilson dieser Scheißkerl antwortete er ich wartete den miesen Scheißkerl verkaufen wir uns ich schnappe ihn mir mit eigenen Händen und in sachlichem Tonfall danke für Ihren Anruf wir treffen uns da draußen nachdem ich aufgelegt hatte ging ich zu Christine hinüber trat hinter sie und massierte ihr zur Beruhigung die Schultern sie hob den Arm und berührte meine Hand doch ohne etwas zu sagen schüttelte sie nur immer wieder den Kopf dabei war ich in was uns dort in der Nähe der Chrome Avenue wohl erwartete geistesabwesend ging ich ins Schlafzimmer und zog mich an erst nach mehreren Minuten schoss es mir durch den Kopf dass ich versäumt hatte Nolan anzurufen und der Lokalredaktion Bescheid zu geben als mich der Gedanke durchzuckte fühlte ich mich ertappt wie ein Schuljunge der nicht aufgepasst hat und so wählte ich während ich mir das Hemd in die Hose steckte die Nummer der Redaktion bevor Nolan abnahm sah ich schon den Leiter der Druckerei vor mir wie er einen letzten Blick in die riesige Halle mit den Rotationsmaschinen warf und einen kurzen Moment zögerte um dann auf den Knopf zu drücken der mit Rattern und Getöse die Maschinerie in Bewegung setzte